So, dann machen wir mal weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Das Problem. Ich hab halt... Das ist für mich ein bisschen schwierig. Das ist halt eher so ein Schleichskill-Spiel, ne? Irgendwie versuchen... Warum... Willst du mich verarschen? Kannst du vergessen. Das Problem ist, du kannst halt nichts machen. Warum sind da so viele? Oh, leck mich doch. Also, du bist da Justin noch nicht da. Ha, 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 ha. Was bringt mir das, wenn ich weiß, wo sie sind? Wenn es einfach... Eine Gegner sollte spammen. Das Mädchen hat ihn wütender gemacht als tausend Engländer. Bitte noch mehr. Zu viele verborgene Enten. Wir können das Ratten-Echo verwenden. Nur was? Eine Tür, da oben. Amicia, dein Kopf. Mir geht's gut. Die Ratten-Echo. Sind sie eine Bedrohung? Kommen sie. Nein. Sind sie tief unten? Konzentrier dich auf sie. Das Mädchen. Sie hat erfahrene Soldaten getötet. Wer ist sie? Eine Söldnerin des Walls? Für den Wall kämpfen keine Frauen und Kinder. Hier sind sie auch. Wie kommen wir hier raus? Ich sehe mehr von ihnen. Du fahr zur Hölle. Die Truhe schon aufmachen, aber... Oh, leck mich doch! Verdammt! Ich sehe sie nicht! Yo! 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 Oh, komm schon! Sie sind hier! Ich sehe sie! Sie kommen! Eindringlinge! 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 Zu mir! Eindringlinge! Mit der Welt! Ja, das ist unser Fluchtweg! Tür! Ergreift sie! Ah! Ah! Sie haben uns erwischt! Komm mit! Hier sind Kumpus! Wer doch sowieso! Was zum Geier! Oh, leck mich doch am Sack, ey! Es ist einfach scheiße! Du bist erwischt, bist gefickt! Von vornherein! Sack! Schreib doch einfach direkt rein! Sie hat erfahrene Salsaten getötet! Wer ist sie? Eine Söldnerin des Walls? Für den Wall kämpfen keine Frauen und Kinder! Hier sind sie auch! Wie kommen wir hier raus? Sie ist besessen! Wir werden sie verbrennen müssen! Fahrt zur Hölle! Ich hätte nicht gedacht, dass der... Sie ist halt auch nur schwer, wenn du jetzt... ...klatschen könntest! So als Beispiel! Wie war das? Ich muss halt echt versuchen, jeden Scheiß aufzuheben und das hasse ich an Spielen! Von vornherein! Verwollt euch verstecken! Warum liegt er da? Na komm! Steh auf! Los! Er ist wirklich tot! Dafür wird jemand bischen! Kann ich... Kann ich... Also ich bin jetzt nicht unbedingt so geistert... Oh! 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 Amicia! Oh! Lass mich... ...atmen! Es wird nacken, Amicia! Nein, dann finden sie uns! Wir müssen das Gebäude erreichen! Ist es eine Kirche? Weiß nicht! Aber wir sind ausgeliefert! Da ist es... Vielleicht sicherer! Also, die kann ich also nur... Warum kriegt man so wenig von diesen... Warum kriegt man so wenig Munition? Das ist doch dumm. Ich hasse sowas wirklich. Wenn du die wenigstens irgendwo hinlocken könntest und platt machen könntest, dann wäre das eine Sache, aber kannst du ja nicht. Wir schaffen es. Ja, und du erholst dich. Ja, und du erholst dich. Das Mädchen hat deine Brüder getötet. Sie wird dann auch... Komisch. So, ich bin ja jetzt mit einem bisschen... Seltsam. Weg frei. Sei vorsichtig. Du bist müde. Keine Sorge. Erledigt. Es sind zu viele. Einer weniger. Ja gut. Müssen sie ja irgendwie hinkriegen. Warte. Warte. Also auch vom Gameplay her macht es eigentlich jetzt... Jeden Schritt zweimal überlegen. Es macht nicht zwingend Spaß. Warte. 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 Kommen die wieder? Warte. So. Warte. Warte. Passt mit deinem Kopf auf. Was macht ihr da? Was macht ihr da? Oh, warum bist du auf einmal so langsam? Ich hab doch... Wegen dem bisschen Wasser? Wirklich? Sind die so lang? Komm schon. Das war nicht mehr eine Pisspfütze. Oh, das ist doch scheiße. Überall sind diese Hurensöhne, ey. Ja, bringt sowieso nichts. Das ist einfach viel zu viel. Einfach viel zu viel. Das ist dumm. Wir sind fast da, Amesia. Eine Passage, eine so eine Hurensohn-Passage in dem Spiel hätte ausgereicht. Aber nein, wir müssen es ja immer weitermachen. Das ist... Das ist... Ich versteh's nicht. Ach, Sobo. Oder Arsch-Obo. Ich versteh's halt nicht. Warum müsst ihr hier so viele Gegner zuspammen? Warum müsst ihr es so übertreiben? Ich... Ich weiß nicht. Das ist... Also maximal... Gameplay 5 von 10 Sternen, wenn überhaupt. Danke ich jetzt. Das ist einfach viel zu viel. Viel zu viel für viel zu wenig Material. Könnt ihr sagen und tun, was ihr wollt. Das ist einfach viel zu viel. Nein, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Nein, wir gehen weit weg. Ich beschütze dich. Wir gehen zusammen auf die Insel. Ja, wir müssen hier raus. Okay, also ich kann... Ich tue alles, was ich kann. Du schaffst das schon. Bald sind wir auf dem Meer. Ja, bald. Und... Village hat das einwandfrei gemacht. Aber hier... Nee. Fängt doch schon wieder an. Kein Messer, weil du einfach viel zu viele Gegner hast. Und jetzt... Also brauchst du eins, um was zu öffnen. Und... Och nee, ey. Oh, nee, ich bereue den Kauf. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da kann die Story und Grafik noch so gut sein. Hallo, Hino. Ähm, ständig diese Ressourcenknappheit auf dem Zahnfleisch laufen. Und dann hast du halt irgendwie gefühlt sämtliche Passagen einfach voll mit Gegner voll gespammt. Och, ich weiß nicht. Naja, wir nehmen es mal so hin, wie es ist. Wer keinen Bock auf den dritten Teil hat, soll es... Ist deren Spiel. Nein, nein, sie kommen. Amicia, beweg dich. Amicia, wach auf. Ah, sie sind hier, Amicia. Du musst abwachen. Was soll der ganze Kraft? Hier nach. Naja. Oh nein, Soldaten. Wie geht's hier, Hinolein? Nein, nein. Amicia, wach auf. Sie sind auch hier. Nein, sie sehen uns. Was soll ich tun? Ah, Amicia. Ah. Loll. Was? War das echt? Also gebraucht habe ich es nicht. Einfach weniger Gegner und einfach nicht alles zuspammen. Hör ich da. Ratten? Keine Sorge. Sie helfen uns. Oh, was? Hey! Ratten! Hast du gesehen? Ratten! Ja! Was ist hier passiert? Sie fressen unsere Männer auf! Vorsicht! Soldaten! Ich kann nicht... Ruhe dich aus. Ich mach das. Wie? Ich zeig's dir. Warte! Was ist los? Was ist los? Was ist los? Er kann die Ratten kontrollieren, aber wir können nicht offiziell durch sie durchlaufen. Ach, ruhig. Los. Gehen wir. Hast du sie wirklich beherrscht? Ja. Ich darf sie benutzen. Na gut. Gehen wir erst mal weiter. Gehen wir erst mal weiter. Gehen wir erst mal weiter. What the fuck? Also mich würde ich jetzt mal wirklich interessieren. Ne, kann ich wahrscheinlich nicht. Sag bloß, ich muss... Sag bloß, ich muss hier mit allem arbeiten. Wie fühlst du dich? Ich kann sie immer noch in meinem Kopf hören. Hast du sie wie früher kontrolliert? Nicht wie früher. Dieses Mal war ich in ihren Köpfen. Sei vorsichtig. Sie dürfen dich nicht beherrschen. Die Makula will dich einnehmen. Deine Emotionen aufsaugen. Du musst sehr vorsichtig sein. Bin ich. Was? Was? Komm schon. Diese fucking fünf Ratten. Hm? Ich will sie immer noch in meinem Kopf hören. Hast du sie wie früher kontrolliert? Nicht wie früher. Dieses Mal war ich in ihren Köpfen. Sei vorsichtig. Sie dürfen dich nicht verherrschen. Die Makula will dich einnehmen, deine Emotionen aufsaugen. Du musst sehr vorsichtig sein. Bin ich. Aber da oben sind die nicht. Warum konnten wir die da oben hin folgen? Lass sie lieber fressen. Darf da nicht zu nah treten. Wie gefällt dir das Spiel bis jetzt, Hino? Da liegt so viel Zeug und ich kann es nicht nehmen. Natürlich kann ich genug Material. Ich weiß nicht. Irgendwie diese ständige Materialknappheit. Alles zweimal überlegen auf Dauer. Das macht so keinen Spaß. Also das ist mal für eine Passage. Es ist ganz nett. Das ist so ein typisches Resident Evil erst, äh, so eine, so eine Anfangs Resident Evil Vibes. Und dazu muss ich ganz ehrlich sagen, sorry, Asobo, nein. Einfach nein. Und jetzt schon wieder. Ich meine, ich ziehe es durch, weil ich es gekauft habe. Ich bin überhaupt kein... Und wirst schon entdeckt. Irgendwie immer dieses ständige... Es macht hier... Äh, dauerhaft macht es echt keinen Spaß. Amicia, die Ratten rufen. Sie mögen es, wenn ich sie benutze. Genau deswegen musst du aufpassen. Ich kann halt gar nichts machen. Der sieht mich ja sofort. Wie soll ich denn die da rauslocken? Jaaa! Hahaha! Hahaha! Klar, natürlich! Schön, dass die nur... Schön, dass die nur bei mir kommen. Och, leck mich doch, ey. Äh, plus fünf oder zehn? Keine Ahnung. Es ist doch unglaublich. Schön, dass wir jetzt Ratten kontrollieren können, aber... Irgendwo... Aber einfach alles voller Soldatenspam... ... Was ist denn das für eine Steuerung? Die ist viel zu... Jetzt in der Hand? Äh, das ist sicher! Nein! Geh! Jaa! Was the fuck? Ich bin halt zu weit weg. Also eine Schleichpassage nach der anderen ohne Munition und mit ständigen Problemen mag ich überhaupt nicht. Du kannst auch übertreiben. Das ist jetzt schon die dritte Passage. Und das ist halt immer wieder. Also das haben sie jetzt ein bisschen überstrapaziert. Jetzt schon. Und wir sind glaube ich beim Drittel des Spiels. Ich bin langsam schon dabei. Ich bin langsam dabei. Wo finde ich denn jetzt Ratten? Sind die jetzt weg? Ich hab die doch einfach nur woanders da geparkt. Och man. Oh Mann. Oh Mann. Flohbeutel. Na gut. Mal wieder geirrt. Die Arbeiter sind alle tot. Das war's nicht du. Ich weiß aber. Es hört nie auf. Die kann ich nicht kontrollieren. Okay. Oh komm schon. Es ist doch so eine Last. Mann am Boden. So jetzt weiß ich wo ihr seid. Oh nein. Wir sind hier drin. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ach. Natürlich. Natürlich. Klar. Ihr habt sonst das Gefühl, dass wir das genommen haben, was die Leute aus dem ersten Teil gefeiert haben und es einfach retardet. Und zwar wirklich retardet, einfach gespammt haben jetzt. Also ich freue mich überhaupt nicht auf den zweiten, auf den dritten Teil. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so, ich bin froh, wenn das Spiel vorbei ist. Das erste war einfach eine Bombe, es war einfach der Hammer, aber im zweiten haben sie einfach zu gut gemeint. Ich bin froh, die Arbeiter sind alle tot. Das war's nicht, du. Ich weiß, aber es hört nie auf. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Es wird aufhören. Ich heile dich. So, wollen wir mal gucken. Gibt es hier wenigstens Ruhe? Wundert mich. So wie die es aufgebaut haben, bestimmt hier so 5 Gegner. Durch eins dieser Fenster vielleicht. Können wir gucken, ob ich da durchkomme? Natürlich nicht. Oh, shit. Oh, oh, oh. Versprich mir, dass du mir sagst, wenn es dir schlecht geht. Ja, keine Sorge. Wir hatten Opfer. Sucht alles ab! Hier schleift jemand um. Sagt Bescheid, wenn ihr was seht. Nee. Wir sind da. Endlich. Wirklich? Bist du dir da sicher? Das habe ich eben auch gedacht. Oder kommt eins nach dem anderen. Alls weiter, alls weiter, alls länger. Natürlich ist es auch schnell. Sekunde. 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 Es klappt nicht, Amesia. Seine Rüstung. Ich komme nicht durch. Binde ihre Schwachstelle. Ja, wenn ich das mal angucke. Wenn ich da mal gucken könnte, aber nein. Kannst ja nicht mal die Truhen öffnen. Das ist die Scheiße. Gebt den Leuten noch wenigstens mal die Zeit zu überlegen. Ich muss Zeit gewinnen. Ich betäube ihn. Zeit gewinnen. Hahaha. Hahaha. Ich wollte es. Für Switch, PC und für PS. Na, echt? Wollte ich das? Ja, weil der erste Teil so genial war. Hier seid ihr. Hätte ja nicht ahnen können, dass es so... Könnt ihr nicht ahnen, dass ihr dann einen auf Dark Souls machen und ihr eigenes Game verscheißen. Hier seid ihr. Es ist halt immer schade, wenn irgendwie... Wenn irgendwie Leute... Du hast keine Chance, nicht immer Zeit irgendwas zu machen. Wie dumm und behindert ist das denn? Alter, haben die echt... Ich wünschte, die würden mal sowas wie einen Grundenchat einfügen. Wo man mal wirklich mit den Entwicklern chatten kann oder so. Neh, ich... Also... Hier seid ihr. Euren Widerstand bezahlen. Spürt den Bist des Bists. Was? Nein. Haha. Ihr sitzt in der Falle. Ihr gehört... Oh, verdammt der Hans. Ich zerbreche dir den Schädel. Sieh dich an. Amesia, dein Rücken. Ja. Ich sehe es. Ihr braucht etwas, was euch erwartet. Ich muss Zeit gewinnen. Betäube ihn. Ja! Ach so, ja, stimmt. Da war ja was. Ich habe ja keine Wolzen. Ja, Gegner! Noch mehr! Ja, natürlich! Haha! Klar! Oh, Arschobo, ey. Fick euch ins Knie, ey. Ich töte euch alle, wenn ich muss! Bleib weg, Amesia! Oh, nein! Ey, pick mir doch ins Knie, ey, aber... Hier seid ihr! Oh nein! Euren Widerstand bezahlen! Spürt den Bist des Bists! Ja! Amesia, sein Rücken! Ja! Ja! Ich sehe es! Ich habe mich auf! Was ist das? Es ist doch unglaublich. Ernsthaft, ey. Welcher Typ hat bei Asobo seine eigenen Kinder und Mütter gefickt für diese Scheiße? Es ist doch unglaublich. Selbst wenn du weißt, was du machst, ist es scheißschwer, weil sie einfach meinen, Nö, die finden es geil. So ein Bastard, ey. Ihr werdet ab, im Ernst? Deine Spielzeugwaffe soll mir etwas ausmachen. Achso, die Schleuder sind nur bei Kopfschüssen. Oh, leck mir doch die Rosette wund, ey. Es ist doch so unfucking dämlich gemacht. Es ist so behindert. Was? Ist der jetzt gestorben, weil er im Feuer die Rüstung verloren hat? Gehen wir. Einfach, einfach weird. Einfach weird. Nee, nein, nein, Asobo, nein. Also, ihr verliert gerade die Liebe. Ich kann nicht. Du musst dich allein drum kümmern. Ganz sicher? Tu es, schnell. Geht weg, lass rein. Beherrsch dich, Vigo. Das ist dein Ende. Aufhört, sonst töt' ich euch alle. Ich hab's schon mal getan. Was machen die Rappen hier? Hä? 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 Die Rappen, die Rappen! Rappen, die Rappen! Hör damit! Ich presse euch alle auf! Hör damit auf, Ugo! Das geht zu weit! Du hast zu weit! Hör auf, Ugo! Du verlierst die Kontrolle! Ugo? Ugo? Was ist los? Was ist los? Oh, nein! Ugo! Ugo! Nein! Oh Gott! Gott! Wir müssen hier raus! Was? Was soll der ganze Lärm? Was ist passiert? Oh nein! Ich bring uns hier raus! Ich hab's wieder getan! Es tut mir leid! Es tut mir so leid! Ich schaffe das! Ich schaffe dich! Mach dich bereit! Amicia, komm! Ich kann nicht! Bitte! Ich kann nicht! Amicia, schnell! Ich kann nicht! Amicia! Amicia, bitte komm! Amicia, bitte! Amicia, bitte! Amicia! Das Spiel sollte auch ein Trophäe bekommen! Wie mache ich den Ruhm des Vorgängers für'n Arsch! Du bist wach! Er hat dich gerettet! Er sagt, er bringt uns zur Insel! Er weiß, wo sie ist und sie heißt Lacuna! Warte! Er besorgt uns ein Boot! Nein! Amicia! What the fuck? Ich mein, wenigstens mal einer, der sich sofort töten will! Wundert mich! Normalerweise ist auch alles sofort... Oh, ich seh dich! Du bist sofort tot! Und, aber ich hab ihn nicht oft gesehen! Weil du nicht raus konntest? Ja! Ich stellte mir vor, wie wir spielen! Ah! Ah! Verstehe! Wir sind da! Wo ist das Boot? Wo ist es? Ich hoffe, es ist groß! Es ist nicht weit! Ich lasse die Pferde frei! Den Rest des Weges gehen wir zu Fuß! Was ist das auf einmal? Darf ich das ansehen? Bitte! Hab noch etwas Geduld! Gut! Das wird schon... Hoffentlich! Lass Luft ran! Das wird noch eine Weile wehtun! Atme und bleib ruhig! Lass mich doch bloß in Ruhe! Hör doch auf, so tapfer zu tun! Du könntest noch was lernen! Gut! Wieso bist du zurückgekommen? Und hast mich nicht sterben lassen? Wer ist das? Mir wieso sollte ich dir trauen? Ich könnte dich doch den Ratten einfach zum Fraß vorwerfen! Wer ist das? Ich hab den nicht mehr im Kopf! Der Graf führt Krieg gegen uns! Den Abschaum der Provence! Die meisten meiner Männer... ...meiner Freunde... ...wurden getötet! Oder sie flohen! Irgendwann werden sie auch mich erwischen! Du bist also auf der Flucht? Ja! Sieht schlecht aus, aber du hast was Besonderes! Ratten! Für einen gesuchten Mann der sicherste Weg aus der Misere! Ich weiß, wo eure Insel liegt! Ihr müsst mich nur... ...am Leben halten! Bis wir sie erreichen! Amicia, schnell! Das musst du sehen! Ich komme! Spiel bloß keine Spielchen! Das hier... ...erinnert mich daran, dass ich dich töten sollte! Nice! Und? Was hast du gefunden? Riechst du das nicht? Also ich muss ganz ehrlich sagen, diese beiden Passagen waren aber viel zu lang und viel zu viel. Nein! Es riecht nach Seetank! Na komm! Warte! Wir müssen reden! Nicht jetzt! Also ich bin halt kein Fan von diesen ganzen... ...Ewig auf dem Zahnfleisch geklappern und nichts anderes! Ugo! Ja, das ist dein Überfall! Du hast ihm aber nicht von deinem Traum und allem anderen erzählt! Ugo, komm zurück! Ich will nicht spielen! Und ich rede nicht mit Angsthasen! Ist es so schwer, mal nett zu sein, du kleines... Immerhin siehst du besser aus! Amicia, wir sind da! Ugo, du sagst doch... Ich will es heute durchpetzen, dass wir später noch Ghost of Tsushima spielen können! Wir sind nicht wegen der Aussicht hier! Sag mir zuerst, wohin wir gehen! Eigentlich schade, weil der erste Teil war echt der Hammer! Wen? Eine Schmugglerin, sie hat ein schnelles, leises Boot! Wie schön! Mehr Verbrecher! Ja, so sieht's aus! Und du solltest dich schnell daran gewöhnen! Du wirst nach Laguna, nach all dem Scheiß, den du gemacht hast... ...dann auf dem Boot oder durchschwörst! Ich werde es vielleicht danach noch einmal spielen, aber auch leicht, um mal zu gucken, ob das da mehr Spaß macht! Das ist die richtige Einstellung! Die richtige Einstellung! Viel zu hoch! Spring, ich fang dich! Hey, pass auf! Na gut, wartet mal auf mich! Du bist schwer! Deine Schwester füttert dich gut! Ich liebe Essen! Hey, schau mal! Da unten! Mach doch mal langsamer! Der hier rennt zu! Hey, kurzer, langsam! Wir haben Verletzte! Wie rücksichtsvoll! Wo muss die Insel? Ich sehe gar nichts! So viele! Ist das eine Vogelarmee? Sieht so aus! Ich finde, du solltest zum Angriff blasen! Darf ich, Amicia? Wenn du willst, aber bleib in der Nähe! Na los, Soldat! Angriff! Angriff! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha ha! Wenn wir mehr Leute wie ihn hätten, hätten wir die Engländer schon längst vertrieben! Was weißt du schon vom Krieg? Ich war damals ein Ritter in Guyenne! Oh! Wir sind aus Guyenne! Schade drum! Ja, war es! Hey! Hast du meinen Angriff gesehen? Ja! Er war super! Die kommen nicht so schnell zurück! Auf jeden Fall! Ich könnte Soldat werden! Oh, in Zweifel! Oh, auf gar keinen Fall! Irgendwann ist es eine eigene Entscheidung! Ha! Das werden wir sehen! Das sieht doch schon gleich danach aus, als müsste er denn... Jetzt habe ich mich gesoftlockt! Den hätte ich erst später runterholen müssen! Jetzt geht das Spiel nicht mehr weiter! Sieht ruhig aus! Wohnt hier jemand? Glaube ich nicht! Ich würde hier gern wohnen! Gleich am Meer! Messer! Wow! Wir haben Messer gekriegt! Wirklich? Oho! Oho! Wow! Was ist denn los? Wir kriegen Stoff! Entschuldige, aber für mich ist das einfach keine Ironie mehr, das ist einfach... Sag nicht, dass das dein Boot ist! Nein, aber es bringt uns hin! Siehst du die Stange? Da ist ein Seil dran! Du ziehst und ich schiebe das Boot auf meine Seite! Ich helfe dir, Amicia! Gibst du das hin? Ich weiß nicht! Ich bin zerbrechlich! Ha! Sag, wenn du... Gut! Höhle weiter, so! Arno! Was? Zurück! Was zur Hölle? Oh, scheiße! Scheiße! Die mögen dich anscheinend! Ihr habt mich fast vermischt! Ihr seid so krass! Ach, komm! Na gut! Wir bahnen dir einen Weg! Soll ich sie kontrollieren? Das ging letztes Mal schief! Aber jetzt? Sei vorsichtig, ja? Ja! Ähm, die, äh, die gehorchen dir wirklich! Wie, äh, wie machst du das bitte? Fertig! Dann gehen wir! Sie folgen uns doch nicht, oder? Keine Ahnung! Wie appetitlich fühlst du dich? Äh, ha! Verfressende Biester! Ähm, nichts für ungut kurz! Ja, und nu? Und nu? Was jetzt? Ja, das Brot bringt uns nirgends... Wisst ihr, was mich da ist? Das erinnert an Stranded Deep! Hallo? Einfach diese permanente Munitionsknappheit! Die gefällt mir überhaupt nicht! Das habe ich auch mal gesagt, ne? Ja, und jetzt? Buggy! Ah, äh, äh, okay! Hier geht's zu deinen Schmugglern? Ja, ist eine Abkürzung! Weißt du, dass Ratten in deiner Abkürzung sind? Ähm, ja, also auch weniger Soldaten! Und wir haben noch den Jungen! Gott! Das gefällt mir nicht! Komm, hoch mit dir! Ich krieg ein Bolzen! Das sind Millionen! Tja, Pech! Wir gehen trotzdem rüber! Klasse! Hab keine Angst! Wirklich? Hey, Kutzer! Die Geräusche, die, schick sie alle ins Meer! Ich kann immer nur ein paar kontrollieren! Na toll! Ja, wenn ich wüsste, wohin, wäre doch alles kein Problem! Schick sie ins Meer! What the fuck? Ja, da komm ich nicht hin! Hey, was ist das? Das hast du gegen meine Männer eingesetzt! Alchemie! Geheimrezept! Das Rezept ist mir egal! Hauptsache, es leuchtet! Wart's ab! Muss ich da schnell sein, oder was? Ich bleib in meiner Nähe! Schnell! Hoch! Verstanden! Ach, das war der Typ, der aus dem Gilead gefangen genommen hat! Glaub ich! Irgend so ein Kommandant! Irgend so ein Arschloch! Geht nach oben! Geht klar! Also, die Höhlen ziehen sich bis nach da drüben! Das ist unser Weg! Den brauch ich! Das nennst du eine Abkürzung? Naja, wegen der Ratten sollten wir lieber wieder raus! Nein, ich gehe vor! Du kommst mit und gehörst! Solange wir hier lebend rauskommen! Ich meine, das Schleichen und langsam vorankommen mit den Ratten, das ist ja okay! Aber dieses ständige, ich schaue dir einfach eine Milliarde Soldaten auf den Weg, um irgendwie Gameplay zu generieren, damit du tausend Millionen mal stirbst und kaum Muni kriegst, damit haben sie es verschissen! So, jetzt muss ich mir noch einen Stock holen! Weil es ist ja alles so knapp bemessen und oh, wir finden es ja so toll! Einen Schritt vorbei, am Hauptweg! Tot! Sorry, Arschobo, jetzt müsst ihr... Da habt ihr euch selbst verkackt! Ihr wolltet das unbedingt so haben, jetzt müsst ihr damit klarkommen! Man kann sich ja erwarten, dass du gelobreichst wirst, wenn du irgendwie ständig nur meinst, ihr kack wirst, überall den Weg legen zu müssen! Geschafft! Kinderleicht! Genau das Wort hab ich gesucht! Du magst Ratten wirklich nicht! Niemand mag sie, Kurzer! Oh! Oh nein! Was? Was ist das? Das ist ein Nest! Bitte sag nicht, dass wir da rein gehen! Oh doch! Sollten wir nicht! Willst du hier bleiben? Ein Karren! Den haben wohl deine Schmuggler zurückgelassen! Wüsste wirklich nicht warum! So, jetzt... Hallo, ich hab doch... Na gut, einmal durchatmen und los! Das wird schrecklich, Amicia! Sogar der Junge hat Angst! Bist du dir wirklich sicher? Ziemlich sicher! Und das Licht auf dem Wagen gibt uns Deckung! Nicht, dass ich bereit wäre! Hier steckt's! Was ist das? Da wird mir ganz anders! Die machen das... Hallo, Juna! ...aus ihrer Beute! Aus Menschen! Verdammt nochmal! Haben dich gestern vermisst! Da hat alles angefangen! Alles gut! Es war keine Absicht! Du warst das? Er kann nichts dafür, ja? Wir müssen uns genau wie alle anderen mit den Dingern rumschlagen! Die Hölle, die wir alle verdienen! Ich wei, dass es aufhört! Wir schaffen es nach Lacuna! Wir heilen dich! Das ist Irrsinn! Himmel! Dieses Ding ist riesig! Könnte riesig sein! Vier lang, glaub ich! Vorsicht! Ich fall doch da gleich runter! Wie geht's? Wie steht's, Juna? Scheiße! Ah no! Oh Gott, nein! Willkommen zu mir! Schnell! Ich brauche Licht! Warte, warte! Lass mich! Ja! Verdammte! Scheißviecher! Alles klar? Noch heil? Alles gut! Außer, dass ich hier festsitze! Und die mich angreifen wie ein Sonntagsbrand! Ugo, wir sollten jetzt... Warum kann ich nur zwei... Warum? Er ist gefährlich! Du auch! Und ich bin noch gefährlicher! Aber wir brauchen ihn! Hey, ich brauche hier Hilfe! Ich... Na gut! Also wir haben gestern relativ viel gespielt, aber es soll ultra lang sein und... Ich habe keine Ahnung, ich bin da jetzt nicht so... Ich habe keine Ahnung, was das alles ist... Was?! Lass mich mal steuern! Ich... Ich bin überfragt! Ich weiß nicht, was ich machen kann! Hm... Nee, ich kann sie vergessen! Du kommst da nicht durch! Boah! Es ist doch... Ich weiß nicht, irgendwie meint er das Spiel so ein bisschen reinkacken zu müssen und versaut sich gerade die ganzen Fans! Ich hoffe, ich bin da nicht der Einzige, der so denkt! Du hast recht! Da ist es wieder! Ah, nein! Ah, endlich! Siehst du die gelben Kristalle? Brich einen ab und wirf ihn mir zu! Gut! Ich bin bereit! Warum musste... Hä?! Warum musste das jetzt getriggert werden?! Perfekt! Aber so hilft es uns nicht! Ich brauche noch was, damit es brennen kann! Vielleicht sein Peter? Hier, Odoris! Versuchen wir's mal! Arno! Siehst du die Kurbel da oben? Ich mach dir den Weg frei und dann rennst du dahin, klar? Ja, von mir aus! Ich schaff's nicht zu dir! Jetzt! Es klappt! Ja, weiß nicht was das war, aber hat mir die Haut gerettet! Wir sind noch nicht draußen! Wofür ist die Kurbel? Keine Ahnung! Ausprobieren! Arno, ich brauche Hilfe! Los geht's! Sieht aus, als könntest du das benutzen, oder? Mit deiner Armbrust-Magie! Mal sehen! Mit meiner was?! Mit meiner was?! Ja, das sollte halten! Ich sag, wer dich loslassen soll! Hey, lass gut sein! Los! Lauf, Arno! Lauf, Arno! Und wie ich laufe! Bäh! Was zur Hölle ist das?! Der Boden ist ganz klebrig! Ist nur Blut von ihrer Beute! Und irgendein Sekret, das sie absondern, glaube ich! Keine Angst, ist nicht gefährlich! Mach mir Witze! Die Stiefel verbrenn ich! Ach komm, du bist fast da! Müsst du dich an den Arno erinnern? Ich nicht! Ja! Genug Nervenkitzel? Ich war in hundert Schlachten! Habe dem Tod ebenso oft in die Augen geblickt! Aber diese kleinen Scheißer! Lassen mich wie einen grünen Schnabel aussehen! Jetzt bist du gewappnet! Oh, viel zu viel Zeug schon wieder! Du bist der Schutzheilige der Optimisten! Also, hast du vielleicht noch weitere Tricks im Ärmel? Nein! Ich sehe nichts, worauf ich schießen kann! Und ich habe nichts, was lange genug hält! Nein, nein! Wir kommen hier raus! Wartet! Ich weiß was! Schieß deinen Feuerbolzen auf meinen Schild! Was? Aber dann brennt er! Das ist ihm feinlich egal! Na gut! Von mir aus! Ah! Das habe ich gespürt! Gut! Sobald du bereit bist, bitte schnell! Los geht's! Hey! Das Feuer brennt wie die Hölle! Beeilst du dich bitte! Wir schaffen das! Habt ihr gehört? Aus dem Weg! Ja! Kursch! Ah, da kriege ich... Also das ist ja ein Gallien, hat er uns ja gejagt. Das war's! Weicht zurück von der Macht des Falls! Siehst du? Man gewöhnt sich dran! Aber... Ja! Jetzt haben sie Angst von dir! Wird jetzt selbst... Wird jetzt selbst gejagt! Aber bei der Ahnung ist jetzt gut durchgemacht! Aber du bist der Wall! Und der Wall hat genug reingesteckt, Kleiner! Mein Körper ist so zerbeult wie mein Schild! Ihr! So ist es im Krieg! Und er wird jetzt eigentlich von der... von den Engländern gejagt! Und flüchtet! Und kommt halt alleine nicht weg! Ich halte durch! Das kann nicht! Deswegen hilft er... hilft er uns jetzt, damit wir ihm mit den Ratten helfen! Das sieht doch nach Arena aus, oder? Eine Werkbank! Und wir haben natürlich nichts, ne? Also... Ist ja klar! Mal sehen, was sich machen lässt! Haha! War ja klar! Also... Dieses ständige, du kriegst fast gar nichts, aber brauchst irgendwie alles und... Oh! Ist das das große Wrack? Muss ich ganz ehrlich sagen! Ihr Versteig ist auf der anderen Seite des Boots! Ihr? Ja, Sophia! Der Drachenkopf! Sie ist die Anführerin! Klingt unheimlich! Nicht so unheimlich wie diese Viecher! Das wird sich herausstellen! Na los! Noch einmal aufraffen! Gib Acht! Ich schaffe! Äh... Wie viele Schmuggler gibt es hier denn? Ein paar! Abschaum, den sie auf dem Mittelmeer zusammen gesammelt hat. Sophia ist ihr Leuchtturm in der Dunkelheit, eine Heilige! Ach ja? Eine Heilige? Oh nein! So... Na komm, lass mich wenigstens ein bisschen was mitnehmen. Okay, irgendwie auf das Boot. Na dann... Nein! Lass mich! Vertrausten wir immer noch nicht, was? Na los! Ich schau zu! Jemand ist hier! Alle zu dir! Ja! Du, du, Leck! Ich lebe noch! Ha! 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 Oh, dieses ständige Wechsel, ne? Sie sind im Allhäfen! Du hast mich gerettet! Ah! Verdammter! Danke für die Hilfe! Oh Mann! Nein! Oh, es ist... Echt, dieses Spiel macht echt so keinen Spaß! Macht keinen Spaß mehr! Also ich hab jetzt... Zieh's jetzt nur noch durch, damit ich's durch hab. Aber ständig dieses... Dieses hin und her, das gefällt mir überhaupt nicht. Natürlich! Ey, es ist doch so dumm! Da musste ich jetzt wirklich... meinen Bolzen opfern? Wenn du schon so wenig Bolzen kriegst... die Provence zu säubern. So ein Irrsinn! Dann wär's wenigstens schön, wenn ich diese Dinger halt auch mal... recyceln könnte. Aber nein! Es wär schön, wenn man mal mehr als zwei nehmen könnte. Aber warum sollte man auch? Das würde das Spiel ja spielenswert machen. Ja, ich bin ein bisschen viel am heulen. Aber ich find's auch irgendwie nicht in Ordnung, wie sie's halt verschissen haben. Ja. 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 Das ist eine Fischartier mit giftigem Stachel. Man nennt sie auch Drachenköpfe. Sie kann bestimmt auch Feuer spucken. Was? Bin ich hier? Richtig. Ich kann hier überall langlaufen. Aber das ist ja auch so das Problem. Du bist dann in dieser Situation, wo du eigentlich nichts machen kannst. nicht mal in Ruhe sich umgucken oder sonst was. Sondern es ist einfach so. Und dadurch kriegst du halt so wenig Zeug oder dir aus irgendeinem Grund... Was dir halt wirklich das Spiel erleichtern würde. Und dann bist du halt einfach in der richtigen Zwickmühle. Und irgendwann... Gehst du von einem Zahnfleisch auf... Gehst du von einem Zahnfleisch auf dem nächsten. Und das macht einfach dauerhaft ein Spiel kaputt. Arschobo. Sorry, wenn ich das jetzt so sage. Und ihr den Namen, den werdet ihr weiterhin behalten. Ich werd den jetzt nicht äh äh äh... Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Und jetzt? Da unten die Fackel beim Wrack. Da ist es. Gut. Ich hoffe, Sophia ist noch hier. Was? Warum sollte sie weg sein? Oh, sie ist etwas unberechenbar. Nein, nein. Sie muss hier sein. Ich muss hier sein. Und das hat mir jetzt was gebracht? Gar nichts Finde ich gut Was so? Oh nee ey Die stand noch so Und jetzt Da unten die Fackel beim Wrack Da ist es Gut Ich hoffe Sophia ist noch hier Was? Warum sollte sie weg sein? Oh sie ist etwas unbärchen Nein nein sie muss hier sein Ich hab doch Was? Warum? Oh nee ey Dein Maul Aber ich muss auf die Diese Seite Gut da drüben ist ja nichts Also Geht ihr jetzt auch da hin? Noch Wenn sie ein Drache ist Lass mich raten Ich hab jetzt mal Ja ich hab eben mein Messer Man Es ist doch eine Last Wirklich Also Nee Nee Oh wir geben dir Ganz viele Gegner Du kannst immerhin Einen killen Mach ich Oh da kannst du aber Das nicht mehr machen Och kommt schon Arschobos ey Nee Wirklich einfach Nein Warum ein Messer? Guck mal du Hat ein Schwert Kann er sich Aufmachen? So jetzt bin ich hier Ja was jetzt? Was ist das? Was ist das? Nur damit mir das Spiel zeigen kann Ja Wir geben dir etwas Nutzt es mit Freude Och ja Wir haben uns anders überlegt Heute nicht Was ist das? Ein diskreter Weg Für diskrete Leute Ah Wasser Das Versteck ist leicht dahinten Nein Nein Ich hab Angst vor den Wellen Ach Es ist nur ein bisschen mehr Wasser Siehst du? Sie hat recht Aber es ist Dief Ich bin müde Denk Einfach an deine Insel Aber da sind Wellen Wir sind fast da Streitet euch später weiter Du auch noch Ich nehm dich immer an Angst Es reicht Ich trag dich Und damit ist Schluss Na schön Gut Na bitte Ist dir das hoch genug? Siehst du Das Wasser berührt dich nicht mal Ja Tja Sicher nicht immer leicht Wenn man so klein ist wie du Kommt auf den Tag an Und Hast du noch Angst? Nein Jetzt weißt du warum er mich den Wall nennt Weil Du wie eine Burg bist? Genau An mir kommt nichts vorbei Und dein Schild sieht auch wie ein Wall aus Wie geht's dir da hin? Alles gut Ja ich komm klar Jetzt wo er sich beruhigt hat Boah So Sekunde So langsam kriege ich Hunger Können wir nochmal schnell das Auch ein bisschen vorbereitet heute Ich bin immer noch der gleichen Meinung Also das Spiel hat sich jetzt echt Gibt ein Knick in unserer Spieler Entwicklerfirma Äh Beziehung Da gibt's einen Knick Ich weiß Ich weiß du führst gern Aber ich werde vorgehen Also dann Bitte sehr Ich bin es verdammt Lass ihn durch Anu Selbst die aasfressenden Ratten mögen dich nicht Ich hatte Hilfe Tja sieh an Ich mag die neue Crew Das sind Amicia und Ugo Der Bruder hat Potential Die Schwester Muss doch gezämmt werden Trau dich nur Tja Ich sehe du hast sie bereits gezeichnet Keine Sorge Liebes Es steht dir Warte mal Hat er uns die Wunde verpasst? Es ist vorbei Anu Die Armee des Grafen Hängt uns im Nacken Und Tausende Ratten Scheißen mir vor die Tür Dieser Ort ist Geschichte Die Crew wird aufgelöst Dann Komm mit uns Du bist mir verschuldig Ja warum nicht Der Ruf der See Könnt ihr mal sehen Durch diese ganzen Schweren Wenn du dich noch einmal anfasst Töte ich dich Gut Übrigens Sicher Bist du wieder da bist Werden wir uns besorfen So wie immer Ähm Mocht ihr den ersten Teil mehr Ja Das ist der Leuchtturm Von Fischerdorf Dort liegt Sofias Boot Fahren wir wirklich Bei dem Wetter zur See? Hey wer seid hier? Verdammt Bleib hier Was machst du da? Hey Jetzt hast du es geschafft Da kommt noch einer Ja und Den knöpfe ich mir vor Auf ein Signal Du befehlst Ich gehorche Oh Gott Ja Ich mach kurze Prozesse Verlieben Kann nie in Frage Gut gemacht Alter L1 gedrückt Ziel auf Gegner Und dann auf Dreieck Also die Charaktere Aus dem ersten Haben mir besser gefallen Die hatten mehr Tiefe Nicht auf einmal Ein schlechter Der auf einmal Ja ich bin jetzt lieb Im Übrigen Also wie hieß die Ich weiß gar nicht mehr Wie die hießen Ich hab noch Wie er gedrückt Also als kämpfenden Beschützer hat mir Der Frederic Besser gefallen Glaubt ihr es? Ja ne? Ja Nörgelgräflein ich lieb's Oh Er hat ja so ne Laterne Hörge ist jetzt nur Okay das klappt Da wenigstens mal Werkzeug drin Das man was upgraden kann Oha Oh fuck Fuck Das kannst du vergessen. Einfach viel zu viele. Ja komm, lass gut sein. Hm. Gut. Der Maul. Roll 250. Der Maul, Justin. Geh mich auf den Sack. Warum kann ich die Ratten nicht steuern? Sag Bescheid, wenn ihr was seht! Kannst du dann auch nicht locken oder so, ne? Ne, ich kann sie vergessen. Nein, nein, nein. Erledige ihn an uns. Ich bin überkappend. Ja, komm nur hin. Okay, das geht. So. Ich kann gucken, dass ich vielleicht nach oben komme. Da sind vielleicht nicht so viele Gegner. Ich finde es halt auch immer Quatsch, dass man da immer so... Dass man das jetzt spammen muss. Ja. 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 Die? Die? Die ist ein Messer! Ich muss jetzt nur mal gucken. Ich hab jetzt ein Messer theoretisch, ne? Ich könnte jetzt... Ach, Mist, das ist zu weit weg! Ich hasse das! Warum kann ich nicht zurück, um den Schrank nochmal auszuräumen? Wisst ihr, was ich meine? Also, das Spiel hat so viele Design-Fehlentscheidungen. Das ist einfach nicht mehr schön. Einfach nicht mehr schön. Wow, ich hab Bolzen. Oho, wie geil! Was ist los, Spiel? Der holt sich auch nicht, ne? Moment mal. Das ist halt auch fast nichts Fallen, ne? Weil ich hab das so ne gute Idee ist. Der wird schon folgen. Hab ich... Ja, ihr habt die noch gekriegt. Wir haben Gesellschaft. Findet sie! Fuck. Natürlich. Meine Güte, ich weiß, dass ihr hier irgendwo seid. Nein. Eindringlicher! Noch! Noch! Wir können ihm wenigstens helfen, indem wir ein bisschen... was... Warum kann ich kein Harz mitnehmen? Hält ich auf jeden Fall in Grenzen. Gehört ganz die Arno! Sie sind hier drüben! Ihnen nach! Not die Arno! Schnapp ihn dir! War klar, dass du siehst! Gut. Immerhin können wir Ihnen Anno ein bisschen helfen. Ich finde das nur schade, dass es jetzt wieder viel zu lang wird. Also merkt, ich meine, das gibt mir so ein bisschen Vibes an die Frederik-Passage. Wo wir auch durch die Stadt... Leck. Auf der PS5, Leck. Auf der PS5, Leck. Leck. Archobo auf der PS5, Leck. Ähm. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ähm, also die Vibes mit Frederik und dem Anno sind ja schon da, ne? Du hast ja dann einen Typen dabei gehabt, der dir dann die ähm, Viecher halt platt macht, aber der Frederik war tausendmal sympathischer. Einfach aus diesem einfach aus dem Aspekt her. Erstens war es nicht so lang. Du wurdest damit nicht zugespant. Und zweitens war der Tau... hatte der wesentlich eine tiefere Bedeutung in der Gruppe, in der Story als Ja, ich bin... bin jetzt auch aufs Malen. Ich bin jetzt böse. Wegen mir hast du die Probleme. Bin jetzt gut. Ist okay. Kann man mal machen. Warum nicht? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist... Das ist, äh... Ja, das ist schwach. Es ist wirklich schwach. Also da merkt man jetzt mittlerweile, dass sie das Spiel, ähm, wesentlich... länger gemacht haben und dadurch leidet wirklich die Qualität. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Das Spiel soll viel... wesentlich länger sein als der erste Teil. Aber mir fehlt die Tiefe. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare... äh... in den Chat schreiben. Was ihr davon hält. Viel Unlo... Gut, ich mein, unlogisch dabei, ähm... muss nicht schlechtes sein. Aber ich sag ganz ehrlich, mir fehlt so die Tiefe der Charaktere. Also der Lukas aus dem ersten Teil hat mir wesentlich besser gefallen. In seiner Art, in seiner Rolle. Oder als wir hier ein paar Leute gekriegt haben. Oh, da. Was ist das? Oh, die sind alt. Sehr alt. Ist das ein Bild? Nein, Handabdrücke. Die alle, ähm... Die ersten Menschen, die hier lebten. Vor den Römern sogar. Die ersten Menschen. Wir sollten weitergehen. Warte mal. Nur kurz. Das ist so schön. Das ist das. Es bringt mich zum Wein. Aber ich weiß nicht, warum. Halt es in Erinnerung. Komm. Ja. Ich weiß nicht. Irgendwie. Ja. Hält sich das bei dem Spiel in Grenzen. Ähm. Was sagst du eigentlich mit den neuen Dingen in Pokémon? Meinst du die Dingsbums? Also ich hab mir das, ähm, Video von BokoTutorialTV angeguckt. Mit den 18 Orden. Ähm, sprich, die 8 regulären Arenen plus 10 anderen Orden mit der Kräutersuche, dem Shiny Hunt aus Arceus. Ich will mich gar nicht spoilern lassen. Ich will mich einfach mal überraschen lassen. Bis wir beim Boot sind. Hoffentlich kommen wir da überhaupt hin. Ich sag dir, das bedeutet Pech. Ist nur ein Boot. Es heißt Laraskas. Der Fisch bedeutet Pech. Für dich bedeutet alles Pech. Los, patrouillier weiter und pass auf deinen Arsch auf. Wir sind gleich da. Laraskas. Lustiger Name. Was ist hier passiert? Hm. Hier hab ich das Gefühl, dass wir es einfach nur auf Länge gemacht haben. Hier schreift jemand auf. Ja. Ja. Lieber entsprechend. Na, weiß nicht. Ah! Lass'n zu! Bleib! Uah! Das wird wahrscheinlich... Das wird wahrscheinlich jetzt ein Fehler gewesen sein, dass ich die zwei gekillt hab. Wie viel. Dementsprechend hätte ich wahrscheinlich irgendwo wieder 50.000 mal sterben. Gesetzloses Pack alle zusammen. Ah, wir haben voll Hunger. Super! Da kann ich nicht hin. Schade. Ich weiß jetzt echt nicht, wo ich lang muss. Ich mein, das ist nicht unbedingt verkehrt, aber... Aber wenn alles irgendwie Zeitbedrängnis und was weiß ich ist, dann... Ich mein, hier ging's jetzt noch. Hä? Stören Friede! Schnappt sie euch! Da! Erledige ihn, Arno! Ja, ich mach kurzen Prozess! Eindringlinge! Zu mir! Eindringlinge! Gehört ganz dir, Arno! Ja! Nur du und ich! Verließe! 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 So, ich glaub dem Arno hatte ich jetzt getroffen, aber ich glaub dem interessiert das nicht. Da ist noch was drin. Ist doch schön, dass sie überall Truhen verteilen, aber wenn da fast nichts drin ist, dann ist es auch... macht es das auch bedeutungslos. Bei aller Freundschaft, Liebe und was weiß ich... Ähm, irgendwo ist auch mal gut. Oh, ein Bolzen! Hohoho! Wir geben der Amicia eine Armbrust! Cool! Du machst das Spiel auf! Hier hast du noch irgendwie einen schönen Skin für deine Armbrust, aber... Benutzen? Ganz selten! Aber wir spammen dir die Gegner da rein! Ja, das ist... Das muss man erstmal hinkriegen! Yay! Mir locken Truhen an! Womit würde ich zuspammen? Bin ich hier richtig? Die Dialoge verraten es mir so ein bisschen, aber... Irgendwie sagt mir mein Gefühl... Mh... Das ist eine schöne Matratze! Das ist kein Stroh, das ist... Naja, vielleicht hat der Stroh gefressen. Na dann... Boah, ich dachte das wäre eine Kröte oder so gewesen, aber war das nur ein bisschen... Bin ich denn hier? Ne, hier war ich doch schon! Könnt ihr mal sehen, wie verwirrend das alles ist, dass man auf alles gleichzeitig achten muss! Das Boot sieht aus der Nähe so groß aus! Wir haben trotzdem ein Problem in Rüstung! Macht einen nicht unsterblich! Kriegen wir schon hin! Jetzt kann ich also an die... Mach, lass ihn doch! ... Ja, einfach unendlich. Why not? Ich werde jetzt gleich sterben, weil ich es nicht gerade geschafft habe. So, ich muss erst mal weg. Vielleicht bist du da. Schau mir die Wiederholung auf YouTube auch an, wenn es kommt. Oder halt hier auf Twitch bis später. Alles klar, Justine. Was? Da könnte man wenigstens was droppen, aber warum denn auch? Wäre ja schön gewesen. Auch wieder nur Salpeter. So, jetzt habe ich noch Juna am Zuschauen. Sieht sicher aus. Ja, sicher genug. Da ist es. Amicia. Können wir es schon mal ohne Sophia ansehen? Ich weiß nicht, Hugo. Ich zeig's ihm. Ruhe dich aus. Ich glaube nicht lustig, dass du uns Kopfschmerzen bereitet hast, Arschloch. Also. Aufmachen. 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 Hab dich. Das war's dann für dich. Der Graf braucht dich nicht lebend. Oh, ein Quick-Time-Event. Geht's dir gut? Nein. Darauf war ich nicht vorbereitet. Und schon schuldig dir was. Du schuldest mir gar nichts. Du machst nicht die Regeln. Na schön, wir könnten auch für den Anfang Freunde sein. Versuchen wir es. Aber am Ende wirst du mich auch töten wollen. Sagt wer. Mal gucken, ob ich irgendwas... Wett... Ja. Oh, ich kann was machen. Schleuder. Doppelhalterung. Ja, das bringt ja nichts. Die Gegner sind sowieso. Oh, größere Kircher. Ja. Das brauchen wir auf jeden Fall. Kriegst viel zu wenig von dem Zeug. Ey. Mal kurz ein Licht anmachen hier. Ja, in die Kabine. Also, wie kriegen wir das Ding ins Wasser? Du lichtest mit Amicia den Anker und ich suche eine Route nach Lacuna. Es ist die Kurbel am Bug. Überlass das Bier. Ja. Na super. Ja. 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 Das ist eine Truhe. Da ist bestimmt wieder nichts drin. Ja. Nicht wirklich. Muss ich mal gucken, ob ich... Oh. Äh. Sophia scheint dich nicht zu mögen. Das ändert sich wie der Wind. Aber ich hab was bei ihr gut. Für was? Ich sollte sie töten und hab's nicht gemacht. Verstehe. So, dann kann ich die Ratten, glaube ich, dauerhaft ablenken. Moin Mama. Da ist ein Gegengewicht mit deinem Schloss. Ich kann es zerbrechen. Hilfst du kurz, Anno? Dafür bin ich da. Wir sind fast da. Bald zieht der Bruder la Kula. Ich hoffe es. Na dann. Sauberer Schuss. Lichten wir den Anker und segeln los. Er mag dich, also musst du es wissen. Hugo stirbt. Was? Sein Blut ist vergiftet. Wenn es eine Heilung gibt, dann auf der Insel. Dann sollten wir ihn hinbringen. Das werden wir. Amicia, geht es jetzt los? Hey, was hab ich gesagt? Zurück in die Kabine. Ja, Käpt'n. Also, dann zurück zum Anker. Jupp. Der Anker ist oben. Sehr gut. Und jetzt ist das Großsegel. Aufs Oberdeck. Ei, ei, Käpt'n. Ei, ei, Käpt'n. Ab nach oben. Gleich geschafft. Ich gehe nach Backbord. Äh, na gut. Ich zur anderen Seite. Auf dein Signal. So, jetzt. Ja, wir schaffen es. Wir kommen hier weg. Na dann. Was? Das Segel rollt sich bei mir nicht ab. Sollte es aber. Sophia, komm. Was jetzt? Was jetzt? Mist. Die haben mein Segel zusammengebunden? Dann binden wir's los. Wir haben keine Zeit, da hochzuklettern. Ich könnte es durchtrennen. Ja. Geh zum Steg aufs Steuerbord. Von da aus kommst du besser dran. Aber lass das Segel heilen. Das ist doch gut. Ich bin noch hier. Hä? Komm ich besser dran. Ich kann nur direkt hier. Was für einen anderen? Achso. Und dann fahren sie weg und ich muss mich beeilen, hineinzukommen. Das ist schön. Okay. Na dann. Ich bin ein Pirat. Ich bin ein Pirat. Wo willst du hin? Seht sich denn eure ganze Familie nach dem Tod? Schon gut. Ich hab dich ja. Nach Laguna. Na dann. So. Woher halten? Das Spiel, was dein Hype schnell wieder zerfickt. A Plugtail Requirem von Arsh Obo. Das Meer ist so ruhig. Nur wir und der Horizont. Genieß es. So. Dann genießen wir das auch immer schön. Ne? Wir machen es aber richtig. So. Chat. Bombeeren oder Kängurus? Ja, ihr könnt entscheiden, was ich nämlich rein spachtel. Warte mal, ich will mal gucken, ob es hier noch irgendwo eine Truhe oder so gibt. Schlafen hat's so gut getan. Kräuter und Salben. Ugo haben sie geholfen. Ich hoffe, er fühlt sich besser. Muss ich mir das jetzt nur angucken, oder? Ketten, Ringe. Sophia heißt ja mächtig elegant. Räucherwerk. Das riecht so gut. Der Chat will, dass ich gar nichts fresse, deswegen sind sie alle still. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na, komm. Ich weiß nicht, ob ich hier pennen kann. Na dann. Wissen wir Bescheid. Na. Sie muss viel herumgekommen sein. Und jetzt verschachert sie das Zeug vermutlich illegal. Sollte hier Ugo liegen? Schön atmen. Hey, Seemann. Immer noch auf Posten? Gibt's was zu melden? Vielleicht eine Insel? Noch nicht. Aber es ist so schön. So viele Farben. Und ich habe riesige Fische gesehen. Und ein Delfin. Das ist schön. So, wir haben uns jetzt mal komplett umgesehen. Gehen wir mal zu der Alten nach oben. Ja, das kriegen die schon hin, Mädchen. Du hast sie allein gelassen. Soll ich nicht rum. Du, ludest du auch mal nicht mehr da unten? Oh, nimmst du einen dicken Knüppel. Machst du, machst du, machst du, machst du das schon. Einmal im Monat. Musst du das schon machen. Gar nicht so anstellen. Sieh es einmal eine Windel an. Aber wie soll ich den dicken Knull, den da reinkriegen? Der saugt sich von selbst fest. Die sind kleiner, wenn sie noch trocken sind. Das klappt. Ja, wunderbar. Mutter-Tochter-Gespräch über die Periode. Bitteschön. Ich weiß, es gibt Gründe dafür. Wunden. Soll ihn nicht entschuldigen, aber... Amicia! Amicia! Oh, die Pflicht ruft. Verzeihung. Kein Problem. Danke. Amicia, komm! Guck doch! Da ist was, oder? Das ist sie, La Cuna. Es ist genau wie in meinen Träumen. Dankeschön. Was dort auch ist, wir werden es finden, ja? Inselabenteurer. Ja! Äh, weißt du, sollte ich sterben, macht das nichts. Was? Wovon redest du bitte? Der Magister Vaudor sagte mir, ich würde sterben. Nein, Hugo, vergiss das ganz schnell. Das wird nicht passieren. Bist du traurig? Ich freue mich, hier zu sein. Das Boot ist der Wahnsinn und ich mag Sophia. Aha. Haben wir die Gängeroes gegessen, weil der Chat still ist? Also, kommt einfach, wenn ihr soweit seid. Ja, klar. Ich freue mich, hier bei dir zu sein. So, wir haben alles gemacht. Ich will jetzt weiter. Hier kann ich mal, wenn ihr soweit seid. dass das Knusper vom Maik nicht aufgenommen wird. Hm, hm. Wohu! Bereit zum Entern! Tag! Wert ihr soweit, dann kommt! Ich zuerst! Ich bleibe. Ich repariere eine Kleinigkeit und komme nach. Gut. Wir sehen uns um, solange es noch hell ist und finden einen Unterschlupf. Klingt gut. Übrigens, hier gilt das Gesetz des Grafen. Seid nett. Ja? Sind wir. Willkommen auf Lacuna. Dies ist für dich, mein Kind. Deine Anwesenheit ehrt uns sehr. Danke! Was? Wir haben wohl einen neuen König. Guter König Ugo. Ganz genau. Du musst wissen, dass in den hellen Tagen alle Kinder Könige sind. Wie der Sohn der Glutasche, der fürsorglich über unsere Insel wacht. Deine Anwesenheit ist ein Segen. Du bist die Zukunft. Genau wie er. Denn er wird uns nämlich alle von der Dunkelheit erlösen. Bitte genießt die Festlichkeiten. Danke. Sie wüsste, dass Ugo vielleicht die Dunkelheit ist. Also, so kann es weitergehen, oder? Ja, was machen wir. Was die Kirche wohl dazu sagen würde? Sie sind wohl erfolgreich. Betet für unseren Erfolg. Nun kommt, eure Majestät. Wie in meinem Traum, Amicia. Das ist der schönste Ort, den ich je gesehen habe. Ja, ist sehr hübsch hier. Aber jetzt müssen wir finden, was dich hierher gerufen hat. Willkommen! Diese Straße führt zum Markt. Es gibt dort viel zu sehen. Dann schnell hin, los! Ja! Hey, wartet kurz. Ich habe von diesem Traum gehört. Und, naja, ich würde gerne helfen. Aber dazu muss ich wissen, wonach ihr sucht. Na gut. Also, es ist, äh, ein bisschen seltsam. Aber erzähl du, Ugo. Ja, in meinem Traum bin ich am Strand aufgewacht. Ich war krank und hatte große Angst. Aber dann bin ich einem großen Vogel gefolgt. Ich dachte, ich sterbe. Der Vogel hat mir Wasser gezeigt, das mich gesund gemacht hat. Und da war ein großer Baum. Und dann wache ich immer auf. Gut. Also, Vogel, Baum und Wasser. Könnte überall sein. Aber wohl besser als nichts. Wir können auf den Markt fragen. Los! Dann wollen wir mal. Ne? Oh, das ist toll. So viele Farben. Und Parfums. Amicia, fragen wir die Leute nach meinem Traum? Erzähl nicht, dass es ein Traum ist. Guten Tag. Und frag nicht zu viele Leute. Brauchst du Gewürze? Später vielleicht. Wir haben von einem Teich gehört, der Leute heilen kann. Wisst ihr, wo der ist? Keine Ahnung. Aber während der hellen Tage kann man sich auf viele Arten segnen lassen. Ah, gut zu wissen. Gibt es auf der Insel einen großen Vogel? Wir haben einige hier und da. Vielleicht siehst du sie ja. Gut. Danke für eure Hilfe. Gern geschehen. Kein Teich. Aber vielleicht Vögel. Ja. Direkt aus dem Garten unserer Mutter. Na dann. Kann ich mich schneller bewegen? Na, Fisch brauche ich nicht unbedingt. Boah, Schweinebraten. Hm, hm. Aber das ist kein Schweinebraten. Irgendwie sieht es ein bisschen... Dieses Jahr ist irgendwie mehr los als sonst. Ha, ich glaube wir haben diesmal doppelt so viele Stände. Alles für den perfekt gedeckten Tisch. Das sieht doch... Das sieht echt nicht schlecht aus hier. Fische, große Fisch, direkt aus dem Hanken. Abendrücken ist okay. Hierhin können wir. Wir brauchen noch Blumen zum Werfen für die Böden. Was ist da drüben? Segen. Willst du Hallo sagen? Ist sie lieb? Klar ist sie das. Na los. Hab keine Angst. Wie heißt sie denn? Lucinda. Du bist ja nicht Lucinda. Sie liebt dich. Wirklich? Da, das war ich. Ich liebe dich auf ziegisch. Alles in Ordnung? Sie hat mich angeschrien. Das nennt man meckern. So reden sie. Sie ist eine Zige. Das machen wir nun mal. Ist aber nicht nett. Du hast dich erschreckt. Mehr nicht. Gehen wir. Danke mal her. Ich stille Lucina. Hallo Gänse. Sie hat mich ehrlich gesagt auch erschreckt. Wäre keine schlechte Taktik, um den Feind abzulenken. Ja. Ich freue mich schon, dein Kampf meckern zu hören. Nächstes Mal. Na dann. Wusstest du, dass Ziegen keine Vorderzähne haben? Wie ein paar meiner Männer. Können wir bei Stoß? Das dauert so lang. Immer mit der Ruhe. Erst muss der Weg frei sein. Die bringen gerade Waren zum Platz. Ich will endlich den Rest sehen. Ich auch. Es wird Jahr für Jahr immer besser. Es geht also weiter. Das Dorf zieht sich bis ganz nach oben. Das sehen wir uns alles an. Der läuft voll im Weg. Ich trau dem Anno immer noch nicht. Alles klar. Dann fragen wir uns mal durch. Die Zerumonimor mit den Dekorationen. Und wir brauchen noch Leute, die uns bei den Vorbereitungen für das abendliche Festmahl helfen. Guten Tag. Hallo. Wir sind neu hier und haben von einem Strand gehört. Mit einem Teich. Ganz in der Nähe. Hm. Sehr speziell. Fällt euch was ein? Tut mir leid. Kenn ich nicht. Ich auch nicht. Da ist auch ein großer Baum. Tja. Davon haben wir viele. Oben auf dem Plateau wachsen einige. Trotzdem danke. Natürlich. Joa. Bin ich mal gespannt, ne? Warum wissen die nicht? Träume sind Geschichten der Seele, Winzling. Nicht von dieser Welt. Wir fragen weiter. Es geht bestimmt gleich nach oben. Und da das, die Zeremonie morgen ist, müssen wir wahrscheinlich auch morgen dahin. Und nachts wird es dann wahrscheinlich wieder so eine Stealth-Action sein. Die Tänzer und Musikanten sind eingetroffen. Die Festlichkeiten werden gleich beginnen. Kommt. Komm, ich kann's kaum erwarten. Wir sind doch auch gerade auf dem Weg dahin. Was ist mit den Soldaten des Grafen hier? Die sehen ziemlich entspannt aus. Andere Hauptmann, andere Männer, anderes Land. Kein Grund zur Sorge. Gut. Ich hoffe, es gibt einen Drachenmann. Den würde ich auch gerne sehen. Das ist ein Mädchen, okay. Ich war ja gerade ein bisschen verwirrt. Können wir vielleicht mit dem Kofa kuppeln. Das war nicht in meinem Traum. Aber es ist toll hier. Es ist alles so traumhaft, ja. Inseln können nette kleine Oase sein, aber sie sind zerbrechlich. Oh, nicht so trübselig. Gesang. Sie sind da. Die fangen sicher gleich an. Bitte, bleib im Rhythmus, Lucy. Keine Improvisation, ja? Ich singe für den Sohn der Glutasche und er braucht Energie. Aber nicht so viel. Also schön, aufgepasst. Bald geht's los. Los, schneller. Letztes Jahr war grandios. Ob Sie das übertreffen können? Naja, Sie haben monatelang geübt. Ich hoffe, Sie kommen wieder über den Hauptplatz. Das ist der beste Teil. Ja, Wasser. Baum. Gesang. Bin ich mal gespannt, ob der dem Ugo wirklich helfen kann. Oder ob wir hier die Insel auch mal wieder kaputt machen. Das zieht sich jetzt so ein bisschen. Es gab hier jetzt eine Speicherei. Dementsprechend mit hier wahrscheinlich. Tänzer, Tänzer, Tänzer. Das sehe ich. Kannst du diesen Tänzer noch? Sehe ich so aus? Man weiß ja nie. Ich will dich tanzen sehen. Du bist 30 Jahre zu spät, Kleiner. Dann stelle ich's mir vor. Der Marsch der Hingabe hat begonnen. Die Prozession kommt. Schnell, Amicia. Gesegnet sei der Sohn der Glutasche. Sie sind hier. Hallo. Gerade rechtzeitig. Wow. Na, möchtet ihr sie vielleicht mit Blumen segnen? Einfach auf sie werfen? Genau. Also so? Preise den Sohn. Warte. Ich segne auf die Tänzer. Ugo. Ihr seid alle gesegnet. Oh je. Der Kleine hat Spaß. Vielen Dank. Tut mir leid. Ach, muss es nicht. Er ist seinem Herzen gefolgt. Jetzt sind sie viele Jahre lang gesegnet. Du bist ne Wucht, Kleiner. Folg mir der Papp. Ich finde segnen toll. Tja, warum wohl? Joa, Sachen verschütten. Immer super. Ja. Vor allem, wenn man sich aufräumen muss. Ich weiß nicht, ob wir uns hier die Stadt mal ein bisschen... Gesegnet sei die Mutter. Die Mutter wird gleich sprechen. Siehst du die vielen Leute? Was ist hier los? Bin ich mal gespannt. Wo ist sie? Sie sollte längst hier sein. Verzeiht, mein Herr. Nun gut. Ja. Ihr alle kennt mich. Ich bin kein Mann großer Worte. Emilie, eure Priesterin, wird bald hier sein. Sie wird die hellen Tage mit wunderbaren Worten eröffnen. Mit den Worten einer Mutter. Der Mutter des Sohnes der Glutasche. Jener Sohn, der dieses heilige Land... ...vor verseuchten Ratten und Krieg bewahrt. Vor Ratten. Nein, halt! Was tust du da? Weil es der Graf ist, Amicia. Unsere Abmachung. Ruf deine Ratten. Warte, was? Das war die Abmachung? Du hast mich also gerettet, damit er den Grafen für dich tötet? Ihr habt überlebt. Das hat seinen Preis. Nein. Man darf ein Kind nicht so für sich ausnutzen und das dann eine Abmachung nennen, Arno. Wir sind seinetwegen hier. Du wirst das nicht ruinieren. Scheiß drauf, ich brauche euch nicht. Nein! Arno! Ich wusste es. Diesmal werde ich treffen. Der Kerl gehört mir. Holt das Mädchen! Nein! Nein! Das ist nicht unser Kampf! Lauf! Was? Es war so klar, dass da was passiert. Bei aller Liebe. Oh. Ich hätte es kaum sehen müssen. Deshalb kann man anderen nicht trauen, Hugo. Nichts bleibt für uns gut. Alles wird immer schlecht. Immer. Warum? Wir gehen zurück. Es ist zu spät. Nein. Die Dinge sind nicht immer gut, aber wir können das ändern. Wie? So wie wir es immer tun. Wir kämpfen. Wir halten Arno auf, bevor Schlimmeres geschieht. Wir retten deinen Traum. Wir müssen zurück. Und zwar möglichst diskret. Erstmal die Hühner verscheuchen. Ist immer gut. Und wenn Arno tot ist oder den Grafen getötet hat? Dann sehen wir weiter. Denk dran. Wir schaffen das? Zur Hölle, ja. Jetzt flucht doch mal nicht die ganze Zeit, Mädchen. Hält dich fit? Warum gibt es so viele Werkbänke, wenn du sowieso nicht so viel kriegst? Ich hinterfrag's mal nicht. Wir müssen irgendwo drüber steigen. Ja, lass mich raten. Pass bloß auf. Ich weiß. Keine Angst. Ugo? Hier. Schieb den Karren zurecht. Warte, 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 warte. Ich will mal was gucken. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas drin ist. Naja. Munition sind wir soweit voll. Bis auf ihr Linksbums. Das ist natürlich ein Grund, ihn anzugreifen. Ich glaube, die mögen sich einfach nicht. Vorsicht. Wenn hier jetzt nicht nur Werkzeug... Was haben wir denn hier? Ich will... Ja, immerhin Werkzeug. Immerhin ein Werkzeug. Dann können wir gleich nochmal was verbessern. Mal sehen, was sich machen lässt. Doppelhalterung. Armbrust. Alchemie. Ja, mich hier verbessert. Ich bin schon in der Lage, Gegner mit einem Topf voll Ignifer zu töten. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Hinnentasche. Werkzeuge. Überall ohne. Das ist auch nicht schlecht. Aber wir finden so wenig davon, dass ich mir denke, ja, nee. Ich sehe jetzt einfach nicht den Nutzen da drin. Hoch. Komm, hoch mit dir. Ja. So, noch da ist. Ist eigentlich die Juna noch im Stream? Ja. 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 Mit deinen Werkzeugen und um... Der Vogel ist böse. Aber du bleib einfach bei mir, dann wird alles gut. Los jetzt. Entdeckung. Ach. Töte sie. Ja. Komm schon, los! Schnell! Los, los, los! Oh, ihr wollt also spielen? Bring mir ihre Augen! Los! Er ist so schnell. Ein Fehler und wir sind dran. Ich rate, ich muss es jetzt ausmachen. Los, schnapp sie dir, du lausiger Spatz. Flieg! Das darf nicht der Vogel aus deinem Raum sein. Ist er nicht, wir finden deinen Vogel. Da, Angriff! Rüber mit dir. Komm schon, los! Komm, los! Ja! Natürlich! Er ist so schnell. Ein Fehler und wir sind dran. Ja! Na los! Irgendwann macht ihr einen Fehler. Weit mir ihre Augen! Los! Angriff! Los, schnapp sie dir, du lausiger Spatz. Bitte! Das darf nicht der Vogel aus meinem Raum sein. Ist er nicht, wir finden deinen Vogel. Ich weiß, dass ihr ihr seid. Flieg! Eieiei! Abgerichtete Falken, hier will ich wirklich... Alle, man kann es echt über... Naja, ist egal. Ja, ja, schnell! Sie sind hier, der Graf lebt noch. Kannst du ihn aufhalten? Halt, Spawn! Ich mach dich kalt! Wie deine Männer! Du stirbst doch sowieso! Was sollen wir tun? Hin! Nein! Du miese Verräterin! Die Schuld trägst du selbst! Das ist seine Armee? Ein Mädchen und ein Junge? Nein, warte! Victor, halt! Emily? Verliere nicht die Beherrschung. Sie half. Sie sind keine Gefahr. Natürlich. Ich töte deine Schlampe, Graf! Ich zeig dir, wie es ist, etwas zu verlieren! Du warst schon immer ein Schandfleck für die Ritterschaft. Und eine verdammte Nervensäge. Geht es dir gut? Sperrt ihn weg. Ich kümmer mich später. Woher kennt ihr dieses Biest? Wir teilten ein Boot und lernten uns dort kennen. Aber ich wusste nicht, dass er hinter euch Herr war, mein Herr. Also, wenn ihr keine Banditen seid, wer seid ihr? Amicia. Und das ist mein Bruder Hugo. Er fürchtet sich. Keine Angst, bitte. Du warst niemals in Gefahr, Kleiner. In diesen Tagen feiern wir das Leben und den Frieden. Würdet ihr beim Abendessen unsere Gäste sein? Seid ihr sicher? Ich meine... Natürlich! Emily hat recht. Nehmt es als Dank für eure Hilfe. Kommt mit uns. Er hat sich eine gute Frau gesucht. Er hat was im Kopf. Definitiv. Okay, grafisch sieht das schon echt geil aus. Es war nur eine Cutscene, aber trotzdem. Ugo, komm. Nun, wie gefällt euch unsere Terrasse? Ist das wirklich euer Haus? Unser Zuhause. Es ist unglaublich. Kommt, kommt rein. Wow, so groß. Ja, und das ist nur ein kleiner Teil des Palasts. Oh, hättet ihr gern ein paar Datteln, bevor wir euch euer Zimmer zeigen? Datteln? Was ist das? Eine Frucht, Ugo. Darf ich? Na komm, natürlich euer Gnaden. Ugo, langsam bitte. Ja. Ich weiß, dass hier alles sehr förmlich wirkt. Aber bitte, hier bin ich nicht euer Gnaden. Ich bin die Mutter. Seid ganz ihr selbst. Ja. In den hellen Tagen sind alle Einwohner von Laguna eins. Vereint um den Sohn der Glutasche. Lecker! Haha, ein bon vivant. Vorsicht, die sind gehaltvoll. Und, wo kommt ihr her? Garen, wir sind vor dem Krieg und der Pest geflohen und suchen ein besseres Leben. Wir hatten von dieser Insel gehört. Ihr seid hier genau richtig. Gehen wir weiter. Ihr seid sicher müde nach diesem Abenteuer. Das ist großartig. Ich weiß. Ich freue mich auf unser Zimmer. Agnes, richte bitte ein Zimmer für zwei her. Natürlich, Mutter. Sie ist ihre Mama? Nein. Nur symbolisch. Und das sind unsere Gärten. Mein Lieblingsort. Herrlich. Endlich. Die Becken sind gesäubert. Ja. Sind sie nicht hübsch? Ihr seid ganz schön jung für so eine Reise. Wo sind eure Eltern? Mama ist irgendwo, aber Papa wurde getötet. Von wem? Wie? Ähm, Ugo. Oh. Nicht so militärisch. Ähm, du kennst mich ja. Komm zu mir, Ugo. Ja. Siehst du diese Pflanzen? Die meisten sind nicht von hier. Aber wir konnten sie trotzdem großziehen. Und sie sehen toll aus. Danke für Liebe und Pflege. Wir sind genau wie die Pflanzen, weißt du? Wir trinken Wasser. Und wir brauchen guten Boden. Liebe und Pflege. Das Land steht euch offen, wenn ihr hier wachsen wollt. Aber das entscheidet die große Schwester. Oder, Amicia? Vielen Dank. Das waren nette und wahre Worte. Ich möchte euch noch etwas zeigen. Victor? Natürlich, Ugo. Komm, Ugo. Dieses Land ist stark. Der Sohn der Glutasche haucht ihm Leben ein. Wir schufen ihn zu Ehren die hellen Tage. In der Hoffnung, dass er wie prophezeit zu uns zurückkehrt. Zu uns? Zu Mutter und Vater. Und zum Volk. Wir beten nicht zu ihm als Gott. Zu unserem tief schlafenden Kind. Wir lieben und ehren ihn. Um sein Feuer zu erneuern. Na dann. Amicia, auf dem Stein. Das ist mein Vogel. Moment. Wollt ihr mit mir beten? Auf welche Art es euch beliebt? Sicher. Ugo? Ich bete zum Vogel. Eine kleine Flamme. Doch hell in der Nacht. Auf das er als Sonne, als Sohn erwacht. 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 Danke. Herzlichen Dank. Wollen wir gehen? Ähm, Verzeihung. Mutter. Dürften wir für Vater beten? Ugo? Ja. Ich verstehe, natürlich. Ich warte auf euch. Kommt, wenn ihr bereit seid. Lieber Vater. Ugo. Ist das wirklich dein Vogel? Sieh genau hin. Oh. Ja. Ich kann es fühlen. Derselbe Schnabel und... Ich weiß es einfach. Gut. Sehr gut. Gehen wir wieder zu Ihnen. Und erzähle hier niemandem was davon. Ja? Das ist unser Geheimnis. Ich weiß. So. Gut. Dann wollen wir mal. Sollen wir jetzt der Mutti folgen? Alles klar. Marme. Ist alles für morgen bereit? Ja. Die neuen Roben sind herrlich. Es wird perfekt. Verzeihung? Oh. Wollen wir? Gerne. Wir danken euch. Wie weit bin ich eigentlich? Dass ihr dem Sohn so bereitwillig geholtigt habt. Ja, 41%. Ich weiß nicht. Glauben sind wir denn jetzt eigentlich dran? Ich glaube, gestern knapp sechs Stunden, ne? Ja, knapp acht. Das erste war, da waren wir mit zwölf Stunden durch. Jo, man kann es auch übertreiben. Das können wir nicht annehmen. Unsinn. Ihr seid unsere Gäste. Ein köstliches Abendessen wartet. Ein Abendessen, Amicia. Pssst. Und wir besorgen euch neue Kleider. Anscheinend war eure Reise lang. Werdet ihr Arno töten? Ugo. Er kommt vor Gericht. Wie alle, die Böses tun. Und er tat dies oft. Aber du kannst als Zeugnis für ihn aussagen, wenn du das möchtest. Doch nun genug davon. Kommt etwas zur Ruhe. Und morgen könnt ihr gern Lacuna erkunden. Die hellen Tage sind die beste Zeit dafür. Danke. Dankeschön. Meine Gräfin. Na dann. Ein Meer an Versprechen. Kapitel 9. Geschichten und Offenbarungen. Na dann. Das Kapitel. Das letzte Kapitel ging. Aber diese ständige Passagen. Die einfach so ulter. Die viel zu lange sind. Mit viel zu vielen Gegnern. Die machen es wieder kaputt. Diese Kleider sind so bequem. Äh. Ja. Hey. Komm her, du Schlafmütze. Ach komm schon. Das ist die Sonne. Sieh doch. Es lohnt sich. Wow. Das ist... Das ist wie ein Traum. Ja. Genau. Wie in meinem Traum. Wie wär's? Essen wir was und ziehen dann los? Auf geht's. Wow. Es ist wunderschön. Können wir was spielen? Hey. Wir wollen herausfinden, warum du von dem Ort träumst, oder? Ja. Lass uns gehen. Kann ich jetzt endlich los. Erkunde. Taules Wetter um die Gegend. Erkunde. Ja. Insel Entdecker. Finden wir erst den Ausgang. Oh. Sieh dir das an. Die ist so groß. Ich zähle auf dich. Verstanden? Halt die Augen offen. Ja. Mit der Sperrangel. Weit offen. Sperrangel. Weit. Sperrangel weit offen. Oh. Das ist merkwürdig. Ja. Ein wenig schon. Dieser Ort ist nur für Hauspersonal. Tut mir leid. Hauspersonal? Wie unsere Bediensteten zu Hause. Dieser Ort ist wirklich beeindruckend. So groß. Ich würde mich verlaufen. Könnte mich dran gewöhnen. Wärst du dann eine Gräfin? Oh nein. Wie ein kleines Kind. So viel Verantwortung. Ich schicke die neue Bedienstete. Ach, Rami ist ja, du wärst das tolle Gräfin. Ich bin kaputt. In der Arno, da kann er, da kann er da einen Scheißeimer leer machen. Ich schicke die neue Bedienstete. Guten Tag auch. Guten Tag. Danke. Wird ein heißer Tag heute. Das ist wohl wahr. Kaum vorzustellen, wie sich das mit Helmen anfühlen muss. Geht es da raus? Denke schon. Ich schicke die Wache. Man sieht, dass der Graf reich ist. Woran? Zu viele Wasserbecken. Das stimmt wohl. Naja, bei einer Insel? Weihnacht. Hallo. Dürfen wir rausgehen? Sicher. Genieß die hellen Tage. Ist mal schön, mal ein bisschen Ruhe zu haben. Guck geschlafen? Hallo Sophia. Schön dich zu sehen. Woher wusstest du... Wo ich euch finde? Das ist mein Leben, Schätzchen. Früh aufstehen, beobachten, lauschen und das Beste draus machen. Dass Arno hinter Gittern sitzt, weiß ich auch. Ja. Dieser Mistkerl. Er verdient es. Er verriet uns und hat Ugo benutzt. Welchen Nutzen könnte so ein winziger Kerl den in sich tragen? Oder bist du nützlicher, als du aussiehst, kleiner Mann? Ich meine es ernst, Sophia. Arno mag dein Freund sein, aber er hätte uns fast getötet. Also habt ihr gestern Abend seine Gefangennahme mit dem Grafen und seiner Frau gefeiert? Nein, die sind unwichtig für mich. Ich knie vor niemandem, Sophia. Keinem Grafen, keinem König, vor keinem. Nur Ugo ist mir wichtig. Alles klar. Ich habe einen Nerv getroffen. Ich habe dich nur geärgert. Ich weiß nun mal gern, wer meine Freunde wirklich sind. Was ich hier höre, gefällt mir. Oh, oh. Kommt. Das nicht, das war... Drehen wir eine Runde. Ja. Mit Absicht. Der erste nicht. So. Ich habe mich heute Morgen etwas umgesehen. Wisst ihr schon, wohin ihr geht? Noch nicht. Nein. Lasst euch Zeit. Das Wetter ist schön. Die Leute feiern. Selbst die Wachen sind freundlich. Nur deshalb sind wir noch nicht im Gefängnis. Hier wird gebetet. Okay. Sollten wir nicht unsere Sachen ausliefern? Wir haben noch Zeit. Das Festmahl ist erst abends. Die haben bestimmt noch nicht angefangen zu kochen. Was ist denn hier los? Das ist ja schlimm hier. Das ist der Vogel von dem, der... Ist das der aus deinem Traum? Fast. Irgendwie komisch. Er scheint auf etwas zu blicken. Oh. Eine Schatzsuche. Jetzt schon? Also, mal sehen, was er sieht. Ein Traum und ein Vogel, was? Ugo hat oft von diesem Ort geträumt. Schon bevor wir überhaupt herkamen. Und jedes Mal kam ein Vogel vor. Na gut. Warum nicht? Da! Er hat einen anderen Vogel angeschaut. Ja, stimmt. Und wo sieht der hin? Finden wir es heraus. Hier ist alles so anders als in Guayenne. Selbst die Gerüche. Ja, es riecht... Heiß. Ist es in Guayenne heiß? Nicht so wie hier. Glaub ich dir. Ich hoffe nur, es wird nicht noch heißer. Nein. Das Wetter wird perfekt. Dem Sohn sei Dank. Also, wir müssen jetzt von Vogel zu Vogel rumreisen. Wundert mich, du wunderschön. Oben, Essen ist fertig. Danke. Nur noch ein paar Ziegel. Gehst du zum Fruchtbarkeitschen? Kletter hoch. Alles klar. Vielleicht haben wir dieses Jahr endlich Glück. Ich hoffe es. Ihr habt euch den Segen des Sohns verdient. Blickt er da etwa auf ein Zelt? Ein Jahrhundertealter Vogel interessiert sich für ein Zelt. Sollen wir es uns ansehen? Ja. Marma, die Frage ist nur... Wo komme ich da jetzt wieder hin? So, wollen wir mal. Kann ich hier nichts sammeln oder so? Oder einfach da rüber... Doch, kann ich. Rüber mit dir. Ich kann auch ein bisschen schneller rennen. Aber eigentlich... muss ich das nicht. Aber ich bräuchte eigentlich mal einen FPS-Zähler oder so. Das Problem ist, wenn ich jetzt den Shadowplay-Leistungszähler nehme, nimmt er nur die Capture-Card und die gibt halt konstant 60 FPS weiter. Darauf ist sie eingestellt. Dementsprechend werde ich halt 59 bis 60 FPS kriegen, wenn ich jetzt Alt und R drücke. Weil der Rechner ja nichts macht. Ja. Konstant. 69 bis 70... äh, 59 bis 60. Möge sein Feuer uns den Weg erleuchten. Hina. Hallo. Wir sehen uns nur die Statue an. Tja, lasst euch nichts stören. Wo ist der nächste Vogel? Bestimmt hinter dem kleinen Hügel versteckt. Vorwärts! Die Jugend. Sucht jetzt schon Steine statt Gold. Das ist ja alles ganz schön, aber eigentlich heillose Ketzerei, oder? Ja. Man muss Graf sein, um sich dieses Risiko erlauben zu können. Die Insel ist so abgelegen. Das hilft vermutlich. Und Gold kann jedes Auge verschließen. Naja. Okay, das mit den Drachen ist cool. Noch eine. Mensch, ziemlich große Vogelsippe. Suchen wir den nächsten. Stellt euch vor, wir finden ein Nest. Nein, das muss etwas zu bedeuten haben. Sicher. Glaub ich auch. Die Vogeljagd geht weiter. Na dann. Wir sind jetzt in diese Richtung. Ja, so ein Fadenkreuz wäre schon mal ganz... Boah, wo hab ich denn das? Ich hatte doch irgendein Spiel gespielt, wo oben ein Fadenkreuz war. So Norden, Westen, Süden, Osten. War das ein Spiel, was wir gestreamt haben? Nee, ne? Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West. Nicht, dass ich wüsste. Ancora Lost Days auch nicht. Eine für die Mutter, eine für den Vater. Bist du müde, Ugo? Nein, alles gut. Wir sind viel gelaufen. Die Insel ist groß. Sie ist groß. Aber wunderschön. Ich mag sie. Gut. Müsste auch irgendwo wieder so ein Vogel sein. Aber ich bin froh, hier zu sein. Ich freue mich schon auf das Fest. Ich auch. Fische, Fische. So frisch, dass sie noch vom wunderschönen Meer... Ich darf nicht raten. Wir müssen irgendwie da runter. Ein Vogel hatte von dort hier runter gezeigt. Aber es war noch nie eine Statue so weit entfernt. Dementsprechend weiß ich gar nicht, ob ich hier gerade genau richtig bin. Ich habe so das Gefühl, irgendwas passiert hier doch mal wieder. Gucken wir mal, ob hier irgendwas drin ist. Joa, so weit. Amicia, wir sollten nicht hier sein. Hier könnte etwas Wichtiges sein, Ugo. Außerdem gibt es nichts Spannenderes, als an einem unerlaubten Ort zu sein. Wirklich? Sie macht nur Witze. Stimmt, Sophia? Ähm, klar. Können wir wieder die Vögel suchen, Amicia? Ja, ich weiß, Ugo. Meine Güte, lass mich doch mal... Immerhin ein Werkzeug. Das ist doch schon immer gut. Eine Armbrust. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Aber wir haben ja eigentlich eine schöne. Wir kriegen nur keine Bolzen dafür. Es ist aber mal schön, hier so ein bisschen Ruhe jetzt zu haben nach diesem Ganzen. Ähm, uns fällt nichts ein. Wir müssen jetzt Ewigkeiten, äh, alle drei Tage... Vorsicht, das geht runter. Gut, gut. ...dich Ewigkeiten und drei Tage durch die, äh, durch Gegnerhorden jagen müssen. Damit du halt eine Million Milliarden Mal stirbst, weil wir einfach... Weil wir es so lustig finden. Ne, Arschobo. Aber... Das hier ist mal ganz nett. Das ist der nächste Vogel. Ja, da kann ich auch gleich... Toll. Kann ich auch gleich durch. Was zum Verstecken. Ach, nee. Macht doch nicht schon wieder gleich so einen Stress. Das ist es, Ugo. Dein Vogel hat uns hergeführt. Leck attack. Hat natürlich keiner mitbekommen. Die Insel. Das ist eine Karte von der Insel. Sie ist uralt. Ich denke, hunderte von Jahren. Bestimmt byzantinisch. Es gibt hier wirklich viel in dieser Art. Sieh doch, Amicia. Da ist die Zeichnung. Welche Zeichnung? Die Zeichnung aus dem Orden. Ja. Ich erkenne es. Welcher Orden? Ein sehr, sehr alter Alchemistenorden. Du hast uns auf dem Boot gehört, Sophia. Ugo ist krank. Es ist nicht ansteckend. Doch der Orden wollte ihn wegsperren, um über ihn zu verfügen. Aber ich... Du kniest vor keinem. Verstehe. Also, wonach sucht ihr hier genau? Nach was auch immer ihm hilft. Es ist einfach. Dieses Symbol zeigt wichtige Bereiche an. Dieses da. Also, das kann man nicht übersehen. Die Zähne! Sie nennen sie las Madres. Die Mütter. Oh. Ich weiß, öde. Es ergibt Sinn. Gehen wir diese Mütter besuchen. Die Zähne! Kommst du mit uns? Wenn ihr das möchtet. Ich stehe in eurer Schuld. Dann mal los! Ja, jetzt wird geklettert! Ähm. Der Ausblick von da oben ist sicher beeindruckend. Oh, ich kann es kaum erwarten! Es fängt schon an zu dämmern. Ich weiß ja, ob das noch eine gute Idee ist. Ja. Was? Seht! Da ist ein Haus in den Zähnen. Ja. Eine Art Tempel? Ein Heiligtum. Habe ich zumindest gehört. Jetzt will ich unbedingt mehr darüber wissen. Klar. Das wird unser erster Halt. Es wirkt so schön. Ist auch wieder so ein komisches... ...Ding. Jetzt weiß ich nur nicht, wie ich da rüberkomme. Ah, da. Okay. Wir haben also einen magischen Vogel, einen uralten Alchemistenorden, die Visionen des Kleinen. Tja, was kommt als nächstes? Hugos Krankheit ist ungewöhnlich. Unsere Mutter ist Alchemistin, aber sie konnte nichts dagegen tun. Es ist fast wie ein Fluch. Wer verflucht denn so ein süßes Baby? Ich bin kein Baby. Es ist die Blutlinie. Diese Sache existiert bereits seit... ...Anbeginn der Zeit. Es ist ungerecht, aber... ...leider war Sophia. In Gaën jagte uns die Inquisition deswegen. Wir entkamen nur knapp. Es war schrecklich. Sie haben alle getötet. Hier ist ein Zeichen. Na gut. Wir werden finden, wo... ...so verständigen sich Schmuggler. Jemand hat hier Geschäfte gemacht. Wofür steht das? Wenn etwas schief geht oder eine Kuh sich aufteilt, hinterlassen sie diese Zeichen. Damit einer von ihnen die versteckten Sachen holt. Ein Schatz? Eher Waren wie Wein oder Lebensmittel. Auch wertvoll. Interessant. Ich will auch was verstecken. Einen Stein vielleicht? Naja, ich will zwar jetzt nicht sagen, dass du hier... ...werf ihn doch einfach weg. Ja, was denn? Hab ich doch, oder nicht? Oder hab ich mich jetzt vertan? Stimmt irgendwo am Wasser oder so? Oder was wollte der jetzt von mir, dass wir uns angucken? Ich suche gerade nach irgendetwas, was vielleicht verdächtig aussehen könnte. Weil die haben mich jetzt ein bisschen getriggert. Wir kriegen hier so wenig vom Spiel, weil die einen das einfach geil finden. Lol. Ne, wir haben ja einfach nur einen alten Angelplatz geraubt. Kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht da oben auf dem Hügel, auf dem kleinen. Also an sich, so das Muster sieht ja schon ganz cool aus. Aber irgendwie... ...machen mich diese... ...haben mich diese fünf Dinger jetzt nicht unbedingt glücklich gemacht. Ein bisschen enttäuschend. Aber okay. Hier haben wir wieder was. Eins. Drei. Das andere könnte eine zwei sein. Windmühle. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Naja gut, was du finden, finden wir fertig. Kann man die da nicht einfach drin warten lassen? Wir müssen die noch nicht... Ah, ne Truhe. Lol. Das ist... Ich hab keine Ahnung. Du sagst, eine verschlossene Tür kann mich nicht aufhalten, aber... Ich sag mal ganz ehrlich, ich hab keine Ahnung. Und ich kann da nicht... Ich kann da nicht rein. Willst du mich verarschen? Boah. Komm schon. Ist da irgendwas? Du bist so ein Eroberer? Nur Türme. Der Rest interessiert ihn nicht. Türme sind am besten, weil man sie besteigen kann. Aha. Fängt aber schon früh an. Wollt ihr da Justin mal nicht irgendwie... Ah, da war ein Messer drin, glaub ich. Was wohl dort oben ist? Ich kann doch ein Messer tragen? Oh, das ist lame. Glaubst du, mein Vogel ist eine Mama? Wer weiß. Blöde Leitern. Ach. Also Mädchen. Für ne Räuberin. Gut, gut. Für ne Räuber... Räuberbanden. Chefin bist du aber echt schlecht in... Oh, Mist. Was haben wir denn hier? Gut. Dann an die Arbeit. Ernsthaft. Mal sehen, was sich machen lässt. Werkzeug. Immerhin. So, Armbrust. Nein. Ausrüstung. Werkzeuge. Ernsthaft? Ich hab nicht genug Teile? Das ist lame. Leben. Hm, denk dran, wir müssen aber wieder runter. Hier kann man alles sehen. Hat sich gelohnt. Huch. Nette Aussicht. Das war doch nicht alles. Komm näher. Jetzt kannst du dich wie dein Vogel fühlen, wenn er hier oben sitzt. Nicht wie irgendeiner. Wie ein Raubvogel. König der Vögel. Was siehst du? Ich sehe, wo ich jage. Und was jagst du? Würstchen. Weißt du, was Raubvögel noch machen? Sie kreischen. Bereit? Ja. Sophia kreischt auch mit. Stimmt's? Bin eine geborene Kreischerin. Auf drei. Eins. Zwei. Drei. Go. Na dann. Na dann. Gehen wir runter. Alles klar. Was? Bin gut gekreischt. Okay. Klettern wir runter. Vorsichtig. Also dass ich nicht genug Materialien habe oder Stücke habe sozusagen, wie sie sie auch nennen. Das triggert mich jetzt doch schon hart. Ich kann ihn nicht runter. Okay. Dann wohl den offiziellen Weg. Nö. Nö. Amicia. Bienenleute. Schon gut. Die hier sind bestimmt nett. Klar sind sie das. Die machen Honig. Und ich liebe Honig. Ich auch. Wer nicht? Aha. Ja, unsere erste Begegnung mit solchen Bienenleuten war ja auch ein bisschen interessant. Das ist ein Grab. Ein Hügelgrab. In meinem Traum war kein Grab. Dann suchen wir weiter. Na ja, komm, eine ganze probigen Schwefel. Das ist jetzt auch nicht unbedingt das wahre. Dann gehen wir mal weiter. Ich weiß nicht. Die Drohnen hier sind alle so ein bisschen enttäuschend. Irgendwie. Das Spiel meint es. Also der Entwickler meint es echt nicht gut mit ihren Spielern. Aber, ja, aktuell genieße ich es gerade so ein bisschen, was man auch daran merkt, dass ich gar nicht so viel quatsche. Also einfach mal so ein bisschen die Atmo reinwirken lassen. Was ich hoffentlich, beziehungsweise was ich hoffentlich in eurem Interesse mache. Lass mich raten, offiziell kommen wir hier nicht rein. Das ist er. Der Weg zum Heiligtum. Also sind wir hier fertig? Ja, gehen wir. Das wird ziemlich anstrengend. Wer zuerst oben ist. Hey, ganz ruhig. Ich will dich nicht tragen müssen. Angst haben. Das war mal okay. Müder zu sein als du. Ich brauche das Meer. Die Berge konnte ich noch nie leiden. Ich mag Berge. Sie sind mächtig und groß. Steht man auf dem Gipfel, ist man auch so groß. Es ist das erste Mal, dass er einen besteigt. Wenn das so ist, dann lass uns zusammen mächtig und groß sein. Erreiche das Madress. Seht nur, wir sind fast am Heiligtum. Aber warum haben die denn spanischen Namen gegeben? Ach komm, ohne Schweiß kein Preis. Sieh nur, wie groß es ist. Was erwartet ihr denn dort zu finden? Ich will den echten Vogel sehen. Oder den Baum. Den Teich. Ein Elixier wäre mir lieber. Etwas, das dir wirklich hilft, Hugo. Vielleicht hat der Vogel es ja. Oh, da ist Wasser. Wie kann er in dieser Hitze rennen? So sind Kinder. Er kann auch im Nu einschlafen. Sieht frisch aus. Ist es auch. Genau, was ich brauch. Hey, Hugo. Du hast etwas Dreck im Gesicht. Ich mach ihn weg. Ah! Wasserattacke! Hey! Gegenangriff! Für die der Ruhm, das ist gut. Gut, ich geb auf. Für die der Ruhm. Ich glaube, es ist das erste Mal jetzt, dass sie eben gerade den Nachnamen von denen erwähnt haben. Als Seefahrerin von Wasser besiegt? Er hat mich im Auge getroffen, klar? Das war Absicht. Okay, also hier kann ich das... Mein Bruder, was für eine Familie. Gut gemacht, Hugo. Ich werde mich rächen. Das ist zwar schön, aber ich finde es halt gerade ein bisschen... Komisch, dass es hier so Feuer gibt, die ich entfachen könnte. Jetzt aber aktuell nichts bringt. Das bedeutet... So wie es aussieht... Wird es oben bald Nacht sein und wir müssen irgendwie fliegen. Wir können uns mit Ratten wieder entgegen. Entgegen. Ziegen? Das sind so viele Amis hier. Ach, keine Angst. Die fressen lieber ihre Olivenblätter als kleine Kinder. Ja, aber sie schreien. Ich bin hier. Sieh mal einer an. Unser wilder Krieger hat also Angst vor Ziegen? Das sind so viele. Wollt ihr zum Heiligtum des Sohnes? Ja. Dann kommt ihr leider zu spät. Die haben schon das Tor geschlossen für die Zeremonie. Zeremonie? Ach, der Kleine hier wollte unbedingt dabei sein. Naja, auf dem Ziegenpfad da an der Seite kommt der näher hin. Aber geht nicht zu nah ran. Der Graf und die Gräfin sind da oben und die Wachen sind nach all dem Ärger gestern nervös. Die mögen keine ungeladenen Gäste. Behalten wir im Hinterkopf. Danke. Ja, was sind wir? Übrigens, wenn ihr Tremontane seht, dann schickt sie bitte hierher zurück. Sie ist eine meiner Ziegen. Werden wir. Dann viel Glück. Wehe, die greift uns an. Ach komm, das ist eine Ziege, kein Wolf. Aber sie schreien. Oh, das stimmt. Ich glaube nicht, dass wir ungebetene Gäste sind. Die Gräfin war doch ziemlich gut, die Mutti. Das Heiligtum wurde also abgeriegelt. So ein Pech. Andererseits riegelt man einen Ort nicht ab, wenn sich darin nichts Wichtiges befindet. Ja, das macht mich noch neugieriger. Hört mal. Ist das die Ziege, die er meinte? Tramontane. Da ist sie. Wir sollten dich zu deinem Besitzer bringen. Ziegen. Als Kind starte ich ihnen stundenlang in die Augen. Ein Rätsel, was in ihren Köpfen vorgeht. Vielleicht bist du nicht bereit für ihre Weisheit. Abgeschlossen. Sollen wir ihr helfen? Dafür sind Helden da. Alles klar. Vielleicht kommen wir woanders rein. Da will ich jetzt rein. Aber da komm ich nirgends rein, ne? Okay, also hier komm ich nicht rein. Das sieht so aus, aber nö. Okay, hier steht Alkohol. Warum kann ich jetzt auf einmal wieder meine Waffen einsetzen? Oha, das wird langsam eine echte Rettungsmission. Ich hoffe, sie ist nett. Sie ist bestimmt dankbar. Auf ihre Weise. Wenn nicht, sperren wir sie wieder ein, oder? Keine Angst. Du hast zwei starke Leibwächterinnen. Hm. Muss ich jetzt warten, bis das abrennt, oder muss ich das jetzt manuell wieder löschen? Äh, ich warte einfach. Da ist ein Loch in der Wand. Hm. Hey. Nur du kommst da durch. Alles klar. Mein Held. Ist so lustig. Nicht immer, aber... Gut gemacht. Das war ritterlich. Ah, da ist unsere Ausreißerin. Du hast sie gerettet, Ugo. Willst du ihr Hallo sagen? Mhm. Werkzeug. Super. Ich begleite dich. Das Schwerste hast du geschafft. Erschreck sie nicht. Dann passiert nichts. Was, wenn sie schreit? Schreien ist nicht beißen. Denk einfach dran, dass sie Laute von sich gibt. Ich versuch's. Siehst du? So einfach. Nicht alle schreien. Ja. Sie ist lieb. Na gut. Siege gerettet. Angst überwunden. Jetzt will ich dieses Heiligtum sehen. Gehen wir? Ja. Na dann. Los. Dein Papa wartet auf dich. Sie bewegt sich nicht. Geduld. Sie entscheidet selbst. So, jetzt muss ich aber auch kurz Pipi machen. Das lässt sich nicht vermeiden. Ei, ei, ei. Ich büsse euch. Ja. Ich büsse euch. Gehen wir mal bitte. Gehen wir mal bitte. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, da bin ich wieder. Dann sind die Damen noch da. Ab jetzt vielleicht schon. So, Amicia und Ugo. Boah, ich weiß gar nicht, was ich mit der Videoaufnahme machen soll. Ob ich die schneiden soll oder ob ich... Bitte verzeiht die Eile, aber die Zeremonie wird bald beginnen. Hm, Soldat. Oh, schon gut. Sorg dafür, dass es keinen Ärger gibt. Komm, hoch mit dir. Genug Gewalt. Der Sohn heißt das bestimmt nicht gut. Kletter hoch. Keine Sorge. Gut. Na, vielen Dank, Anu. Das war zu erwarten. Hier geht's runter. Ja. Was machen wir mit den letzten Opfergaben? Die bleiben erst mal hier. Vorsicht. Die sind hier wohl gerne unter sich. Wie kommen wir durchs Tor? Oh, ich darf sie nicht angreifen. Die verhaften uns oder schlimmer. Ich habe einen Trick. Dieses Prisma bündelt das Sonnenlicht. Es kann hohes Gras anbrennen. Der Rauch leckt die Wachen ab. Wow. Dann los. Sag mir, wo die Wache hingehen soll. Nur hohes Gras. Der Sohn weiß es. Ja, das ist es. Versuch das. Abgeklappt. Sehr gut. Beweg dich, sobald er weg ist. Es hält nicht lange. Verstanden. War wohl doch nichts. Sophia, dein Trick würde hier helfen. Es hat etwas Gras zu verbrennen. Eine Rauchwolke? Sollte ich mir ansehen. Das finde ich okay. Okay. Echt heiß, was? Verdammte Uniformen. Du kennst den Grafen ja. Er mag es eben farben. Schon wieder Fehlalarm. Ich habe es gewusst. Sophia, benutze dein Prisma bitte. Das brennt schnell. Hey. Rauch? Wo kommt er her? Das klappt immer. Nichts. Na gut. Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Es sei etwas Gras zu verbrennen. Hä? Wozu Hölle kommt der Rauch her? Los, es funktioniert. Nichts, schon wieder. Nichts, schon wieder. Muss ich da rein? Sophia, dein Trick würde hier helfen. Das brennt schnell. Hä? Wir haben hier Unruhestifter. Augen auf, Männer. Kommt immer. Da kann wohl jemand mit uns spielen. Findet ihn. Los, es funktioniert. Da ist die Tür. Schnell jetzt. Ja, aber wir sind noch nicht da. Habe ich jetzt wenigstens genug? Ne, ich wette mit dir, es war zu wenig. Gut, dann an die Arbeit. So, ja, ich habe nur 52. Na. Irgendwie so leicht. Hier lang, schätze ich. Oh, ziemlich hoch. Oh. Wow. Bleibt an der Mauer. Los, weiter. Mir wird schwindelig. Ah, nein. Nico, halt. Ach, du Schreck. Mir geht's gut. Siehst du? Alles gut. Genug Kunststückchen, Kleiner. Ich will hier weg. Ja, gehen wir weiter. Wir sind da. Geschafft. Geht es dir gut, Nico? Tut mir so leid. Das war zu riskant. Mir geht's besser. Vielen Dank, Sophia. Kein Problem. Das ist bloß mein schlimmster Alptraum. Wir sollten etwas laufen. Auf festem Boden. Okay. All diese Blumen, die müssen für ihre Zeremonie sein. So, ich würde eigentlich gerne mal irgendwo erhöht sein, um zu gucken, wo ich was machen kann. Soldaten, in Deckung, in Deckung, schnell. Die Augen offen halten. Schwere Rüstung. Anno hat sie ganz schön auf Trank gehalten. Das ist zu viel des Guten für uns. Entdeckt werden ist ohnehin keine Option. Die bringen uns entweder um oder schmeißen uns von der Insel. Waren da noch mehr von Anno's Leuten? Glaube nicht. Auf dem Hauptweg ist zu viel los. Umgehen wir ihn. Vorsicht. Scheiß Kerle. Sie vermiesen die wichtigste Zeit des Jahres. Ich will mal gucken, ob ich hier vielleicht... Ich glaube, hier ist was. Ich sehe mich mal um. Ich glaube, das ist so eine schlaue Idee, weil ich weiß nicht wirklich, wo ich lang muss. Alles gut hier. Lass ihn jetzt erst mal vorbeilaufen. Ganz schön viele Wachen für eine Zeremonie. So sehen die meisten Orte aus, nachdem Anno dort gewesen ist. Er ist weder die Zeit noch das Vertrauen wert. Er war nicht immer so. Noch mehr. Was ist das? Merkungen? 불 Bob. Ich weiß nicht. Oh, komm schon. Fuck. Sophia, benutze dein Prisma bitte. Fangen wir das Licht ein. Hä? Rauch? Wo kommt der her? Das ist viel zu einfach. Ja, es bringt halt nichts, wenn der Typ da jetzt da ist. Immer noch nichts. Was ist bloß mit mir los? Das kann ich jetzt auch nicht sagen. Sophia, dein Trick würde hier helfen, es halt etwas Gras zu verbrennen. Hä? Hier schleicht jemand rum. Ich bin sicher, da ist jemand. Findet ihn. Klappt immer. Wir haben Unruhestifter. Augen auf, Männer. Hier schleicht jemand rum. Viel zu einfach. Los, es funktioniert. Viel zu einfach. Augen auf, Männer. Hey, der Grab will keine Soldaten im Heiligtum. Verstanden? Kapiert. Das wäre ja ein Sakrileg. Der Sohn braucht Ruhe. Keine Waffen. Wir haben ungemächtene Gäste. Fakt anzusuchen. Ich muss nur warten, dass der sich rumdreht. Los, es funktioniert. Hier versteckt nicht jemand. Sagt Bescheid für die Waffe. Oh, komm schon. Äh. 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 Bin ich jetzt mit der YouTube-Aufnahme alleine, oder? Die Suche spart nichts hier. Verplemperte Zeit. Sie sind dahinter, ganz sicher. Hä? Ah, wusste ich's doch. Er weiß von uns. Warum? Wie? Wir haben Gesellschaft. Sagt Bescheid, wenn ihr was seht. Ei, ei, ei. Sophia, dein Trick würde hier helfen. Fangen wir das Licht ein. Die waren das, kein Zweifel. Wir haben Ungibt. Das kam von da drüben. Was? Oh, komm schon, ey. Warum immer nur schleichen, 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 schleichen? Habt ihr nix besseres zu tun? Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Zeit, etwas Gras zu verbrennen. Noch so ein schmutziger Trick. Wir haben hier Unruhestifter. Augen auf, Männer. Männer. Lieber mal woanders suchen. Nichts. Wir haben Gesetze. Sag Bescheid, wenn ihr was seht. Wir haben Gesetze. So, jetzt aber. Aber... Ist doch beschissen. Wir haben ungebetene Gäste. Fangt an zu suchen. Wir haben ungebetene Gäste. Fangt an zu suchen. Wir haben ungebetene Gäste. Sucht alles ab. Vielleicht sind sie da drückt. Ich werde nicht mal woanders rum. Niemand hier. Ich gehe weiter. Also gut. Es ist fast so weit. Ich sperre das Tor. Ich sehe mich lieber woanders rum. So viel zu unserem Besuch. Die Stimme der Mutter den Sonar reichen. Nein, nein. Wir waren so nah dran. Da hinten ist ein kaputter Turm. Können wir da hochklettern? Ich glaube, es gibt auch Treppen. Könnte ein verlassener Zugang sein. Gut gesehen. Versuchen wir es. Wenn der sich nicht rumdreht. Hey, komm mit hoch. Was ist da? So leichtsinnig von... Ach, Mann, ey. Sophia, dein Trick würde hier helfen. Fangen wir das Licht. Warum kommen die ins Gras? Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Es ist heute, das Gras zu verbrennen. Was macht der da? Oh, leck mir. Nein. Warum hat der aus... Warum Abschnitt? Ich habe gar nichts gemacht. Schwere Rüstung. Ich wollte eigentlich nur von... Warte mal, ich will noch was gucken. Ne, ich kann nur Abschnitt neu stoppen. Das bedeutet, wenn du verklickt hast, Arsch ficken. Ein bisschen Liebe für den Spieler wäre mal schön, aber... Vom Überraschungshit zum Arschloch. War da noch mehr von Arnus, Leuten? Warte mal, ich weiß nicht. Und hoch. Noch mehr. Sophia, benutze dein Prisma, bitte. Fangen wir das Licht ein. Hä? Rauch. Was ist denn los? Es funktioniert. Das ist einfach viel zu langweilig. Ist immer der gleiche. Der Grab will keine Soldaten im Heiligtum. Verstanden? Was ist das? Kontrolliere ich lieber mal. Er sucht nach uns. Einfach viel. Es ist einfach so echt öde. Sophia, dein Trick würde hier helfen. Zeit, etwas Gras zu verbrennen. Gut. Falscher Alarm. Rauch? Wo kommt der her? Viel zu einfach. Klappt immer. Woher kommt dieses Geräusch? Hä? Hat sich da gerade was bewegt? Mal nachsehen. Vorsichtig. Vorsichtig. Kein Grund zur Sorge. Also gut. Es ist fast so weit. Ich sperre das Tor ab. Das habe ich sogar vor. So viel zu unserem Besuch. Nein, nein, wir waren so nah dran. Da hinten ist ein kaputter Turm. Können wir da hochklettern? Ich glaube, es gibt auch Treppen. Könnte ein verlassener Zugang sein. Gut gesehen. Versuchen wir es. Na gut. Warte. Ach. Es ist einfach so eine Last. Hat sich da gerade was bewegt? Mal nachsehen. Gut. Falscher Alarm. Ja. Normalerweise geht er immer nach der hinten. Und jetzt auf einmal dreht er sich rum. Oh. Hey. Was ist das? Kontrolliere ich lieber mal. Kein Grund zur Sorge. Los. Hoch da. Was ist das? Was soll der Lappen? Ja. Sollte der nicht... Off. Hä? Was ist da drüben los? Muss näher ran. Nichts. Na gut. Okay. Ganz schön viele Wachen für eine Zeremonie. So sehen die meisten Orte aus, nachdem Arno dort gewesen ist. Er ist weder die Zeit noch das Vertrauen wert. Er war nicht immer so. Hey, komm mit hoch. Hey. Wir schaffen es, Freunde. Wir sind gleich da. Un-fucking-fassbar. Ich glaube, hier nochmal runter. Ein bisschen komisch, aber gut. Ich bin mir sicher, dass im Berg was ist. Ich spüre es auch. Und ich vertraue euch beiden. Also grafisch, klar, ist das Ding eine Bombe, aber diese ganze Schleichpassage von Schleichpassage und mach einen Fehler und du kannst nach vorne anfangen. Politik ist mir, die gefällt mir einfach nicht. Mag ich nicht. Das hat mir so ein bisschen, beim ersten war das ganz cool. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Aber, dafür, dass man das halt einfach meint, ja, das Tolle ist einfach weiter zu übertreiben. Hört her! Es ist fast soweit! Versammelt euch bitte! Der Graf und die Gräfin! Wir kommen wohl rechtzeitig. Ugo! Sieh mal! Ist sie vom Vogel? Musst du wissen. Glaube schon. Es wird ihm eine Ehre sein, wenn du sie trägst. Verhalte sie, bis du ihn siehst. Ja, dann gebe ich sie ihm zurück. Wir müssen springen. Gut, gut. Wir warten noch auf einige Nachzügler. Ihr kommt in der Zwischenzeit ruhig näher. Nachzügler? Das sind wohl wir. Was sollen wir jetzt tun? Wir überlegen uns was. Ist interessant, ne? Die spricht von uns Nachzügler und allem drum und dran. Aber eigentlich darf uns keine Wache sehen. Da frage ich mich dann auch einfach, what? Freunde und Kinder, heute feiern wir den längsten Tag des Jahres. Das Licht der Sommersonnenwende scheint ein weiteres Mal auf uns. Und doch, hier in den kalten Fluren, versteckt vor der Sonne, liegt der Sohn der Glutasche im Schlaf. Es wird Zeit, die Flamme des Phönix mit seiner Asche zu verarmeln. Das ist ein Vogel. So beweisen wir, dass wir würdig sind, über ihn zu wachen. Gut, die müssen ja nicht wissen, wie der... Und als Vater. ...winnen ja nicht wissen. Lasst uns beten, bevor wir hineingehen. Kommt. Und verkleiden sich jetzt. Zwei Mütter. Wir haben einfach zusammengelegt. Was denkt ihr? Gewagt, aber glaubhaft. Wie ein wandelndes Glory Hole. Entschuldigung. Ich konnte mich nicht verkneifen. Aber der Mund ist zu. Öffnet Herz und Geist. Und den Arsch. Erzählen wir seine Geschichte. Das Feuer gefurzt, dann wird er groß. Dann hat sie nie in Vergessenheit gerät. Was sollen wir machen? Wenn wir dran sind, folgen wir ihnen und tun, was sie sagen. Sie dürfen uns nicht erkennen. Na los. Lass mich raten, irgendwas... Muss auch wieder irgendwas Böses sein. Irgendein dunkles Geheimnis. So Kinderritualmord oder sowas. Opferung oder so ein Scheiß. Das Symbol des Ordens. Dieser Ort gehört also ihm? Vor langer Zeit kam in diesem Lande ein Kind zur Welt. Die Sonne segnete sein Herz und vererbte ihm die alles beherrschende Flamme. Der Sohn des Feuers ward geboren. Was? Seine Flamme erhellte die Welt. Er segnete sie mit seinem Duft, seinem Lachen, seiner Freude. Ausgerechnet Lakuna war seine Heimat. Ein lebendiges, friedliches Land. Ein Ort der Heilung, der Entfaltung. Lakuna wurde zur Wiege des Lichts. Doch Licht zieht das Böse an. Und das Böse kennt keine Gnade. Kommt! Ein Kind auf einem Thron. In einem Ordenstempel. Das ist er. Der Sohn der Glutasche. Da bin ich mal gespannt. Knie bitte liegen. Guck mal, das Bild. Das ist der Träger der Makula. Dieses Gemälde war zu Hause in Mutters Labor. Das Böse fand den Sohn in eben jenen Hallen. Es zehrte von seiner Flamme. Schwächte sie. Tiefschwarze Narben zeichneten seine Haut. Die Wärme seiner Mutter erlosch. So schwand sein Licht beinahe vollständig. Und aus dem Sohn des Feuers wurde der Sohn der Glutasche. Gott. Dunkle Zeiten brachen an. Er wurde vergessen. Doch nicht von uns. Diese Flamme ist der letzte Funken seines Lichts. Unsere Hoffnung. Und nun werden eine Frau und ein Kind sie durch die Nacht tragen. Wenn du wüsstest, dass der der Träger der Makula ist. Ihr werdet in seine Fußstapfen treten, die Kälte unter der Haut spüren und in der Finsternis versinken. In der Ungewissheit. Ihr werdet durch die Augen der Mutter sehen, wie der Sohn stirbt. Ihr werdet Opfer und Zeuge zugleich. Erhaltet diese Fackel unbedingt am Leben. Die Träger wurden auserwählt. Nehmt Platz. Was sollen wir tun? Wir müssen mitspielen. Gehen wir rüber. Geht und bringt ihm das Licht. Vieles steht auf dem Spiel. Aber sieht doch irgendwas. Das ist so unbequem. Die Fresten, die Seuche, die denken, dass der Tod des Sohns sie ausgelöst hat. Sie wissen also nichts von der Makula? Ich glaube nicht. Sie haben alles nur anders gedeutet und den Träger der Makula zu einem Gott gemacht. Amicia, das Wasser wird die Wacke löschen. Ich glaube, das gehört zum Ritual. In Abwesenheit des Lichts ertrinken. Mir ist kalt. Geschafft. Es wird gleich wieder warm. Es war furchtbar. Du hast es geschafft. Ich dachte, ich ertrinke. Ganz ruhig. Jetzt ist alles gut. Nein, ich habe Angst. Geh weiter. Ich bin bei dir. Er stirbt mit den Armen seiner Mutter. Er stirbt mit den Armen seiner Mutter. Er ist böse gewinnt. Jahrhunderte verliehen. Uns erwarten wir uns und Krieg und Unfest. Er träumt von einem Ort im Feuer. Mir ist kalt. Ich habe Angst. Und eure Fakul ist weg. Ihr seid nicht mehr allein. Der Sohn muss seine Mutter wiedersehen. Seine Glut leuchtet im Dunkeln. Ich bin die Mutter, die ihn empfängt. Übergebt sie mir? Gut gemacht. Der Sohn muss wieder aufstehen. Hör mich, Sohn. Ich bin nicht mehr leer, denn deine Flamme lodert in mir. Ich bin die Mutter. Werde zum Phönix. Komm, Sohn des Feuers. Kommt. Blast auf die Flammen. Der Phönix. Es ist der Phönix. Psch. Ja, ich sehe ihn. Es ist wahr. Auch wenn der Orden dahinter steckt. Möge die Brise des Lebens seine Flamme entzünden. Hallo, ich bin's. Sophia. Kommt. Ich habe da hinten einen Durchgang entdeckt. Jetzt oder nie. Möge die Brise des Lebens seine Flamme entzünden. 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 Sie werden merken, dass wir weg sind. Erstmal nicht. Wir sehen alle gleich aus. Ich glaube bestimmt irgendwas schief gehen. Oder sie schieben es uns in die Schuhe. Wenn die einfach einmal ehrlich sein würden. Alles in Ordnung. Ich habe einen Phönix auf der Tür gesehen. Dann den Spalt. Gut gemacht. So eine Auswahlmöglichkeit wäre cool. Das hat keiner gehört. Das ist unglaublich. Sehe ich auch so. Das fühlt sich alle so ein bisschen langgezogen an. Hauptsache irgendwie zigtausend Stunden Spielzeit. Ein bisschen weird. Ein Kindertron. Er lebte hier. Der Sohn der Glutasche? Den Sohn der Glutasche gibt es nicht. Ich erzählte doch von Borden. Dieser Ort gehört Ihnen. Und das Kind auf den Gemälden ist der Träger der Prima Macula. Die Prima Macula. Wird ja immer besser. Die Alchemisten nennen sie das erste Übel. Hugo trug sie bereits als Baby in sich. Und sie wächst nun in ihm. Und tötet ihn? Darum geht es an diesem Ort. Die Ankunft des Trägers. Der Macula. Der Orden. Versammelt sich um ihn. Studiert ihn. Sie versuchen die Lösung zu finden. Und die Ratten. Lass mich raten. Krieg. Tod. Krankheit. Und Hunger. Nicht nur das. Die Ratten sind... Egal. Sie liegen alle falsch. Es gibt keinen Sohn der Glutasche. Keiner kommt und rettet die Welt. Sie erfanden dies nur. Und fütterten damit die Hoffnungen. Hört sich für mich nach einer verrückten Fantasie an. Ein Teil davon ist wahr. Der Teil, der ihn retten wird. Der Einzige, der für mich zählt. Basile und Elia. Nichts ist anders. Das Wasser ist nicht magisch. Das Wasser. Oh. Aus dem heilenden Teich. In deinem Traum. Es ist ein Symbol. Wie Mutters Alchemie-Zeichnungen. Stehendes Wasser ist selten magisch. Hey. Komm her. Das ist dein Thron. Und ich glaube, das ist sein Name. Basile? Er war ein Träger, so wie du. Du bist nicht der Einzige. Deshalb träumtest du von all dem hier. Etwas rief dich her. Aus gutem Grund. Ich meine, sieh dich doch mal um. Wenn es eine Heilung gibt, dann hier. Und wer ist Elia? Sieht so aus, als ginge es noch weiter. Hier hinten. Suchen wir weiter. Kommt. Es warten sicher außergewöhnliche Dinge auf uns. Äh. Ich weiß nicht, warum die jetzt gegen die Wand gelaufen ist. Aber ist okay. Das war lustig. Was ist das alles? Sind wir die Ersten, die hier reinkommen? Oh. Eine Höhle. Stimmt. Sieht unberührt aus. Vielleicht zu heilig für sie? Hey. Weißt du, wessen Zimmer das ist? Das ist... Das ist... Basilius' Zimmer. Stell dir das mal vor. Er hat hier geliebt. Hier gespielt. Gesessen, wo du gerade sitzt. Ist das nicht unglaublich? Ja. Und er hat Höhlen geliebt. Wie du. Du liebst Höhlen? Ich auch. Er hatte einen Phönix. Ja. Vielleicht hatte er auch den gleichen Traum. Was hat er uns noch hinterlassen? Spielzeuge. Guck mal. So ein hübsches Pferd. Genau deine Größe. Er war wohl so alt wie du. Ja. Hey, Bett. Das war sein Bett. Wie schön. Basilius wurde ja wie ein König behandelt. Vielleicht war er einer. König Basilius. So. Gehen wir mal weiter. Ne, warte mal. Hier haben wir es noch. Sieh an. Hm. Das sind Leute. Wichtige Leute. Propheten? Gibt's im Orden Propheten? Die sind böse. Ich glaub, er hat sie mit dem Ball hier abgeschossen. Hm. Kann sein. Jungs halt. Ich mag das Spiel auch. Kommt. Es geht noch weiter. So. Wollen wir mal gucken. Bin ich mal gespannt. Also ich kann nicht einfach mit dem Homebutton zurück und weiter. Ich bin ein Krieger. Seht euch die Form der Rüstung an. Was ist damit? Sie gehört einer Frau. Oh. Elia. Das ist ihr Zimmer. Natürlich. Sie war seine Beschützerin. Beschützerin? Die Leibwache des Trägers. So wie ich. Für Hugo. Sie schien stark. Tja, mischen ja. Brauchst du noch ein paar Fruchtzwerge, ne? Seht mal, Wachstafeln. Da ist was eingeritzt. Er hat sie gezeichnet. Und hier. Ein Bild von den beiden. Er hat sie geliebt. Sie haben wohl viel Zeit zusammen verbracht. Genau wie wir. Das ist so seltsam. Ja. Sehen wir uns weiter um. Spielzeuge. Er war hier, um mit ihr zu spielen. Und sie hat mitgemacht. Sie war eine vorzügliche Ritterin. Ich hätte sie gern kennengelernt. Würde jetzt nicht komisch klingen, wenn ihr... Wie ist ja nicht die Schwester von Hugo, ja? Das ist verrückt. Kommt mir vor, als würde ich sie kennen. Als wäre Basile mein Freund. Ich weiß, was du meinst. Oh. Sieh mal. Ha. Dieser Vogel wieder. Diese Form. Das ist... Das Ordenssymbol. Der Phönix? Ist... Der Orden. So... Einfach. Ähm. Tut mir leid. Aber... Nein. Darum ist es auf ihren Gemälden über dem Sohn abgebildet. Sie dachten, sie wären etwas Besseres als er. Er war ihnen egal. Das ändert nicht, warum wir hier sind. Bringen wir das erst zu Ende. Ja? Hm. Können wir hier eigentlich schon mal annehmen, ja? Das ist alles... ...so verwittert, dass wir da nicht weiterkommen. Ich fass es nicht. Was ist das jetzt? Ein Alchemielabor. Können wir wieder gehen? Aber das scheint doch genau das zu sein, was du suchst, oder? Ja. Aber... Nein, du hast recht. Such nach allem, was zu einem Elixier oder Trank führen könnte. Bücher, Zeichnungen oder Rohmaterialien. Bin dabei. Sieht eher aus wie ein... Was zur Hölle? Hey, Liza. Wir finden schon was. Oh, so ein Mist. Lukas wüsste es. Bestimmt. Was haben sie in diesen Dingern gemacht? Gott, finde endlich was, bitte. Das ist alles Jahrhunderte alt. Was habe ich erwartet? Dieser... Ich weiß nicht einmal, wozu der gut ist. Die glimmt aber noch. Muss doch was sein. Da ist nicht viel. Ein Phönix. Such nach einem Phönix. Ugo, hast du was gefunden? Dieser Tisch. Da lag er drauf. Warte, ich komme. Hey. Stimmt was nicht? Sie haben ihm sicher wehgetan. Hey. Ich weiß, dass du dir das anders vorgestellt hast. Aber... Nichts ändert sich, Amicia. Aber Elia ließ nicht zu, dass sie ihm wehtun, oder? Du... Du... Hast... Verdun... Nein! Ich wollte ihn aufhalten. Aber... Ich weiß. Du hast es versucht. Tut mir leid. Hm. Hey. Kommt her, ihr beiden. Sophia? Wo bist du? Oben. Wie bist du da hingekommen? Hinter den Vorhängen. Was? Hinter welchen Vorhängen? Wo, wie, wo? Du hast nach den... Äh... What? Hinter den Vorhängen. Irgendwie nach oben. Ach, da. Und jetzt hat das Spiel wirklich wieder mein Interesse geweckt. Was ist das? Keine Tür. Ist das eine Art Beobachtungsraum? Dann sieht es so aus, ne? Heute würde man wahrscheinlich eher so... ...verspiegeltes Glas holen. Was hast du gefunden? Die Bibliothek der Alchemisten. Offenbar haben sie das Kind von hier aus beobachtet. Wie in einem Käfig. Wir sind genau über dem Labortisch. Das ist falsch. Stell dir die Mistkerle vor, wie die ihn anstarren. Wir müssen wissen, was sie erfahren haben. Hab vielleicht ne Spur. Wird ein Elixier erwähnt? Nein, aber sie haben Dinge notiert. Was ist das? Schnell. Deine Alchemisten notierten alles, was dem Träger zustieß. Geordnet nach Datum. Der letzte Eintrag ist aus dem Jahr 541. 541? Was steht da? Seit dem Kloster hatte ich keinen Latein mehr, aber sie erwähnen Basilius. Und, äh, na, Elia Dragas, seine Beschützerin. Das geschah alles schon mal. Sie waren wie wir. Was passierte dann? Der Orden trennte die Beschützerin von ihrem Träger. Sie wehrte sich und wurde festgenommen. In der Nähe eines runden Turmes. Sie brachten sie in eine, äh, eine Kapelle? Ja, Kapelle. In einer Festung. Und Basilius, wo war er? Das steht da nicht. Aber wir haben immerhin Hinweise. Eine Festung, ein runder Turm. Sie kam. Wären sie hergekommen dann. Ja, wir hatten Glück. Schnell weg. Aha. Jetzt gibt's Bumms-Action. Dadurch? Bäh. Und wieder schleichen. Uns auf nichts und niemand entdecken. Anstelle einfach sagen, ja, dann soll er nicht fallen. Babo. Verdorbenes Wasser, besiegle unsere Entschlossenheit. Um bei dir zu sein. Tag und Nacht. Ich fühle deine Krankheit. Ich teile deinen Schmerz. Wir beschützen dich. Wir kümmern uns um dich. Ich bin der Vater, der auf dich wartet. Ich bin die Mutter, die auf dich wartet. Komm zu uns. Wenn du bereit bist. Wir sind es. Wie können sie in dem Wasser stehen? Sie begehren dieses Kind so sehr. Schade, dass sie sich so irren. Wie ich. Sie wissen noch nicht, dass sie sich irren. Sie werden traurig sein. Hugo, das, wovon du geträumt hast, gibt es wirklich. Du wusstest nur nicht, was es bedeutet. Doch, dass alles einfach wird. Und schön. Das heißt nicht, dass es nicht besser wird. Bist du sicher? Dein Traum hat uns eine andere Wahrheit gezeigt. Wir können sie nutzen, um alles zu verändern. Mag sein. Wir sind fast da. Jetzt geht's noch. Und jetzt wird's wahrscheinlich... Mh, mh. Oh, das ist echt unangenehm. Ich wünschte, ihr hättet meinen Traum gesehen. Erst war er gruselig. Aber dann kamen die Blumen. Erzähl uns mehr davon. Bitte. Der Baum. Och, so gut. Seine Äste waren wie Haare. Er sah freundlich aus. What the fuck? Das Wasser fühlte sich an. Als bekäm es alles sauber. Ja, nicht wie das hier. Wie schön, Ugo. Verdammt schön. Wir sind da. Lecker. Das war... Puh. Verbring mal eine Woche mit meiner Crew. Erst dann weißt du, was Gestank bedeutet. Das eben reicht mir. Suche mir diese Festung. Gib mir eine Bodenpfanne und ich zeig dir was. Da war keine Festung in meinem Traum. Mag sein, aber dein Traum hat uns hierher gebracht. Was wir nun alles wissen. Fehlt uns nur noch der Rest. Willst du nicht wissen, was mit Elia geschehen ist? Und mit deinen Vorfahren? Alles wird gut gehen. Knusper, Knusper, Knäuschen. Sagen wir nicht wieder so Stealth-Scheiße kommt mit unbesiegbaren Gegnern. Können wir diese Stinkekleider ausziehen? Ja, das sollten wir. Blutlinie, Kapitel 10. Na dann. Mal, war ein relativ langer Ladebildschirm. Boah, Mitten West hat fast gar keinen Ladebildschirm. Na bitte. Als wäre nichts passiert. Wir sind gut. Und du bist das listigste Kind, das ich jemals traf. Nun, du hast von keiner Festung geträumt. Also suchen wir den runden Turm, okay? Na gut. Und vielleicht wurde die Insel ja noch schöner geschmückt. Ja, ist enttäuscht. Und das wird wahrscheinlich wieder nachts nicht so schick. Ich finde es halt komisch, dass wir jetzt nicht mehr in den Ratten wieder laufen können. Weil damit hatte ja damit hatte das Ich habe keine Krufe. Meine Mutter kam aus einer wohlhabenden Familie. Als sie erfuhren, dass mein Vater ein Schmuggler ist, wurde ich in ein Kloster geschickt, um mich von seinen Sünden zu befreien. Oh, das klingt so wahr. Ich habe keine Ahnung, wo ich langlaufe, deswegen Irgendwie und irgendwo ein runder Turm. Von dort kamen wir. In dem Turm war ich aber auch schon. An diesem hellen Tag feiern wir den Sohn der Glutasche mit unserem Leben, unserer Freude und der Einheit, die uns mit der Mutter verbindet. Möge das Licht unserer Seelen den Sohn aus seinem Tiefschlaf wecken. Möge es ihn zu unserer Gräfin, der hellsten aller Seelen, führen. Okay, da soll ich nicht lang? Dies könnte der erste Tag eines neuen Zeitalters sein. Interessant. Möge diese Nacht heller als der Tag werden. Da sieht's ganz gut aus. Aber runde Festung oder ein runder Turm? Ist das da hinten jetzt auch nicht? Das ist eher so ein... Ja, so ein Glockenturm. Wir sind da. Das Fest geht jetzt erst richtig los. Gehen wir hier durch. Das lohnt sich bestimmt. Sie sehen glücklich aus. Why not? Alter, meine PS5 muss bestimmt glühen, ey. Gesegnet sei der Sohn, gesegnet sei die Mutter und die Tage, an denen er wiederkehrt. Schaut sie euch an. Die wissen, wie man feiert. Und wenn sie die Wahrheit wüssten? Das brauchen sie nicht. Ist auch besser für uns. Ich wäre so gern wie sie. Du darfst dich nicht unterkriegen lassen. Und wie mache ich das? Denk einfach an was anderes. Gras zum Ducken. Okay. Ist das jetzt mein Finger, der pulsiert, oder ist das der... Warte. Das für die Sonne, es würde der recht... Es würde R2 einzeln vibrieren als Knopf beim Rennen. Also wenn wir das so gemacht haben, wenn das das Dualshock-System ist oder so. Not bad. Dass es nicht nur ein Vibrationsmotor gibt, wie es bei den Gamecube... Nicht so wie bei den anderen Controllern, wo meistens so an den Seiten hier an den... An den Dingern, sondern... Es scheint ihn sehr zu belasten. Ich weiß. Und das tut es auch. Aber genau deshalb machen wir das alles. Hör zu, wir kennen uns zwar noch nicht lange, aber... Ihr jagt Geister. Geister, die ihm Angst machen. Es war die Hölle, Sophia. Du kannst sie nicht vorstellen. Kann ich nicht. Aber braucht er wirklich mehr davon? Uns bleibt nichts anderes. Ich glaube dir. Gut. Ihr seid so langsam. Nee, 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 nee. Na, selbstverständlich. Rup. Räden. Am Ende erobern wir ihn also doch. Übrigens ist Ugo der König und ich bin der Hauptmann seiner Wache. Du herrschst also darüber und du bist meine Schmugglerin. Ein königlicher Vertrag. Welch Ehre. Denk dran, wir müssen noch eine echte Festung erobern. Oh, stimmt. Die Festung und ihre Kapelle. Natürlich steht hier eine Leiter seit hunderten Jahren. Das werden lange Videodateien. Ich muss nur gucken, dass ich das Ding irgendwie aufkriege. Ich habe genug Alkohol. Die Frage ist, was kann ich damit machen? Weißt du, jetzt wirst du damit zugebombt. Aber Messer kriege ich keine. Immer noch keine. Ich hätte bei dem Morschen Holz so Schiss. So, damit man auch ja sieht, dass wir hier drin gewesen sind. Vorsicht, es geht runter. Und wir müssen wieder raus. Das ist herrlich. Nur dafür wunderbar. Und die ist natürlich nicht runtergesprungen, sondern geklettert. Das ist okay. Machen wir mal mit. NPC, du stehst super im Weg. Kann man mal machen. Diesen Mauern würde ich nicht trauen. Ich glaube, das war's. Gehen wir? Nein. Links ist die Amicia. Die müsste jetzt 16 oder 17 sein. Die war beim ersten Teil 15. Das ist die Schwester von dem kleinen Hugo, der ja die Makula in sich trägt, um die Ratten zu kontrollieren. Und die andere ist halt eine Schmugglerin, die wir halt durch den Arnaud kennengelernt haben, der ja dann unbedingt beim Grafen Scheiße bauen musste. Müsste den Justin eigentlich voll interessieren, das Spiel, weil das hier alles in Frankreich stattfindet. Drun, Galien. Ladebildschirm, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Der hat immer noch was. Der hat halt die Krankheit, diese Makula und und die bringt ihn um, wenn man ihn nicht heilt. Und er hatte halt einen Traum, der gesagt hat, dort wirst du geheilt. Und deswegen sind die halt dort in diese Bibliothek gegangen. Und jetzt versuchen die herauszufinden, was abgeht. Er ist traurig. Alles wegen eines Traums. Wann hat dir zuletzt ein Traum die Welt bedeutet? Als ich aufhörte, ein Kind zu sein. Ich habe meine Konsolen mal ein bisschen aufgeräumt. Schon gesehen? Es gab eine Zeit, in der ich die Blumen bekam. Die Zeit verfliegt, Süße. Sie werden groß. Hier ist die PS5. Na schön. Hier meine Vierer. Gehen wir zu dieser Festung. Und es ist so groß. Bleiben wir doch. Ich mag es hier. Und es ist so groß. Hier bleiben hilft dir nicht, Ugo. Damit habe ich am liebsten gespielt. Damit spiele ich am meisten. Ein Sturm wird aufzusehen. Damit habe ich am wenigsten gespielt, noch am wenigsten bezahlt. Und die war am schwersten und am teuersten zu kriegen. Wird ja zocken. Sag mal, Ugo. Zocken wir gerade. Hast du an der jungen Dame schon mal eine Blume geschenkt? Nein. Ich mag jetzt Federn lieber. Das Leben wird immer spannender. Fehlt nur noch eine Xbox. Dann Federn. Auf YouTube wird das nie jemand sehen. Meine Videos guckt niemand so lang. Weil man damit fliegen kann. Auch wenn sie viele Aufrufe teilweise kriegen, je nachdem. Aber bitte gehst bitte nicht weg. Die dann auch wieder verschwinden, weil YouTube Bots erkennt. Werden in der Regel die Videos nur vor zehn Sekunden geguckt, um entweder... Hm, kleines Problem hier. Wie kommen wir da rüber? Sehen wir da unten nach? Wie nachdem? Voller Würmer. Nicht zu nah ran. Die Brücke sieht ziemlich brüchig aus. Bringen wir sie zum Einsturz. Was? Voller Würmer? An der Stange ist ein Seil und ein Haken. Vielleicht mit der Armbrust? So, der schießt jetzt in den Arsch. Voll ins Kreuz. Ja, beim ersten Mal war es halt so, dass der irgendwie einfach nur mit Alchemie-Zeug halt... ...was alles ein bisschen aufgehalten hat. Dann die verschiedenen Schwellen. Dann kam irgend so ein Möchtegern. Papst. Wollte dann... ...auch die Krankheit haben, um die Ratten zu kontrollieren. Und dann gab es einen Riesenkrieg. Und der Endpost war schon ein bisschen übel. Weiße Ratten gegen... ...gegen schwarze Ratten. Wir haben die Schwarzen kontrolliert. Und die Weißen waren resistent gegen Licht. Und wurden mit Menschenblut gefüttert. Und der Papst hat die kontrolliert. Oder der... ...der... ...Inquisitor-Chef da. Und dann dachte man... Aber was mir im ersten Teil sehr gut gefallen hat... Amesia, da ist Blut. Oh nein. Eine Leiche. Was? Er ist festgekettet. Wir müssen zurück. Nein, wir müssen zu dieser Kapelle. Amesia, wir haben hier einen Toten. Wir bleiben vorsichtig. Das müssen wir. Gehen wir. Am ersten Teil hatten wir halt auch weitere Kinder, die uns dann sozusagen geholfen haben. Die Melanie oder Melania oder wie der auch heißt. Emily. mit ihrem Bruder. Dann war noch Lucas dabei, der wesentlich entspannter drauf war als hier. Und wesentlich sympathischer rüberkam. Und Frederik. Und die Charaktere waren halt alle so in dem Alter, so zwischen... ...15 bis 17. Und ja. Die Charaktere hatten alle halt relativ gut Tiefe. Und wenn einer gestorben ist... Eine hab ich. Die anderen sind entkommen. Scheiße. Haltet Wache, falls sie zurückkommen, um den Rest zu befreien. Ich bring die hier zurück. Verstanden. Die anderen? Lass los, du Schwein! Oh, mach ich. Bald. Ich will Ruhe. Tötet alle Eindringlinge. Guck mal. Jetzt muss, jetzt muss wieder... Sklavenhändler? Sie fangen Menschen. Und verkaufen sie wie Tiere. Wirklich? Das hält uns nicht auf. Ich glaube... Es war ein Fehler von dir herzukommen. Du Schwein! Da kommt er wieder. Der kleine Lümmel. Hat trotzdem wehgetan. Einfach mal so einen fetten Batzen. Auf jeden Fall. Der erste Teil war eigentlich... Ja. Keine Ahnung. Den musst du dir eigentlich mal angucken. Der ging auch nur zwölf Stunden. Nur, ne? Aber... Ja, ja. Ja, aber die meinen es ernst. Verschwenden wir keine Zeit. Verdammt. Ich hoffe, Milo hat recht. Wir haben genug Männer verloren. Wird schon gut gehen. Bisher konnten wir ihm trauen. Die mache ich alle platt. Ich glaube, sie sind im Gras. War ja nicht so optimal. Aber okay. Auf jeden Fall, wo es mal richtig schön war und alles mal happy und hast du nicht gesehen, da ist er, Justin, weg. Und jetzt... Dieser olle Lümmel. Jetzt ist er wieder da. Ach so, da hätte ich sie ablenken können. War's das? Ich mein, Sklavenhändler, komm schon. Mit denen hab ich jetzt kein Mitleid. Ich hinterfragen... Ähm, eigentlich gar kein, offiziell. Ähm... Weil wir hier nicht gestorben sind, sondern an den Schleichpassagen durften wir nur nicht erwischt werden. Das bedeutet, wir durften zwar nicht erwischt werden, aber... Ja, doch ein paar. Aber wir sind halt nicht wirklich gestorben. Wenn man's genau nimmt. Fünf Stücke, das ist gut. Da kann ich auch gleich wieder ne... Ich hab keine Ahnung, wo ich hier gerade lang... Was ist das alles? Ich würd gern weiter tiefer runter, um zu gucken... Was... da ist. Vielleicht finden wir noch Werkzeug oder so. Aber trotzdem alles viel zu lang gestreckt. Wenn ihr mich fragt. Also im ersten Teil war das... Effektiver, knackiger... Kürzer und auf jeden Fall... Ähm... Für meinen Geschmack passend. Warte mal, von dir kam ich doch. Lass mich mal kurz Pipi machen. Auf jeden Fall, ähm... Ja, wir wurden schon erwischt, aber... Wir sind halt nicht... Nicht wirklich gestorben, glaub ich. Also wir haben keine Tode oder so gehabt. Vielleicht fünf. Ich weiß nicht, wann du genau weg warst. Ja. Ich weiß nicht, wann ich... 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Eieiei, so, da bin ich auch wieder. 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 Und der Arnaud war auf einmal lieb, eine Weile? Sie ist kaputt. Wir finden einen Weg. Ich kann nicht einfach rüberspringen. Mit dem Kleinen gibst du einfach einen Arschtritt. Da fliegt der schon. Jetzt treffen wir auf den Menschenhändler. Moment mal. Ich weiß, dass ihr da drüben seid. Kommt mit. Hey, hier sind Eindringlinge. Schnapp sie. Jo, wie viele. Lutsch mir doch die Rosetten wund. Ihr Knödel, Dödel, Trödel. Willst du ja nichts sagen, aber ich glaube, der da hinten hat einen Fehler. Schnapp die Eindringlinge. Blödel, blödel. Ich habe halt nur einen Bolzen. Ja, renn rein, bitte. Sei dumm. Oh, kacke. Aber, ich kann mir die Dinger töten. Ach, Quatsch. Und natürlich hat jeder von den Fotzen wieder so einen Wichshelm auf. Oh, stimmt ja. Alter, leck mir doch die... Ich kann ihn generell mit Feuer killen? Okay, das ist cool. Also langsam wird's... Nee, 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 nee. Stimmt der jetzt komplett? Ach, Quatsch. Sind ganz bestimmt... Ich hab's gewusst. Sie kommen. Kann ich jetzt auch mal sterben? Naja, hätte ich vielleicht anders machen sollen. Hör nicht rum. Wolltest du uns auch töten? Dreckige Drecksau. Na, zu. Was geht ab? Ich bin schon seit ein paar Stunden dran. Ich will da hoch. Mit einer Armbrust, aber ich hab keine Bolzen. Lol. Nur ein kleines Stück Papier. Ein paar Zahlen ohne Namen. Warum sing ich jetzt Wolfgang Petri? Wahrscheinlich hab ich den Sockenschuss. Ist eine Zeit lang friedlich. Zui kommt rein, sagt nix Neues und geht. Genug. So, was hast du gesagt? Mit einer Armbrust. Ja, aber wie? Leck mich! Oh. Komm schon. Wir haben gesagt, mit einer Armbrust könnte man da rein. Jetzt hab ich's probiert und dann... Komisch. Ich fühle mich verarscht. Komm ich hier rein? Ich will da hoch. Boah, komm schon. Hab ich mir jetzt... Vielleicht macht der ja so Money. Vielleicht ist das ja das dunkle Geheimnis des acht so lieben Grafen und seiner... Oh, die wir Maman nennen sollen. Ich seh' keiner mehr hier. Ich hab jetzt zwei Upgrades bekommen, die mich nicht mehr ganz so hilflos machen. Trotzdem komm ich da nicht hoch. Ich will da rein. Muss ja irgendwie möglich sein, aber wie? Stimmt irgendwie von da oben. Aber wie und wo komm ich da hoch? Das könnte ja mich ja da nicht hochklettern. Ich mein' ich komm schon. Und mal wieder bin ich out of stuff. Nee. Es leuchtet nicht oder so. Ja, bringt nix, weil ich kein Bolzen hab. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Wo komm ich jetzt? Wie, wo, wann? Irgendwo, wie, wo hoch. Irgendwie muss es doch gehen. Der Truhe, wo wahrscheinlich das drin ist, was ich... Ja. Hab ich schon gesagt, dass ich die Truhen sehr lame finde. Hat er nicht ge... Oh, da ist ne Treppe und ich Vollidiotel erinnern. Fünfmal vorbei! Gibt's hier wenigstens nen Bolzen? Hier ist noch ein Seil. Gut gesehen. Damit kommen wir hinein. Ach so. Das hättest du gar nicht von unten machen können. Wie wär's, wenn du das Seil abmachst und mitnimmst? Mausebein, hm? Amicia-Schätzchen. Nein? Okay. Das ist nicht. Das ist zwar nix. Aber das ist okay. Ich mein', komm schon. Das ist nicht mal kaputt gegangen. Sie hat keine Blumen mehr im Haar, aber ne Narbe. Ja. Wie wär's? Ja. Mal sehen, was das bewirkt. Ach so, ja. Ich muss... Mwah. Heb deinen Kronleuchter an. Einen großen. Sieht schwer aus. Die Kette scheint zu halten. Offenlich hat das keiner gehört. Hab ich... Okay, das kann keiner. Da muss ich aber hoch. Amicia. Warum sind hier Sklavenhändler? Weil es Arschlöcher sind. Es ist einfach... Dreck. Nicht nur. Sie haben sie kommen lassen. Ah, wir haben hier ein Seil. Ich brauche Hilfe, Sophia. So gut wie erledigt. Der Arno. Ja, wie gesagt. Der war ne Zeit lang lieb. Hat uns benutzt. Hat uns gescheitert. Ach, Quatsch. Das war einfach nur meine Sprüh... Sprüh-Sprüh-Sprüh-Sprüh-Sprüh-Sprüh-Sprüh-Springwurst. Morgens. Nach einer dicken Bohnenpfanne. Das ist die Festung. Gut. Warum kommen die Sklavenhändler nicht im Traum vor? Träume zeigen selten die ganze Wahrheit. Aber der Traum hat mich belogen. Wir sollten hier geheilt werden. Was uns die Träume nicht geben, nehmen wir uns. Das ist anstrengend, aber so ist das Leben. So. Ja, Schleuder baue ich jetzt nicht zwingend. Wodurch Odoris bei Kontakt mit Feuer explodiert und Gegner... Gegner ohne... Yo. Ah, das nehmen wir mal mit. Ich finde eh nicht so viel Werkzeug. Dementsprechend ist es mir eigentlich relativ egal, ob ich jetzt manuell ohne Werkbank was craften kann. Es ist schön, dass ihr jetzt so langsam alle kommt. So ab neun. Oh, fuck. So, Justin. Ist schon gut. Es wird schnell gehen. Zur Hölle mit dem Scheiß. Hast du ein Problem, Dias? Naja. Leider habt ihr per kackt. Ich hab gefragt, ob ich Kängurus essen soll oder, ähm... Spombären. Aber keiner hat was gesagt. Also er ist jetzt Kängurus. Was bleibt denn eine Frau, die irre ist? Falsch. Wir arbeiten nicht mehr für die Gräfin. Es ist alles im Gemälde. Für die Gräfin. Sie kündigen die Ankunft des Sohnes an. Und wie hungrig sie sind, oder? Also ganz einfach. Wir verwöhnen sie, wir verwöhnen das Kind und werden neben dem Thron Platz nehmen. Und der Graf wird sich vor uns verneigen. Und die Welt wird folgen. Dann sag mir, wie viele werden zu Rattenfutter, bevor wir dieses Kind sehen. Hatten wir gestern nicht das Thema von wegen... Switch und PS5. Grafikunterschiede. Es gibt auch einen Größenunterschied von den Dingern. Also deswegen kann die PS5 mehr. So bringt man Mitarbeiter auch dem Schweigen. Gehaltsrechnung gekürzt. Easy. Das Blut weist dem Sohn den Weg zur Kapelle. Unser lieber Diaz darf den Anfang machen. Diese Wahnsinnigen. Machen die doch immer. Und ich töte viel schneller als du. Du wirst niemanden einfach angreifen. Du hörst auf mich und tust, was ich sage. Ist das klar? Ist mir egal. Sie werden doch sowieso alle sterben. Hallo, Sebastian. Aber ich heiße nicht Jörg. Es sind ja eh alle, wie ich heiße. Hugo, hör zu. Oh, diese Ratten, ne? Hugo, was war das? Das ist verrückt. Du hast nie erwähnt. Was? Dass mein Bruder die Ratten beherrscht und ihnen befiehlt, Menschen zu fressen? Du wärst davon gelaufen. Und ich... Wäre wieder alleine gewesen. Ja, es war falsch. Aber ich dachte, wir hätten hier eine echte Chance. Eigentlich schon brauche ich auf der PS5 hier so eine... ...Rame Drops. Ich bin am so ordentlich verkackt. Ich brauche einen Moment. Ich verstehe. Hugo. Jetzt heu mal nicht rum, Kleiner. Ich weiß, du bist wütend. Na dann. Du wolltest nur helfen. Aber jemanden zu töten. Selbst böse Menschen. Ich bin mir auch gespannt, wie lange das noch geht. Das soll riesig sein. Wie wird er... Sie machen... Naja, 52 Prozent. Also das erste haben wir in einem YouTube-Stream bei knapp zwölf Stunden durchgepetzt. Das alles ist nicht fair. Ich weiß. Aber alles endet, sobald wir herausfinden, wie wir dich heilen können. Jetzt haben wir... Ich weiß gar nicht. Justin, wie lange waren wir gestern? Sechs Stunden? Sieben Stunden? Ja, und relativ lang. Ich glaube, zu Glück, mittendrin ist zwar wegen dem Router Cup die Aufnahme. Hat's gerade gelegt. Gut. Gehen wir weiter. Äh, die Dingsbums, der Streamer war gestern kurz abgebrochen. Wegen Dingsbums. Warum kann ich das nicht... Ähm. Ähm, wie heißt's wegen Dingsbums? Wegen Internet Cup. Ich vergesse es. Er meinte, das Blut würde dem Sohn den Weg zur Kapelle weisen. Das macht mir Angst. Das stinkt. Wie lange müssen die Leichen nachher rumhängen? Sie sind hier. Bleibt unten. Bis die Ratten wiederkommen. Und danach der Sohn. Ich will das tun. Das kann sich ewig dauern. Nein, dieses Mal klappt es. Die Ratten sind hier. Das ist in all den Jahren zuvor nie passiert. Milo tut alles, um es zu schaffen. Und das zu Recht. Das ist Wahnsinn. Finden wir Elion die Kapelle? Die Arme hatte keine rossige Zukunft für sich. Es war schön, dass du mit dem Kauf des Spiels halt ein schönes DLC bekommen hast. Kein Problem. WB-Hinolein? Das ist Leidenschaft. Ah, ist ein bisschen doof gelaufen. Warum machst du denn... Lauf ein bisschen weg. Und Feuer frei. Fuck. Wissen die alle, dass wir hier sind? Dass man hier auch jeden Stein einzeln rumdrehen muss. Lass mich raten, ist es wieder so ein riesiger... Wieder so ein riesiger Abschnitt. Beim ersten war es einfach perfekt. Gut, voll geballt, detailliert, liebevoll. Alle super. Yo. Kannst du übertreiben? Fuck. So viele. Du weißt, was uns in der Festung erwartet, oder? Ja. Lass mich raten ja doch auch wieder so einen fucking Helm auf. Hey, du könntest doch unendlich Steine haben. Aber dafür klatschen wir dir einfach ganz viele Gegner auf den Hals. Wenn dir du nichts machen kannst. Finde ich gut. Jetzt kann ich halt auch nichts mehr machen. Was hat er denn jetzt? Er ist verbraut. Die Leiche ist nicht wahr. Ich bin dir auf der Spur, Dreckskerl! Mist, Kerl! Amicia! Was? Du musst dich beherrschen. Mach nur den Weg frei. Na, ich hab halt nichts mehr, ne? Und die Steine bringen halt gar nichts. Stealth-Action ist eine Sache. Aber es dauerhaft zu machen... Und durchrennen kannst du halt auch nicht. Ich mein, die haben sich besser verdient. Also Grafik, das spiel ich schon echt der Hammer. Aber das auf der PS5. Ja. Dass sie da nur... Ich weiß nicht, ob da jetzt ein Patch gekommen ist oder nicht. Aber ich kann's halt auch nicht messen, weil... Gibt's auch keine Ratten, die ich jetzt steuern kann, ne? Auf jeden Fall! Die 4090 Tsui Mui! Holy moly, Broly! Leck mich! Die war übel! Ich hab die bei Zinchili gesehen. Nicht nur beim Unboxing... Sondern generell... Oh, wir verschwinden. Aufgepasst! Es geht runter! Ich versuch's! Alter, dreieinhalb Slots. Mh. Lecker. So ein abgehängenden... So ein richtig schön abgehangenen... Gut gegärten... Äh, nicht gegärten, sondern richtig schön lecker gepökelten... Nerano-Schinken. Mh. Mh. Oh, fünf Stücke. Aber das Ding ist echt, ey. Das ist ein... Das ist ein Koloss. Also wenn du das Ding einbauen willst, dann brauchst du halt schon echt... Fuck! Fuck! Äh. Witzig! Bin ich auf den Sack. Und ich kann schon wieder von vorne anfangen. Ach, nö. Och, nö. Immer. Leck mich! Nope, nope, nope. Wo kommen die alle her? Na, warte. Ich krieg euch noch. Auf schwer bist du halt instant tot. Wie versch... Lass mich raten, der hat auch wieder einen Helm auf. Ja, nein, hat er nicht. Das bedeutet, ich könnte mich theoretisch gegen ihn wehren. Hey, ihr seid eindringlich! Schnapp dich! Nein, hab ich nicht. Der Justin hat gestern vor mir einen riesen Fickdich ins Gesicht bekommen. Kann er selbst auch schwer spielen. Kann er gerne am Wochenende vorbeikommen? Ich hab doch gekontert! Diese olle Drecksau. Neh, nochmal Schwefel. Och, nee. Nicht der schon. Warum? Och, Mann. Das ist nicht schwer. Du bist einfach nur scheiße. Ich hab halt nichts, ne? Brenn, Speck! Hm? Hm. Boah, so geräucherter Speck, ne? Ich kann aber auch nur ablenken. Sobald er halt nicht versteckt ist, finden die dich sofort. Und zu, das ist immer noch normal. Weil sonst bist du halt bei euch schwer, bist du halt One-Hit. Lass da was drin sein. Große Tasche für fünf Stücke. Yay. Oh! Woher? Woher? Was jetzt, Samy, Sie haben? Wie können ich weh mehr? Ach, nee. Hier, das ist zu euch. Natürlich. ich habe halt ein Messer, damit könnte ich ihn abstechen, aber ich sage ganz ehrlich, irgendwo ist dann wieder so ein Schrank, den halt nur mit dem Messer killen kann, aufmachen kannst und dann, du musst erst mal hier rüber zu gehen, in der Hoffnung, in der Befürchtung irgendwas zu vergessen, zu vergessen, wenn ich es nicht mache, entbolzen. So wie zum Thema, niemand tut mir was oder was weiß ich, und dann in diesem Gammelwasser rumvögeln, damit sie ein Kind kriegen, war jetzt nicht so optimal, hier muss doch bestimmt doch so ein Arschloch sein. Nolle Drecksau. Kackchen Ernesto, Kackvogel. So, jetzt ist hier aber Ruhe im Karton. Darf ich mich jetzt mal umgucken? Ich wette mit dir den ganzen Scheiß, den ich hier jetzt verbranzt habe. Ne, warte mal, hier kamen wir, ne? Da lebt keiner mehr. Von den ganzen Sachen, die ich jetzt verbranzt habe, brauchst du wahrscheinlich die Hälfte wieder. Jetzt beschwert euch, dass es stinkt. Ihr seid in Leichenwasser geschwommen. Ihr seid in Kloakenwasser gelaufen. Also wenn die Amis ja nicht einen Vaginalpilz hat, weil so, was weiß ich, die ganze Zeit die Klamotten trägt, mit denen man, was weiß ich, in Schimmelwasser, in Güllhüllen füllen, rumläuft und was weiß ich, in Rattenpest verseuchten, äh, Pipi-Pfützen und so ein Kram, dann weiß ich's auch nicht. Und jetzt holt sie rum. Oh, ich stink zu sehr. Ich mein, komm schon. Wirklich. Und der Ugo, der muss doch auch schon irgendwie die ganze Zeit am Schimmeln sein. Ich würde es nicht tun. Und da haben sich nicht einer gewaschen. So, wie komm ich da jetzt rein? Gar nicht mehr. Doch, hier lang. Mit dem Abwasserschacht. Was haben wir denn? Wir sind gut gerüstet. Wir haben nix. Das ist immer gut. Und dabei wimmelt es hier ja theoretisch nur von Gegnern. Gegen die wir mit unserer Steinschleuder nichts tun können. Also, die besten Voraussetzungen. Aber Hauptsache, wir finden Stücke zum Upgraden. Aha. Ja, das war einfach so schön. Ich weiß, es ist schwer. Aber bleib bei der Sache. Ja. Schneller Tod. Gezielter Stoß. Okay. Amicia achtet auf ihre Umgebung, wodurch sie Gegner in Nahkampf entfeuert. Was? Das merke ich jetzt erst. Oh, leck mich. Erholung. Amicia bleibt ruhig, wenn sie angegriffen wird und erholt sich schneller von Treffern. Ja. Okay. Also, ich muss sie auch gar nicht lernen. Das macht ihr automatisch. Er drosselt Gegner mit ihrer Schneider schneller und leise, da sie ihre lebenswichtigen Punkte kennt. Ja, aber das Problem ist, äh, das hier kann ich schon die ganze Zeit. Das hatten wir am Anfang gemacht. Und dann finden wir sowieso keine Gegner, die, weil die alle hier so einen Kehlkopfschutz tragen. Also, das ist so ein richtiger, so ein richtiger Abfuck. So ein richtiger Arsch-Bobo-Abfuck. So, ey, kannst Leute killen mit Nahkampf. Brauchst keine Ressourcen. Aber wir stellen hier nur Gegner begegnen, die dagegen Resistenz sind. Höhöhöh. Arschlöcher. Riesen-Arschlöcher. Ein richtiger Dark Souls-Move. Guckt euch bitte nichts von Dark Souls ab. Die Leute im Internet tun nur so, als wenn sie das wirklich mögen würden. Aber in Wirklichkeit macht das keiner. War das gerade ein Leck? Nein, nein. Ich mach dich fertig. Lass sie in Ruhe. Oh. Das war Kuscheln. Sie setzt sich dazu. Der kriegt jetzt wieder so einen Anfall. Ich glaub, der Junge... Ich glaub, der... Hat er mir versprochen. Das nie mehr zu tun. Tut mir leid, aber... Ich bin froh darüber. Ja. Gut. Versuch einfach am Leben zu bleiben. Ich hab ein Werkzeug. Gehen wir weiter. Also... Immer so dieses Teasing. Ey, mir gib mir den Werkzeug. Kannst du was machen? Oh, wie geil. Hat's aber nichts. Hat's aber nichts. Hat's aber nichts. Gehen wir weiter. Ja. Alter, ich will nichts sagen, aber Ami ist hier... Ich glaube nicht, dass es zwei Jahre her ist, Justin. Aber die Ami ist hier erst 15. Okay. Step. Warum konnte ich eben Y drücken? Und jetzt nicht mehr. Boah, Kacke. Ich bin mal gespannt, ob wir das am Wochenende heute durchkriegen. Jammer weniger. Gestern war sie bei dir noch 17, Justin. Aber der Ugo, der verhält sich nicht wie ein 7-Jähriger. Der ist mindestens nur 6. Beim letzten Mal war er 5 oder so. Ich hab natürlich gar nichts mehr. Die beste Situation. Du hattest recht. Einer lebte noch. Lass uns gehen. Ich will nicht wie Dias enden. Und warum ist das Gitter noch nicht oben? Hey! Öffnet das verdammte Tor! Ich werde gehen. Ihr könnt euch im Karren verstecken. Aber was ist mit dir? Mann, was macht er denn? Unglaublich! Komm schon, macht ihn. Er kriegt einen Arschtritt. Willst du von mir einen Arschtritt? Oh, bei welchem Spiel war denn das, wo man sich unter einem... unter einem ganz langsam bewegenden Laster durchkriechen musste, um eine Festung zu betreten? Bei irgendeinem Militärspiel. Und was ich damals gespielt hatte. Das war nicht 4Kry. War das Sniper Ghost Warrior? Mann, ist mir auf dem PC irgend so ein Shooter gewesen. Ich will zwar nicht sagen... Die haben eine Rattenplage. Aber ein Kammerjäger... hätte ausgesorgt. Ja, ich bin doch schon dabei. Guck doch mal. Ist mir alles im Arsch... Mit den ganzen Viechern? Nein. Naja, vielleicht. Aber das wäre... Ah, vergiss es. Entweder es klappt... Oder ich bin tot. Ich kann nicht fassen, dass ich das mache. Oh, ja. Das Ding ist unglaublich. Puh. Ja, mein größter Schatz. Ich war mir nicht sicher, ob es genug Licht aus dem Feuer bündeln würde. Lol. Drunter. Ja. Gut, dass du wieder da bist. Ja. Danke. Ich gab dir mein Wort. Ich kann uns drei damit schützen. Ich brauche noch ein Feuer, um uns durch diese Hölle zu führen. Wird erledigt. Gut. Die Raten überlasse ich euch. Sag mir einfach, zu welchem Feuer du willst und wann ich aufhören soll. Ja. Vertrau mir. Sophia, warne uns den Weg. Bleibt bloß alle im Licht. Okay, das ist cool. Ich will nur in die Truhe. Ja, die wollen alle. Das sind alles notgeile Ratten. Die wollen alle an die Amis hier ran. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt in meiner Nähe. So. Jetzt muss ich nur ganz genau überlegen, wo lang ich will. Warte mal. Oh, warum muss man das immer angucken? So, das ist erhöht. Die Frage ist, könnte ich damit theoretisch? Soll ein Prisma sein? Oh. Fuck. Soll ich dir was tun, Sophia? Bleib in meiner Nähe. Soll ich dir was tun? Soll ich dir was tun? Soll ich mich. Die Kapelle liegt hinter diesem Graben, stimmt's? Stimmt. Und wir müssen irgendwie rüber. Ich hab die 50 schon längst erreicht, Justin. Sophia, warne uns den Weg. Bleibt bei mir. Warte mal, ich will doch was probieren. Lass das. Natürlich. Oh nein. Nee, es sind zu viele. Schade. Ich dachte, ich könnte irgendwie die Ratten zumindest die Ecke weglocken. Sodass ich in den Turm kann, aber... Ich weiß auch nicht mehr. So 5 oder so mindestens. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt in meiner Nähe. Das reicht. Hör auf. Na gut. Warte mal. Ich will doch was probieren. Ihr gewitzten kleinen Lappen. Aber jetzt komm ich nicht mehr zurück. Ha ha ha. Ha ha ha. Hö hö. Kann ich... Ja. Ich kann aufbrechen. Yay. Stuff. Das nennt man eine mobile Workbank. Noch nix. Ich will erstmal alles hier abgrasen. Jetzt kannst du mal gucken. Okay. Ich hab aber nicht genug Material. Aber zumindest das wichtigste Hammer. Gut. Die Frage ist jetzt nur... Warte mal. Das kann doch diese 4 bestimmt. Und... Das kann doch auch nicht. Das blieb. Sofia, informier uns den Weg. Bleibt bei mir. Weird Dass das geklappt hat, verstehe ich Ich verstehe, wer will Das haben wir doch nur gemacht, ob der wieder zurück kann Weil sonst wäre es ja eine Selbstmordfalle Das reicht, hör auf Na gut, mach uns den Weg Bleib bei mir Ich finde es halt blöd, dass man keine Stöcke mitnehmen kann Kann man eigentlich hier Jetzt schnell durch Warum konnte ich nicht stehen bleiben Was Was Warum Aber wo muss ich genau lang Das ist ja das Problem Wo muss ich genau lang Muss ich wirklich da hoch Das würde Sinn ergeben Weil ich ja nur mit dem Stock da rein kann Aber ich war da eben schon drin Dementsprechend bin ich da auch ein bisschen Ich will die im Prisma Sonst geht's euch gut Ja die ist auf einmal stehen geblieben Ich bin gelaufen und gerannt Aber irgendwie Wollte sie nicht Irgendwie wollte die Amicia nicht Die hat den Stock genommen Und ist dann stehen geblieben Gut Das Problem ist Ich glaube Ich kann mit dem Ugo auch gar nicht Ich habe vergessen Das Ding noch um Achso Ich bin ja gestorben Also ich glaube nicht Dass das Langsam ist Weil mit dem Ugo kann ich nicht Durchs Feuer rennen Ich hoffe das hilft uns weiter Glaube ich Ich glaube da soll man nicht durch Muss irgendwie einen anderen Weg geben Gut Dann an die Arbeit Ich kann eh nichts machen Egal was ich hier sammle Sophia warne uns den Weg Bleibt in meiner Nähe Mein Prisma bekommt P Lass gut sein Na gut Spannst du uns den Weg Sophia Bleibt bei mir Halt du kannst aufhören Natürlich Ich glaube nicht Dass es zu langsam ist Aber es ist auch der einzige Weg Ne Ne Also hier soll man nicht durch Okay Äh Verstehe Verstehe Das Problem ist Wir können den ganzen Scheiß Jetzt neu machen Oder Mach uns den Weg frei Sophia Oh du deine Du deine Dead Counters Mein Prisma bekommt hier nicht viel Licht ab Gebt acht Du wolltest es unbedingt Kann ich natürlich auch machen Kann ich natürlich auch machen Könnte ich natürlich auch probieren Da hast du vollkommen recht Hino Daran habe ich gar nicht gedacht Hoffentlich etwas wertvolles Ja Hat es ja nicht viele Zuschauer Aber dafür die besten Yeah Ja Ändern wir ein paar Sachen Dann mal an die Arbeit Ah Mit 37 kann ich auch nicht viel anfangen Warum kann ich nicht einfach so ein Goku mitnehmen Dann verwandelt sich ein Super Saiyan Leuchtet ein bisschen Und der ganze Käse ist gegessen Das wäre doch einfach wunderbar Einfach mal so fünf Minuten So ein Kammer mehr Sophia Warn uns den Weg Bleib bei mir Weil der ganze Gegend es erhält Easy Nee das bringt nix Das bringt nix Das Problem ist Ich glaube ich kann das nicht löschen Weil die das mit Tear verstärkt haben Okay Mach uns den Weg frei Sophia Bleibt bloß alle im Licht Du kannst aufhören Na gut Sophia Warn Bleib bei mir Ich glaube das hier hinten war wirklich nur für die Truhe und so Und wir müssen es irgendwie irgendwo anders da machen Halt Geht nicht zu weit weg Es wird zu dunkel für mein Prisma Warnst du uns den Weg Sophia Bleib in meiner Nähe Mein Prisma bekommt hier nicht viel Licht ab Gebt Acht Oh leck mir doch die Fotzen saubund ey Was soll denn das für ne verfickte Waldförster Fickne Fickpacke Da haben sie sich was ausgesucht Diese arschgefickten Rosettenknöpfe ey Ja wir finden es lustig Wir sind Arschobo Alter diese Dödelknödel ey Ich hab alles abgesucht und Ne irgendwo haben wir irgendwo was kleines Finden wir lustig Spacken ey Vor allem kann ich jedes Mal diese verfickte Scheiße neu machen Aber das Werkzeuge sind halt so rar Oh wie er freut sich dass ich 50 mal gestorben bin Oh 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 Ist was nützliches drin Beim Huni lässt der äh Gibt es eine 10 Euro Donation von Justin Die verteidigt dann via Paypal Jeder kriegt den Euro Sophia warne uns den Weg Bleib in meiner Nähe Habe ich das noch einmal höher Ich weiß echt nicht wo ich lang muss Wie geht's hier Sepp Habe ich letzte Woche vermisst Ich bin mir nicht ganz sicher Hatten wir letzte Woche Da komm ich aber auch nicht rein Da war mit drin Das bringt nix Also Sind wir fertig Was ist denn Setze Sophias Prisma ein Hahaha Schön Mach ich doch Sophia Warne uns den Weg Bleib in meiner Nähe Ich mein klar Macht Sinn Ja Das hier soll Hier soll niemand durchkommen Kommt ja auch keiner Du kannst aufhören Natürlich Fahrst du uns den Weg Sophia Bleib bloß alle im Licht Aber irgendwie Oder soll ich die Ratten Irgendwie vernichten Dass ich die in die Ecken dränge Oder so Hier wie hier Dann werden es weniger Nee Die kommen ja wieder Werden es weniger So dass hier einfach alle herkommen Und ich kann hier so Stück für Stück vernichten Ich hab so das Gefühl So ein bisschen Oder Nee Äh Was Es wäre echt cool Wenn man das machen könnte Vorsicht Es ist kaum noch Mach uns den Weg frei Sophia Bleib bloß alle im Licht Gut dass du wieder da bist Ja Danke Ich gab dir mein Wort Wie lange musst du es noch einsetzen Ich verstehe es nicht Muss ich hier hoch Also ich komme nirgendwo mehr hin Ich weiß nicht wo ich weiter gehen Wie ich weiter gehen soll Leute ich bin überfragt Ich kann das Feuer nicht löschen Ich muss da irgendwie hin Hier steht Benutze Sophias Prisma Ich kann aber halt auch nichts machen Mein Prisma bekommt hier nicht viel Licht ab Gebt acht Also ein Ding was ich wirklich machen kann Ist da unten rein Aber da komme ich ja auch nicht weiter Leute bei aller Liebe Ich verstehe es nicht Mach uns den Weg frei Sophia Bleib dir in meiner Nähe Ich komme halt auch alle wieder Es macht halt wirklich keinen Sinn Hier die ganzen Ratten wegzumachen Es ist zwar schön Dass die sich nach einer Weile auflösen Aber guck mal Wir sind ja wieder Noch nicht ganz Das wirklich geht Werden das weniger Ich weiß es nicht Wie ich das machen soll Mach uns den Weg frei Sophia Bleib bloß alle im Licht Aber ich verstehe es halt nicht Aber ich verstehe es halt nicht Aber das Gefühl Die kommen alle wieder Also macht es keinen Sinn Was ist denn die Aufgabe Setze Sophias Prisma ein Das ist natürlich eine sehr gute Questbeschreibung Sophia Warne uns den Weg Bleib bloß alle im Licht Das Also von A-Showbo Boah Leute Das kenne ich so gar nicht Mach uns den Weg frei Sophia Bleib dir in meiner Nähe Sophia Warne uns den Weg Bleib bei mir Ich will mal was probieren Aber ich glaube nicht Dass es klappt Mein Prisma bekommt hier nicht Viel Licht ab Gebt acht Hier gibt es halt auch nichts Nicht irgendwie noch ein Feuer Oder so Die Ratten werden auch nicht Wirklich weniger Ich bin überparkt Ich weiß es nicht Ich weiß es echt nicht Was sie Was sie Was sie will Ich weiß echt nicht Was die A-Showboos von mir wollen Außer einfach Spieler tot sehen Mach uns den Weg frei Sophia Bleib bloß alle im Licht Fangst du uns den Weg Sophia Bleib bei mir Mach uns den Weg frei Sophia Bleib dir in meiner Nähe Hey lass gut sein Geht klar Geht doch Oh Sie kommen durch Ja Diese kleinen Schmarotzer Kein Kommentar Kein Kommentar Nein 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 Wir sind da Alle hergehört Haltet eure Stellung Und achtet auf die Gräven Milo Du kannst loslegen Sie sind auch hier Vorsichtig Haltet die Rand So lange wie möglich Von der Kapelle fern Verstanden Direkt hinter diesem Fallgetank Ich will nicht gestört werden Das geht nur den Sohn und mich was an Was wird der Ton Ihr habt ihn gehört Alle Wache halten Und lasst das Fallgetter runter Die Beschützer haben gesucht Also dort den Ja Weiter zurück Ich habe keine Wahl Er ist tot Vorsicht Das geschieht dir recht Natürlich alle mit Helm Gut Wir müssen die Kapelle schnell erreichen Schon dabei Da gibt es auch was Erstmal gucken Was ich hier alles noch so finden kann Ich mache nämlich wieder Zeug Habe ich das Gefühl Ich will nicht ausrüsten Ich will nur was herstellen Warte mal Weiß nicht Ob das so eine gute Idee ist Ja ja Unfucking fassbar Sag mal Sind die Ratten hier weg? Wollt ihr was zu fressen? Wollt ihr was zu fressen gefunden? Oder was? Warte mal Ich habe da mal eine ganz interessante Idee Ich habe da mal eine ganz interessante Idee Nee, nee, nee. Nee, hier ist sonst keiner. Okay. Super. Ja, also ich will nicht sagen, dass hier... Entweder brauchen die einen sehr guten Therapeuten nach dem ganzen Kram. Oder die sind echt stabil. Nein! Falsch, ich wollte die nur mitnehmen. Ja, aber der kann nichts machen. Hey, lacht auf! Er ist tot. Der Scheunige muss noch hier sein. Wie geht es dir, Hugo? Glaubst du wirklich, die Kapelle wird helfen? Ich verspreche es. So, da bin ich mal gespannt. Bleib. Da drüben seid ihr! Er sucht nach uns. Ja, er kann hier nichts machen. Ich mein, komm schon. Ich könnte... Warte mal. Ich habe da eine interessante Theorie. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir den A entweder näher locken müssen. Dafür bringe ich dich um. Ja, ja. Bleib genau, wo ihr seid! Ich komme! Ja, dann kommen wir her. So, das Problem... Warum kann die Amicia denn nicht so weit werfen? Weil damit könnten wir eigentlich hier einen Weg bahnen. Den Penner eins in die Fresse hauen. Das war mit den Ratten. Da würde ich mir nämlich... den Bolzen sparen. Gut, der ist nämlich hinüber. Die Frage... ist jetzt nur, wie machen wir das? was? Warum nehmt die nicht gleich zwei mit? So eine riesige Wunderkerze wäre doch auch ganz cool. Ich mein, er hat nicht recht. Er hat nicht unrecht. Oh, komm schon. Sophia, warne uns den Weg. Bleibt bloß alle im Licht. Nein, 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 nein. Nein. Boah. Sophia, warne uns den Weg. Bleibt in meiner Nähe. Kann ich hier runter? Soll ich hier runter? Will ich hier runter? Mach uns den Weg frei, Sophia. Dass das klappt, ne? So. Hör auf, wie du wünschst. Ich weiß nicht, dass ich das habe. So. Ich glaube, das Spiel ist soweit okay. Für euch. Auch wenn wir mal keinen Ranch Simulator zusammen spielen. Ernsthaft. Das ist kein Problem. Das war leicht übertrieben, oder? So lernen Sie es. Bitte. Oh, oh, oh. Gehen wir einfach weiter. Komm, wir nie durch. Wir müssen es hochziehen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bei mir. Nur so lernen sie es. Die wird langsam kaltblütig. Ich finde den Anfang viel zu schwer. Das reicht. Hör auf. Na gut. Sophia, warne uns den Weg. Bleibt in meiner Nähe. Das geht natürlich auch durch, ne? Mein Prisma bekommt hier nicht viel Licht ab. Gebt ab. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bloß alle. Du kannst aufhören. Geht klar. Ich muss mal ganz, 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 ganz kurz aufs Klo. Ich muss mal ganz, 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 ganz kurz aufs Klo. Und dann… Gut. Danke. Da bin ich wieder. Ne, Sepp ist noch da. Zui. Justine. Juna. Kino, der Dino. Ich darf nicht so viele Töpfe benutzen, weil ich hier alle brauche. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleib in meiner Nähe. Was für eine Gemma-Show. Halt, geht nicht zu weit weg. Sophia, warne uns den Weg. Lass es. Natürlich. Ist ja immer noch an der Stelle. Na, ich bin ein bisschen weitergekommen. Aber ich will natürlich auch alles abgrasen. Bei Rollenspielen mach ich das immer so. Kannst du einen Justin fragen? Ich bin da durchaus keiner, der... ...alles schnell ablässt. Das ist wie ein Albraum. Vielleicht ist es ja einer. Bitte, leise. Und zweitens habe ich... Sowieso das Gefühl damit, damit es halt alles länger wird als der erste Teil, haben die hier eigentlich ganz einfach nur die ganzen Areale länger gemacht. Also im ersten Teil hat sie auch schon solche Passagen, aber die waren nicht so extrem gefühlt langgezogen. Ich bin die ganze Zeit zurückgelaufen. Wirklich? Boah, komm schon. Weil hier überall noch ungeöffnete Truhen sind, denke ich immer, ich bin weitergekommen. Tut mir leid für dich, Ugo. Es kommen bessere Zeiten. Mag sein. Ganz sicher. Sophia, warne uns den Weg. Bleibt bloß alle im Licht. Hast noch einen Bolzen. Ich hoffe, der reicht aus. Okay. Ich muss doch da hin. Kannst du mal sehen. Mit diesem Licht und Ratten und überall und dieses langgezogenes, das muss so extrem lang sein. Sonst ist es nicht... Sonst ist es so schnell. Dann machst du dir das gesamte Spiel kaputt, weil der Spieler dann erst mal durch diese ganze Scheiße hier, ähm, es erst mal checken muss, wo er langer muss und dann kommt er einwandig voran. Ich meine, alles Abgrasen ist eine Sache. Aber wenn man einfach sowas noch unnötig lang macht, dann bringt es halt gar nichts. Wenn du es halt so riesig machst, weil du irgendwie... Weil du irgendwie Schiss hast, dass irgend so ein... Nup, man, nee, will nicht lang genug. Hier nicht die Eier leckt als Spieleentwickler und jetzt die meisten... Die meisten einfach viel zu lang. Bleibt bloß alle im Licht. Mein Prisma bekommt hier nicht... Verangst du uns den Weg, Sophia? Bleibt in meiner Nähe. Bin ich hier jetzt richtig? Gar nichts lang. Also, ich bin hier gerade echt überfragt und weiß jetzt selbst nicht bei diesem ganzen Hin und Her und diesen Blickwinkeln, wo ich überhaupt lang soll, muss, kann. Das ist eine einzelne Ratte. Boah, die würden uns jetzt komplett fressen. Das heißt hier gar nichts lang. Ich meine, bei Farming-Spielen verstehe ich das, aber... Ja, ich weiß, da links die Treppe geht hoch. Aber hier, die Stücke brauche ich. Bevor ich jetzt die Kurbel aufmache und irgendwas trigger... Oh nein, nicht verwerfen. Aber irgendwann kriege ich da Stücke. Und du musst nach Hammeln. Was ist Hammeln? Das sagt mir jetzt leider nichts. Nur drei Töpfe. Also, ich bin halbwegs gut ausgerüstet. Aber nur halbwegs. Ein paar Bolzen mehr wären ganz geil gewesen, aber... Scheinbar soll es nicht so sein. Also, von daher machen wir jetzt die Kurbeln. Also, ich verstehe es leider aktuell nicht. Hammeln ist eine große selbstständige Stadt in Niedersachsen. Äh, was? Raumplanerisch ist die Mittelstadt als Mittelzentrum der Teilfunktion eines Oberzentrums eingeschult. Äh... Ja, versprochen. Na gut. Klingt unnötig. Scheiße! Ich wollte nur noch die Kontrolle verlieren! Weltweit... Achso, ja, durch die Rattenfinger... Ah, Rattenfingersage, die auf dem Auftritt... Ah, daher kommt doch das Märchen der Rattenfinger, ne? Okay. Vorsicht beim Fall! Schon dabei! Ah... Sophia, warne uns den Weg! Bleibt bei mir! Bis der hier ist. Halt, hör auf! Stets, stets! Gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht warum. Aber ich bin irgendwie kein Fan von HDR. Weil immer wenn ich HDR ansetze, dann ist... Zumindestens auf meinem mittleren Monitor. War da gerade irgendwie schwarzer Pixelfehler? Oder spielen meine Playstation kaputt? Ich bin da ein bisschen vorgezeichnet, was das angeht. Als ich... Äh... Ich hatte öfters mal... Am Anfang ziemlich häufig Grafikkartenprobleme. Mh... Und die fing halt genauso an. Beziehungsweise mal eine. Ich glaube, dann hatte der Blub mir ja... Der kriegst mir mal eine geschickt gehabt. Ich glaube, hier gibt's nichts mehr. Ich bin dafür zu gut ausgerüstet. Naja, durchs Blut will ich jetzt nicht zwingend laufen. Wir kommen doch wieder bestimmt irgend so ein... Diesen Gegner oder so. Endlich. So ein 2 Meter Typ oder so. Oh, das ist... Der Sohn. Es gibt so viele davon. Die sind ziemlich neu. Wer war das? Melo? Dieses Gemälde. Das sind der Träger und seine Beschützerin. Sie kommt nur auf diesem hier vor. Ja, und? Wurde diese Kapelle ihr gewidmet? Der Beschützerin. Ja, das Spiel ist sowieso... Also, äh... Mit dem... Mit dem Spiel haben sie sich im Vorg... Vom Vorgänger, ähm... Gesehen, nicht mit rumbeschütt... Äh, nicht mit rumbe... Bekleckert. Sag ich ganz ehrlich. Einfach aus dem Aspekt. Erstens. Hier sind die Passagen teilweise viel zu lang. Zweitens. Gibt's viel zu viele Fehler. Und drittens. Das Spiel lief oder läuft... Jetzt nicht in 60 FPS. Und das auf der PS5. Während andere eine Adaption... von... Was weiß ich... 120 Hertz? Und du musst halt bedenken... Ich spiele halt aktuell... auf dem 144 Hertz Monitor. Ich sehe das halt noch mal... ein bisschen ruckeliger als ihr. Weil das irgendwie dann auch... ein bisschen ruckelt, wenn... Wenn du halt auf dem... So krassen Monitor halt durchziehst. Ah, ihr jakt! Hm? Damit mir keiner einen fahren lässt. Beschütze einen... Beschütze alle. Das ist von der Beschützerin. Der Orden hat sich hier eingesperrt. Eine schöne Dynastie... von Schwachköpfen ist das. Thomas, es der Popare! Haha! Oder wie ich mal auf Englisch sagen würde... Yo, teacher, fuck you! Bitte pass auf! Vielleicht ist da eine Spinne drin! Eine kleine Spinne wird natürlich... Da ist dieses Ding! Schon wieder! Unser größtes Problem... Sie ist wütend. Sorgt sich um den Träger. Er ist so jung. Sie will ihn zurück und sie... weiß, wohin sie ihn gebracht haben. Das Heiligtum. Der Palast. Die Festung. Die Karte. Dorthin brachten sie ihn. Warte. So leicht ist das? Hier so einfach unter der Karte? So... einfach. Ihr Vermächtnis ist das. Für die nächste Beschützerin. Sicher. Das ergibt Sinn. Wie auch immer. Ein weiterer Tag in deinem Leben. Gehen wir zurück zur Karte. Wir wissen immer noch nicht, wo Milo ist. Naja, sein Werk schien ohnehin vollendet zu sein. Die kommt doch eh gleich her. Das eben sah nach Arena aus. Kannst du sagen, was du willst? Und eine Cutscene. Und eine Cutscene. Ja, Sklaven. Du hast sie aber getötet. Für dich. Die Gräfin. Sie bezeichnet sich als Mutter. Aber du brauchst keine Mutter. Du brauchst Dina. Sag mir nicht, was ich brauche. Ein liebes Spiel. Ein liebes Spiel. Wirklich. Wirklich. Sag nichts. Sie haben Milo getötet. Nathalie, sie kommen. Versteckt euch. Pass auf, wir go auf. Sie haben Milo abgeschlachtet. Wir hören. Wir brauchen jeden eisigen Mann. Töte das Mädchen. Du hältst uns jetzt nicht auf. Fuck. Ich hab's mir gedacht. Oh, leck mir doch. Die Rosette Wund, ey. Da kriegst du doch echt Plack am Arsch. Ich muss mir genau überlegen, was ich... Ich muss mir genau überlegen, was ich... Siehst du einen Ausweg, Sophia? Nein, noch nicht. Ihr habt alles ruiniert. Dafür werden... Du hältst uns jetzt nicht auf. Bleib ruhig. Beherrsch dich. Das wird böse Enten, Amicia. Es muss ein Update geben. Dann finde heraus, wo... Amicia, lass mich helfen. Nein, du bleibst hier. Ah! Wenn wir hier Blut vergießen, belohnt uns der Sohn vielleicht. Zurück! Sonst seid ihr tot! Tötet das Mädchen! Fast geschafft. Jetzt nicht nachlassen! Lass uns gehen! Wir können es beenden! Sie hören dir nicht zu! Sie sind zu dumm! Hört auf, verdammt! Was habt ihr... Das Rekord ist nicht vollendet! Ihr werdet alle sterben! Bleib unten! Wieder so eine... Angeschlagte! Ihr Herr! Wir brauchen jeden einzelnen Mann! Zötet euch! Ja! Siehst du einen Ausweg, Sophia? Nein, noch nicht. Ihr habt alles ruiniert! Dafür werdet ihr müssen! Ihr macht einen Fehler! Bleib ruhig! Beherrsch dich! Das sind böse Enten, Amicia! Es muss einen Ausweg geben! Dann finde heraus, wo! Amicia! Lass mich helfen! Nein, du bleibst hier! Zurück! Sonst seid ihr tot! Tötet das Mädchen! Fast geschafft! Jetzt nicht nachlassen! Ja, man kann's übertreiben! Hab ich jetzt gerade... Off! Schon der dritte Tod hier! Ja, Justin, zählt's schlecht! Lappen! Sie haben Milo abgeschlachtet! Wir, Herr, wir brauchen jeden einzelnen Mann! Zurück! Siehst du einen Ausweg, Sophia? Nein, noch nicht! Ihr habt alle ruiniert! Dafür werdet ihr müssen! Ihr macht einen Fehler! Bleib ruhig! Beherrsch dich! Das wird böse Enten, Amicia! Es muss einen Ausweg geben! Dann finde heraus, wo! Amicia! Lass mich helfen! Du bleibst hier! Beendet das Ritual! Wenn wir ihr Blut vergießen, Belund! Der Sohn vielleicht! Zurück! Sonst seid ihr tot! Tötet das Mädchen! Fast geschafft! Jetzt nicht nachlassen! Lass uns gehen! Wir können es beenden! Sie hören dir nicht zu! Sie sind zu dumm! Schaut auf, verdammt! Was habt ihr getan? Das Ritual ist nicht vollendet! Ihr werdet alle sterben! Beruhige dich, Igo! Sophia, bitte! Bleib unten, Igo! Lass mich jetzt helfen! Oh Gott! Da kommt noch mehr! Ich kann gerne helfen! Wieso? Wie macht das? Er hält nicht durch! Ich muss es schnell beenden! Es sind so viele! Lass mich helfen! Nein! Schließ deine Augen und halt dir die Ohren zu! Ja? Ich kann die Arme töten! Die Ratten! Wollen es! Amicia! Die Zeit drängt! Es ist zu gefährlich, Amicia! Lass mich kämpfen! Igo, ich warne dich! Hör auf damit! Du sagst mir gar nichts! Sieh du meine Schwächer! Igo! Hör auf, Sophia! Ich kann's mehr! Alter! Wir haben die Forest spielende Noob! Alter, warum? Natürlich! Weißt du? Gegnermassen! Ich darf nichts verschwenden! Das hasse ich bei Kampf 10! Nein, noch nicht! Ihr habt alles gut! Dafür werdet ihr! Du hältst uns! Ihr macht einen Fehler! Bleib ruhig! Beherrsch dich! Das wird böse enden, Amicia! Es muss einen Ausweg geben! Dann finde heraus, wo! Amicia! Lass mich helfen! Nein, du bleibst hier! Beende das Edoar! Wir werden hier bloß vergehen! Zurück! Sonst seid ihr tot! Tote, das Mädchen! Hallo, ich würde gerne... Jetzt nicht nachlassen! Läuft super! Lass uns gehen! Wir können es beenden! Sie hören dir nicht zu! Sie sind zu dumm! Hört auf, verdammt! Was habt ihr getan? Das Ritual ist nicht vollendet! Ihr werdet alle sterben! Beruhige dich, Ego! Sagt mir bitte! Seid uns, Ego! Lass mich jetzt helfen! Gott, da kommen noch mehr! Ja! Zeig es ihnen! Ich kann sie auch töten! Ego, sie macht das! Nicht durch! Ich muss es schnell beenden! Es sind zu viele! Lass mich helfen! Nein! Schließ deine Augen und halt dir die Ohren zu! Ja? Ich kann sie alle töten! Die Ratten! Weiß es! Amicia! Die Zeit drängt! Es passt einfach nicht! Sorry, aber das Kampfsystem für Massenkämpfe, dafür sind die Charaktere einfach zu... Es ist wie bei Resident Evil! Sorry, aber... Leute, ist so! Wir haben ein Gebet und ein Gebet und ein Gebet und ein Gebet und ein Gebet so... Oh, leck mich doch am Penis, du Arschloch. Ich hatte Gegner mit Schillen. Die können alles, weißt du, aber du nicht. Das ist Böhm. Oh Mann, der ist aber auch nervig. Du hast auch keinen Platz dafür, das ist nicht die Arena dafür, Arschbobos. Ihr fucking dummen Entwickler, ey. Unglaublich. Höhenflug beim ersten Mal ohne Probleme und jetzt macht ihr nur Scheiße und checkt's einfach nicht. Sie sollen aus... Du hältst uns jetzt nicht auf. Bleib ruhig, beherrsch dich. Es muss doch nicht jeder Schuss sitzen. Das wird böse Enden, Amicia. Es muss einen Ausweg geben, sonst finde heraus, wo. Amicia, lass mich helfen. Nein, du bleibst dir. Behebte der Petra, sind wir hier blutbackig? Belust, das ist auch vielleicht. Zurück, sonst seid ihr tot. Tötet das Mädchen! Fast geschafft. Jetzt nicht nachlassen. Lass uns gehen, wir können es beenden. Sie hören dir nicht zu. Sie sind zu dumm. Ah! Ah! Oh! Verdammt! Was hat du jetzt wahr? Das wird alles verendet. Ihr werdet alle sterben! Beruhige dich, Ego. Sophia, bitte. Bleib ruhig, Ego. Lass mich ihr helfen. Ich kann sie aufhören. Gut, da kommt noch mehr. Sie macht das. End nicht durch. Ich muss es schnell beenden. Denkt daran, was das Länder mich helfen hat. Ah! Wer zum Teufel seid ihr? Wir kommen hier nicht raus. Es ist zu gefährlich, Amicia. Lass mich kennenlernen. Ugo, ich warne dich. Hör auf damit. Du sagst mir gar nichts. Sie ist meine Schwester. Ugo, hör auf, Sophia. Ja, da kann er alles abwehren. Natürlich. Aber die mit diesen Schildgegnern, ey, da haben sie doch echt... Es ist unglaublich. Damit haben sie sich echt... Nee, also ich... Nee, nein, einfach nein. Nein. Du hältst uns jetzt nicht. Siehst du einen Ausweg, Sophia? Nein, noch nicht. Ihr habt alles ruiniert. Dafür werdet ihr bösen. Ihr macht einen Fehler. Bleib ruhig. Beherrsch dich. Warum brauchte der jetzt zwei Schüsse? Zurück, sonst seid ihr tot. Fast geschafft. Jetzt nicht nachlassen. Lass uns gehen. Wir können es beenden. Sie hören dir nicht zu. Sie sind zu dumm. Hört auf, verdammt. Was habt ihr getan? Das Ritual ist nicht vollendet. Ihr werdet alle sterben. Ist doch... Der Typ mit dem Schild, ne? Oh. Der geht da durch, als wenn es nix wäre. Kein Problem. Wie soll ich den ablenken? Warum ist der so schnell? Der hat eine Rüstung und der hat ein Schild. Es ist einfach unglaublich. Fehlen nur noch Bogenschützen mit Vollpanzerrüstung. Ich muss es schnell beenden. Es sind zu viele. Lass mich helfen. Nein, schließ deine Augen und halt dir die Ohren zu. Ja? Ich kann sie alle töten. Die Ratten. Voll das. Amicia! Die Zeit brennt. Es ist so gefährlich, Amicia. Lass mich kämpfen. Ich warne dich. Hör auf, damit. Du sagst mir gar nichts. Sie ist meine Schwester. Ugo! Hör auf, Sophia! Ein brennender Stein macht nicht so viel Schaden wie ein normaler Stein. Ist klar. Ich beende das Ugo, verstanden? Ich muss Kostas, was es war nicht. Sie wird falsch müde. Fölten Sie! Recht mir laut! Pass sie nicht an! Kannst halt nix machen, ne? Wenn das Zeug leer ist, hast du einfach Pech. Nur weil der Wichser einen Helm trägt. Das ist dumm. Er brennt nicht mal. Das bedeutet, ich habe jetzt ein Problem. Ich kriege den nicht gekillt. Das habt ihr super gemacht. Finde ich klasse. Arschbobo. Ja, spiel erst mir keine Wahl. Das ist dumm. Bei aller Freunde von dem Entwickler... Bei aller... Alle Freunde von dem Entwickler... Da soll ich echt mal fragen... Das ist wirklich das, was ich unterstützen will. Was ich haben will. Ja, ich habe es auch gekauft, weil ich echt viele Hoffnungen hatte. Aber... Die übertreiben es immer. Die finden einfach nicht mehr den Punkt, wo man sagen muss... Okay, wir machen das Spiel knackig. Aber dafür nicht so lang. Aber nein, sie wollen unbedingt Länge reinbringen und verkacken... Jede Scheiß... Etage ist einfach viel zu lang. Ein Drittel weniger... Hätte gereicht. Die Hälfte am Gegner hätte gereicht. Nein. Wenigermaßen... Und dafür einfach viel mehr... Tiefe. Meine Fresse. Hör mir mal zu. Ihr beide seid wirklich einzigartig. Und aus irgendeinem dummen Grund kann ich euch gut leiden. Und das, obwohl euer Leben gerade echt scheiße ist, oder? Macht mir aber nichts. Auch die seltsamsten Dinge geschehen aus irgendeinem Grund. Seefahrer-Geschichten sind voll davon. Und jetzt? Solltest du dich endlich beruhigen und auf die Erwachsenen hören. Und du bist keine verfluchte Armee. Er sieht zu dir auf, ja? Und wenn dein Todestrieb seiner wird, dann passiert das hier. Und das wird wirklich Folgen haben. Und das wird wirklich Folgen haben. Ja. Alter. Alter, muss er auf die beiden Idioten aufpassen. Dankeschön. Ihr könntet mich eigentlich ablösen. Hm. Im ersten Teil hast du eins oder zwei solche Kämpfe, die wirklich Spaß gemacht haben. Das war gegen allen großen Gegner. Der mit diesem, wo man dem die ganze Zeit die Rüstung abschlagen musste. Und der mit dem, der mit dem Feuertypen. Aber das! Dauerhaft einfach mit Gegnermassen reinsetzen, wo jeder Gegner irgendwie, äh, gefühlt gegen, gewisse Waffen... Nee, das ist so... Das gibt mir so Far Cry 6-Vibes. Wo ich mir denke, das ist dumm. Die Mutter und Lucas wussten, dass Ugu sterben muss, um das zu beenden. Aber Missia wollte es nicht. Die sind auf dem Boot weitergefahren. Das ist alles bald vorbei, Ugo. Die Ratten wollen das nicht. Sie sind glücklich so. Die verdammten Ratten können zur Hölle fahren. Sie werden sich wehren. Das sind dumme Tiere, Ugo. Wir sind drei starke und schlaue Menschen. Ich weiß nicht. Sag mir, zu welchem Feuer du gehen möchtest. Ich ebne dir den Weg. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleib bloß alle im Licht. Beim ersten Mal hat es halt in meinen Augen wesentlich mehr Spaß gemacht, weil es da ein bisschen kniffliger war. Hier ist es irgendwie ein bisschen... Dadurch, dass sie acht so viel Variationen reinbringen mussten, habe ich so das Gefühl, haben sie sich selbst so ein bisschen verkackt. Das ist so, wie gesagt, wie Far Cry 6. Wurde einfach mit nem... Sophia, warne uns den Weg! Bleib spalten! Wurde einfach ohne Probleme mit nem Scharfschützengewehr und nem Kopfschuss wesentlich weniger Damage... Damage machst, als mit nem 9mm und nem Brustschuss. Nur weil die Munition nicht stimmt. Sorry, aber... Hätten sie eigentlich von lernen müssen. Selbst mal spielen müssen, 5er und 6. Und dann... Joa, okay, zu viel Variation und zu viel hin und her und alles zu lang in die Länge gesetzt. Ich mein, ich kann's verstehen, wenn man neue Techniken einführt, dass man die natürlich auch zeigen will. Aber... Mal im Ernst. Wenn man sie übertreibt, macht man sich das Spiel halt kaputt. Versteht er sowieso nicht, warum die meisten Leute... warum die meisten Spiele... halt immer so auf diesem Dark Souls Moment stehen. Es gibt nicht so viele Spieler, die wirklich Dark Souls und die ganze Spielereihe feiern. Im Internet tun sie halt alle immer so. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Hey, lass gut sein. Geht klar. Wir werden euch helfen. Nein! Lasst sie! Bitte! Meine Güte. Warum? Ich hasse euch! Euch alle! Es ist vorbei. Weg hier! Kommt! Das wird aufhören. Es ist zu spät. Alles ist trainiert. Holgo! Der Wagen. Ja, er wird uns schützen. Da ist das am Boden. Ein Balken. Sieht schwer aus. Wir müssen ihn bewegen. Sophia, warne uns den Weg! Und ja, ich habe so das Gefühl, dass jeder Nachfolger von jedem Spiel genau das gleiche Problem hat. Es muss immer mehr, länger, härter sein. Mein Trisma bekommt hier nicht viel Licht ab. Es war alles so schön. Ich fände es cool, wenn es besser gewesen wäre. Also, wenn es schön geblieben wäre. Aber man muss ja immer härter, stärker, brutaler sein. So, der Balken versperrt den Weg. Mach uns den Weg frei, Sophia! Bleibt bloß alle im Licht! Nein. Nein. Halt! Geht nicht zu weit weg! Es wird zu dunkel für mein Prisma! Auf einmal! Ich gehe nach vorne, um wieder näher zu kommen. Nur ein Blöd! Wie dumm ist das denn? Ey, willst du mich verarschen? Ey, willst du mich verarschen? Sophia, warme uns den Weg! Bleibt bei mir! Ey! Lass es! Gebobbt! Wir werden euch helfen! Nein! Lasst sie! Bitte! Heilige Güte! Warum? Ich hasse euch! Euch alle! Es ist vorbei! Weg hier! Kommt! Das wird aufhören! Es ist zu spät! Alles ist trainiert! Hugo! Der Wagen! Ja! Er wird uns schützen! Da ist was am Boden! Ein Balken! Sieht schwer aus! Wir müssen ihn bewegen! Fahrst du uns den Weg, Sophia? Bleibt in meiner Nähe! Kann er sowieso nichts machen, also... Was will die Alte denn von mir? So weit dahin kann ich eh nicht! Wenn doch wenigstens hier stehen bleiben würde! Wieder so ein Scheiß-Moment, ey! Ich muss das mit dem Ding da unten verknüpfen! Du kannst aufhören! Damit ich den Balken da wegziehen kann! Das bringt nur nichts, weil ich komme weder hier rein... ...noch da hinten hin! Noch woanders da lang! What the fuck ist da los? Bis D bei 70 plus! Ich hab keine Ahnung! Ich hab absolut nicht die geringste Ahnung! Das ist ja auch keine Fackel mit Blut oder sowas! Aber diese... ...diese dummen Momente... ...wollen man einfach viel zu viel hat! Ja! Oh, leck mich doch am Eiersack! Du bist eh bei 70 plus! Ja, man kann's auch einfach aufrunden! Mach uns den Weg frei, Fiat! Okay! Bleibt bei mir! Da! Überlebende! Sophia, fahrne uns den Weg! Wir werden euch helfen! Mach uns vor! Nein! Nein! Lass dich! Bitte! Herr Güte! Warum? Ich hasse euch! Euch alle! Es ist vorbei! Weg hier! Kommt! Das wird aufhören! Es ist zu spät! Alles ist ruiniert! Hugo! Versteh's nicht! Ich weiß nicht, wie ich den Balken weg... Ja, er wird uns schützen! Da ist was am Boden! Ein Balken! Sieht schwer aus! Wir müssen ihn bewegen! Ja, ich weiß, dass ich den bewegen muss! Kriegt mir halt nur nix! Weil er Spiel Nein sagt! Ja, geht natürlich nicht, ne? Wie ich sowas hasse! Wie ich sowas einfach von aller Herzen hasse! Komm nirgends rein! Spiel Break! Haben nicht weiter gedacht! Haben nicht so weit gedacht! Kann man nix machen! Eines Tages hau ich dir so aufs Maul, Justin! Mit deinen dummen Kommentaren! Nur einfach eine in den Sack! Hehehe! Hehehe! Andere Leute haben Schiss im Winter die Heizung aufzudrehen. Ich bin froh, dass wir in zwei Minuten Fenster aufmachen. Ein bisschen frische Luft reinkriegt, weil hier ist es echt warm. Mein PC macht keine warme Wärme, also nicht viel, aber die Playstation, glaube ich. Ich spuck gut aus. Ähm, b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b- Ich bin echt überfragt, Leute. Bei... Ich weiß es nicht. Ich kann ihn halt nicht bewegen und da sind zu viele Ratten. Haben die jetzt wirklich... Ist es wirklich möglich, das Spiel durchzuspielen? Oder haben sie es wirklich verkackt? Ich komme nicht weiter, ich komme nicht weg. Sophia, fahne uns den Weg. Bleibt in meiner Nähe. Hey, lass gut sein. Natürlich. Ja, die putzt gut warme Luft aus. Ach so, Bo. Was habt ihr euch dabei gedacht? Focus Entertainment und Arsch, Bo, Bo. Hallo, mit diesem Produkt machen wir alles kaputt, was wir uns aufgebaut haben, weil wir denken, muss alles größer, härter, brutaler sein. Einfach, um den Spieler abzufucken. Recyceln. Das ist aber ein Recycling-Center. Ich habe kein Gras, nichts gesehen. Aber warte doch. Aber das bringt mir halt nichts. Ich kann der ja auch nicht durchrennen. Ja. Ach. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bloß alle im Licht. Sophia, warne uns den Weg. Bleibt in meiner Nähe. Wir werden euch helfen. Mach uns den Weg frei. Nein, lasst sie, bitte. Meine Güte. Warum? Ich hasse euch. Euch alle. Es ist vorbei. Weg hier. Kommt. Das wird aufhören. Es ist zu spät. Alles ist ruiniert. Hugo. Da muss ich hin, damit ich diesen Balken wegkriege, damit ich Feuer hinkriege, um die Ratten wegzukriegen. Hä? Ich glaube nicht, dass ich die Dinge anstecken kann. Nein. Ich kann nur das Gras anstecken. Aber das hat ja nichts gebracht. Haben wir ja schon gesehen. Und so wie es aussieht, sind da unten Steine. Das bedeutet... Und darunter dürfte ich auch nicht gehen können. Gut, geht ja nicht. Wenn ich da drunter durchkrabbe, sind die Ratten ja wieder da. Also irgendwo haben sie da ein bisschen... Ich habe keine Töpfe. Okay. Nachher brauchst du irgendwie die Töpfe dafür. Und dann... Joa. Hörst keine mehr. Ich geh ab. Oh, Scheiße. Fick dich. Das dauert auch einfach zu lang. Gut. Entwickler hat nicht gedacht. Zu schade. Ich kann nichts machen. Das ist vorbei. War schön. Ich habe mich ges... Ja, am Ende... Am Ende habe ich mich gesoftlockt. Weil mir einfach zwei, drei Sachen... Äh... Fehlen. Nö, dann spame ich den Support so voll und sage, ich will meine 50 Euro wieder haben. 70. 60. 60 hat es gekostet. Weil ich keinen Tontopf habe. Weil nach dem Männerkampf brauchst du alle... Aber du brauchst noch einen. Nö, sorry. Ich weiß es nicht. Ich komme nicht hier rein. Ich kann das Ding nicht bewegen. Ich kann es auch nicht schieben. Und um der Umgebung ist auch nichts drin. Gut. Arsch, bobo. Ach so, ja. Die melden sich ja nicht. Die halten sich ja immer schön zurück. Wir hatten das schon öfters. Du hast hier einen Balken, den ich nicht bewegen kann. Mit so einem Seil dran. Den kann ich mit der Armbrust bewegen. Aber dafür muss ich da hinten hin. Weil da ein Seil ist. Mit dem die Amicia einen Anker oder einen Bolzen in das Ding schießt. Und dann den Balken wegzieht. Jetzt haben die Vollidioten den Balken aber dahin gemacht, wo es Ratten gibt und keine Fackel. Und dementsprechend gibt es gar nichts. Ja, was bringt's? Ich habe keine Töpfe. Der Kampf hat zu viel gefressen. Würde mich auch wundern. Aber bei dem, was die aus dem Spiel gemacht haben, würde... Oh, ich stehe das mittlerweile zu. Das ist traurig. Also wenn da jetzt noch ein Softlock drin ist, dann haben sie echt alles, alles gemacht. Was haben sie gemacht? Das vorherige Team für den Erfolg weggeschmissen, weil sie zu viel wollten und Kanten eingestellt? Alles zu lang, alles zu viel, alles... Ich weiß nicht. Es fällt... Es geht einfach der... Justin, es bringt nichts. Ich bin schon ohne Töpfe in dieses Areal gekommen. Ich könnte helfen, oder? Ich bin schon ohne Töpfe in diesem Areal gekommen. Ich glaube... Ich könnte es probieren. Aber ich befürchte, es sind einfach zu viele Ratten. Ja, ich kann sie nicht auswählen. Ich kann sie nicht auswählen. Es sind zu viele. Ja. Gut. Mach doch die Tür auf. Das geht doch. Ja, genau. Das habe ich jetzt total vergessen, Justin. Das reicht. Hör auf. Na gut. Tür aufmachen. Das habe ich vergessen. Das... Das geht super. Also. Irgendeiner hat da nicht nachgedacht. Oder hat vergessen, einen Heuballen zumindest da so einzuprogrammieren. Wenn hier ein Heuballen wäre, dann hätte man wenigstens sagen können, okay, du musst das Timing genau schaffen. Aber das haben sie ja auch nicht gemacht. Mach uns den Weg frei, Sophia. So weit geht das nicht. Mein Frisma bekommt hier nicht viel Licht ab. Gebt acht. Ich kann ab... Gute Idee. Da komme ich doch nicht ran. Endeffekt. Boah. Oder die haben es wirklich scheiße programmiert, weil das Ding hier stehen sollte. Und das ist ein Fehler. Wer es, wenn du das Ding mit dem Style frei machst, sagt sie noch. Oh mein Gott. Alter. Als ob der antwortet. Komm schon. Der Ubisoft Support würde mir auch nicht antworten, wenn ich sage, warum habt ihr 4K6 scheiße gemacht. Weißt du, was geil wäre? Wenn es Konsequenzen haben würde. Nur dann würde man was... So nach dem Motto. Es gibt viel zu viele schlechte Reviews. Viel zu viele Fehler direkt am ersten Mal. Und dann wäre der Entwickler gezwungen, allen Leuten, die das Spiel besitzen, den Preis, den Kaufpreis zurück zu erstatten. Gezwungen. So nach dem Motto. Ey, du kannst Stuff locken. Scheiße gelaufen. Und Sony sagt, ey, weißt du was? Fick dich. Fick dich also. Du bringst jetzt allen Spielern das Geld zurück und fix deine Scheiße. Tschüss. So, weil... Das ist immer so. Das Spielrückgabe kannst du halt nur ganz schwer machen. Bei Steam auch. Du spielst zwei Stunden, dann musst du das Spiel behalten. Gibt keine Rückgabe. Nichts. Dementsprechend achten die Entwickler, dass du wirklich mindestens zwei Stunden darauf spielen kannst. Und der Rest ist dann scheißegal. So, nach zehn Stunden gesoftlockt. Ja, das tut dann richtig weh. Und dann kannst du halt nichts mehr machen. Also ich wollte mal ein Spiel zurückgeben, weil es einfach scheiße war. Und er so, du hast zweieinhalb Stunden gespielt. Fick dich. Sozusagen. Ich finde, es müsste eine Pflicht geben. Sobald du gesoftlockt werden kannst und du von einem Speicherpunkt aus das nicht mehr rückgängig machen kannst, dann ist es ein technischer Fehler mit arglistiger Täuschung. Das bedeutet, ja, es ist genauso wie ein Handy. Ja, es macht dich einfach so nach ein paar Jahren selbst kaputt. Dann ist es aber arglistiger Fehler durch Täuschung oder durch Versteck. Und dann kannst du den ganzen Rechtsanspruch geltend machen. Wie bei jeder Sache, die du kaufst. Ich glaube, schon öfter Spiele nach zwei Stunden zurückgegeben waren, aber auch Spiele, die sehr schlecht ankamen. Ja, ich meine, das ist ja jetzt kein... Die haben ja im ersten Teil sich jetzt auch gut bewiesen. Ja, das Problem ist, die Liebe ist einfach zu krass. Also, ich bin der Einzige, der das mal wirklich kritisch sieht. Die anderen beschweren sich halt nur über die FPS, aber ich beschwere mich halt wirklich... Ich bin, was das angeht, sehr penibel. Zum Beispiel, dass es für mich einfach nicht in Ordnung ist, dass das Spiel manche Aspekte einfach viel zu lange zieht. Oder dass sowas entdeckt wird, so nach dem Motto, okay, ich habe keine Töpfe mehr. Ich bin gesoftlockt. Vielleicht. Ich weiß nicht, wie lange die halten. Und solche Sachen. Da denke ich mir auch einfach, ja, hm. Ich glaube, bei Cyberpunk haben sie es, glaube ich, auch richtig krass gemacht. Hat Sony auch gedruckt hier so scheiße, wie er das Spiel gemacht hat. Ich glaube, das war das erste Mal, dass Sony wirklich mal seine Player in Schutz genommen hat. Aber so stark verbuggt ist es halt nicht. Ich guck mal, ob es mittlerweile schon was gibt. So. Wollen wir mal gucken. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Softlocks. 3.8 potenzieller Softlock. Wie 3.8. Xbox-Achievements. Xbox-Achievements. I'm looking for something else, to shoot interact with it. We loading the chapter seems to fix the issue. Just want to put us out, and the case of anybody else is stuck. aber 3.8 ist das nicht. The game glitched and now the mother refutes the new move. When I get, äh, nein. Deinstalled and restalled the game. Haha, klar. Ah, I've got the same flow. Ja. The rats rule but the bugs. Tja. Hm. Also soll Potential zum Softlock haben. Aber da hat er so viele sind glaube ich nicht, dass ich mit nem Krug mehr Ratten ziehen könnte für ne Weile als so. Also ich bin echt nicht sicher. Ich seh halt, ja gut, ich seh hier nur die Ratten, ne. Kann ich halt auch nichts machen. Kein Feuer, nichts. Ein Softlock. Komme ich aber auch nicht rein, ne. Halt, geht nicht zu weit weg. Es wird zu dunkel für mein Prisma. Okay, das bedeutet da hinten, da in diese Hütte komme ich aktuell nicht. Kannst du uns den Weg, Sophia? Bleib bloß alle im Licht. Kannst du uns den Weg, Sophia? Bleib bloß alle im Licht. Das reicht, hör auf! Natürlich. So, keine Ahnung, so 1, 2 Zentimeter. Es scheint wirklich der Fall zu sein, dass genau das das Problem ist. Äh, ich versteh's nicht. Hätte ich den Wagen gar nicht bewegen dürfen? Ist es wirklich gesoftlockt, weil ich keinen Krug hab? Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Mach uns den Weg frei, Sophia! Bleibt bei mir! Vielleicht gibt die das Licht weiter. Lass es! Na gut. Wir werden euch helfen! Nein! Lass sie! Also ich hab's, glaub ich, oft genug probiert, dass es mir in diesem Sinne Backseat ein Scheißegal ist. Zumindest in dieser Szene, wenn ich dadurch wirklich weiterkomme. Aber die Fackel? Weiter als die? Da ist was am Boden. Ein Balken. Sieht schwer aus. Wir müssen ihn bewegen. Also ich glaube nicht, dass die Fackel, die weiter weg ist, dass die länger Licht gibt. Halt! Geht nicht so weit weg! Nee, da komm ich noch nicht mal. Es ist so dunkel für mein Prisma. Sophia, fahne uns den Weg! Bleib bloß alle im Licht! Mein Prisma bekommt hier nicht viel Licht ab. Gebt Acht! Okay. Aber ich kann halt auch nichts machen, ne? Die bleibt echt so, wie sie ist. Nicht so nach dem Motto, ähm, leuchte mal hin, ich zieh mal oder so. Äh, das klappt also nicht. Okay. Nach hinten zum Gras. Mach uns den Weg frei, Sophia! Bleibt bei mir! Mit nem Flammenpfeil? Das reicht! Hör auf! Natürlich! Ernsthaft! Ist interessant, weil es war mein letzter, letzter Bolzen. Hm. Aber was ist, wenn ich kein Ball... Ah ja, doch, doch, da hinten gab's ja einen. Oh, das war knapp. Yo. Jetzt wurde aber auch in keiner Silbe erwähnt. Also, doch, bei dem Schild von dem Arno. Oh. Der Träger... Wirklich? So lange muss man sich solche Kleinesigkeiten merken? Er ist schon lange tot. Etwas wird übrig sein. Ab zuvor sind Spiele nur noch The Brainiacs mit IQ von 120 aufwärts. Sag sowas nicht. Du bist... Alles. Hey, wie wär's, wenn ihr beide aufhört, euch selbst zu quälen? Das ist die Hölle, ja, aber wir haben eine Spur. Also reißen wir uns zusammen. Sie hat Recht, Ugo. Und es bleibt keine Wahl. Ich weiß. Es gibt bestimmt Überlebende. Der Palast ist wie eine Festung. Ich find's trotzdem dumm. Stimmt. Es ist die Pflicht des Grafen, seinem Volksschutz zu gewähren. Ja. Ja, aber gegen sowas? Er ist ein Ritter. Sparbrand. Weites Feuer. Alter Schwede. Man könnte meinen, dass solche Spiele dir nach ein paar Minuten an der gleichen Stelle einen Tipp geben. Das. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bloß alle im Licht. Das ist halt so das Problem, wenn es einfach alles viel zu viel wird. Du kannst hier so viele Sachen merken. Vorsicht. Es bahnt uns den Weg, Sophia. Bleibt in meiner Nähe. Sophia, bahne uns den Weg. Bleibt bloß alle im Licht. Ob man das irgendwie anstecken könnte oder so? So nach dem Motto. Na gut. Ab nach oben. Hoch. Jetzt. Aber warum wohl? Muss man erst mal einsehen, dass bei den ganzen Sachen, die passiert sind, dass man mal vor zig Stunden mal irgendwo mal ein Schild in Brand gesetzt hat? Also das ist halt die Sache, die mich hier so ein bisschen abfuckt. Erstens, also wirklich im Vergleich zum ersten Teil. Hier triffst du viele Charaktere. Im ersten Teil hast du wirklich nur eine Hand voll. Ähm. Zum Beispiel, als wir mit diesem Arno unterwegs waren. Erst Verräter, dann Freund hilft uns und dann doch ein Verräter. Ähm. Ist zwar ein schöner Plottwist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, die Szene im ersten Teil, als wir mit Frederik unterwegs waren, die war wesentlich kürzer. Aber die ist mir so tiefer ins Gedächtnis geblieben, weil die einfach in dieser kurzen Zeit so viel Substanz, so viel Detail gehabt hatte. Du lernst ihn erst, äh, du rettest ihn erst, dann lernst du ihn kennen, dann beschützt er dich, äh, gewinnst ihn lieb, wirklich lieb. Und dann auf einmal, halt im Ende, Achtung, Spoiler, ist er halt am sterben, indem er trotzdem beide rettet. Das hatte so viel Substanz, so viel Detail. Wenn es auch nur kurz war, ähm, das bleibt mir einfach im Kopf. Aber dieser, dieser, äh, Arno, der dann einfach nur mit uns eine Weile gekämpft hat oder so, das, äh, egal ob es lang war oder nicht, das hatte einfach keine Tiefe. Hier die Dame auch, ähm, hat zwar ihre Momente, aber so wie diese, ähm, oh, wie hieß die denn? Die, die andere Junge, das andere junge Mädel im ersten Teil, diese Diebin da, die uns das, die uns da so ein bisschen geholfen hat aus der Garnision, da hat sich auch eine wesentlich bessere Beziehung aufgebaut als zu dieser Tante hier. Und das sind einfach viel mehr Details. Es ist, es ist nicht so lange, aber es ist wirklich einfach subtiler. Und jetzt machen wir das kaputt. Toll. Das bringt mir jetzt viel. Hier sieht man natürlich jetzt auch wesentlich viel, wo du zum Beispiel am Ende, die Ratten müssten doch wissen, dass das unsere Beschützerin unseres, die Amicia ist. Warum fressen sie die? Im, das heißt, es ist einfach unlogisch. Im ersten Teil konntest du durch die schwarzen Ratten rennen, um gegen diesen Priester da zu kämpfen. Mit diesen weißen Ratten. Ähm, weil der Hugo einfach gesagt hat, ey, das sind meine Freunde, das sind meine Familie. Und jetzt auf einmal klappt das nicht mehr? Hä? Und einfach solche Sachen. Ich meine, klar, sie wollten es reinbringen, dass die Ratten wieder eine, ähm, Gefahr sind. Verstehe ich durchaus. Und jetzt ist es so dunkel, dass ich nichts mehr sehe. Also ihr habt keine Ahnung, was ich mache. Und ja, dann noch halt diese, diese ständige, oh, wir müssen es schwer machen, wenn du einmal erwischt wirst, ähm, bist du halt tot. Da muss ich einfach sagen, warum? Das ist, äh, hat nicht mal Dark Souls. Also, warum müssen die, warum müssen Entwickler immer solche Passagen einbringen? Und vor allem auch viel zu lange, diese eine Schleichmission. Die Hälfte der Zeit hätte ausgereicht. Die Hälfte der Gegner hätte ausgereicht. Warum muss es immer so viel mehr und massiv und... Lieber... Also... Hä? Wie lange sind wir jetzt in dem Spiel dran? Sieben Stunden. Gestern hatten wir auch knapp sechs, sieben Stunden. Das erste Spiel waren zwölf Stunden durch. Das war die perf... Sorry, aber das war die perfekte Menge. So ein bisschen Endgame-Content. So nach dem Motto, die Story ist nicht vorbei. Du kannst auch ein bisschen Farben, du kannst auch ein bisschen Spaß haben. Oder einen anderen Mod. Okay, aber die Hauptstory... Die ist einfach... Ja, sorry, aber... In dem Spiel fühlte sich für mich einfach so ein bisschen an, als wäre ihnen... Äh... Das Detail... Und die Dichte... Scheißegal gewesen. Hauptsache viel Variation. Viel kombinierbare Möglichkeiten. Das führt natürlich irgendwann zur Unübersichtlichkeit. Sprich hier das mit den Gegnern und den Helmen. Du hast eine Schleuder! Wunderbar! Geil! Du musst keine Steine mehr sammeln. Finde ich super. Aber du kriegst vielleicht von... 50 Gegnern, drei die du im Stein killen kannst. Der Rest hat einen Helm und es ging dann... Schleuder im Huhn! Genauso wie die Armbrust. Du kriegst eine Armbrust. Hey! Wunderbar! Geil! Aber du kriegst nur 5 Pfeile im Spiel. Das... Schön, dass sie dir dann ein... Armbrust-Skin dann irgendwie als DLC mitgeben. Es macht sich besser. Und dann bist du irgendwie in einem Kampf. Hatte ich ja auch schon mal. Dir geht Munition A aus. Der Gegner braucht aber... Kann aber nur mit dieser Munition gekämpft sein. Und du musst dich töten lassen. Weil du genau weißt... Wenn ich mit dieser Munition einen Schuss daneben schieße... Selbst bei normal bist du gefickt. Und da denke ich mir so einfach... Warum? Warum? Habt ihr die ganzen Entwickler vom ersten Teil genommen? Gefeuert und neue eingestellt? Weil die gesagt haben... Ne... So nicht? Oder wie? Und jetzt auch? Ein kleiner Hinweis wäre doch nicht schlecht gewesen. Ich meine Dark Souls macht das ganz gerne. Aber du musst halt bedenken... Sorry. Ich pisse da vielen von Karren. Aber... Die Dark Souls-Community ist nicht so groß. Im Internet tun sie alle nur so, weil sie nicht als schwach gelten wollen. Das ist wie mit Teenager-Gruppen. Du hast immer den größten Clown da, der so rumrot, als wäre der voll der Babo wäre. Dann ist es auch der Anführer von so einem... Äh... Von so einem hier Ding, ja? Von so einer Gänge, wenn du ihn halt fertig machst... Wenn du ihn alleine erwischst... Spuckt er nicht mal in deine Richtung. Dementsprechend... Es ist einfach so. Sorry, aber... Hier ist einfach... Keine Ahnung. Hier das genauso. Diese ganze... Diese ganze... Schleichpassage. Ja. Ein Drittel weniger. Hätte ausgereicht. Nein! Wir müssen... Es gab fünf Spiele, die sich beschwert haben. Schade, dass es so kurz war. Weil ich es nach dem fünften Mal durchspielen einfach in drei Stunden geschafft habe. Jetzt müssen wir es einfach länger machen. Weil da geht das Detail verloren. Die Dichte. Das macht nicht mehr Spaß. Und dann machen wir einfach... Einfach mehr Gegnermassen. Größere Schlachtfelder. Versiegelt gegen was? Und aus... Drei Waffen... Machen wir fünf Munitionstypen. Und wenn du das falsche willst... Bist du gefickt. Yay! Das haben viele Spiele gemacht. Und wurden so gefeiert. Sorry... Asobo. Aber nehmt mal eure Entwickler. Lasst die mal Far Cry 5 und Far Cry 6 spielen. Und dann gucken... Das... Dann wissen... Möchtet sich auch vor dir. Etwas Licht? Und sie ist weg. Also... Nee. Ist halt irgendwie dumm. Ein Gegner hat einen Helm auf und du kannst ihn nur noch mit Bolzen besiegen. Irgendwohin. Wir sind da. Du kriegst aber vielleicht gefühlt viel zu wenig Bolzen und dann werden diese Gegner gespanned. Lass mich nicht los. Nein. Keine Sorge. Stealth Action hat am Anfang beim ersten Teil auch sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Weil es nicht so viel war. Und es war halt alles kleiner und kompakter. Und hier einfach riesig. Du hattest ne Stadt, wo du halt viele Verstecker hattest und konntest das machen. Es hat Spaß gemacht. Es war Freude im ersten Teil. Hier... Ja, riesige Wiesenfelder müssen aus 200 Metern 500.000 Kilometer werden. Und wir geben dir so wenig Munition, dass du es machen musst. Die Spieler freuen sich auf den Nachfolger, aber die wollen nicht so ne Scheiße haben, Leute. Die wollen einfach nur... 1 zu 1 das gleiche Spiel mit ner anderen Story. Oder wie es einfach weitergeht. Du musst keine neue Muni machen. Du musst keine neuen Waffengeneration machen. Du musst keine... Du musst nicht zwingend viele neue Charaktere machen. Die wollen einfach nur die Story mit dem offenen Ende zu Ende gespielt haben. Fertig. Das sieht ganz so aus. Ja. Dieses... Es gibt so viele kleine Details. Das mit den Blumen vermisse ich. Das ist der Ogo der Amistia an Blumen angesteckt. Das war das... Das war einfach... Das hat zu dem... Das hat zu der Atmosphäre so viel beigetragen. Besser als dieses massiv... massiv viel Rattengedöns. Bei aller Liebe. Das fehlt. Aber du kannst... Hauptsache du kannst mit Ratten ganz viele Gegner killen. Da denk ich mir so... Sorry, wenn ich viele Gegner killen will, dann pack ich mir einen Zui, zock mit dem eine Runde Outriders und wir machen einfach... Ja, Endlosmodus. Einfach Gegner schnetzeln. Dafür sind solche Spiele gut. Aber... So Rollenspiele... Lieber Qualität anstelle von Quantität. Aber hier haben sie einfach nur auf Größe und Masse gesetzt. Also ich habe jetzt zum Beispiel mit dem... Dadurch, dass der Ogo eine andere Stimme hat, nicht mehr so eine kindliche Stimme... Der Lukas am Anfang wurde mir auch sehr unsympathisch, weil ich habe den im ersten Teil echt gemocht. Der hatte auch eine etwas jüngere Stimme und war nicht so forsch und nicht so die ganze Zeit hinterher... Äh, am Hinterhergeiern bei der Amisa, sondern der war einfach so der Supporter. Der war ruhig, der hat von allen Leuten irgendwie... Wurde er immer so ein bisschen an... Also von Frederik vor allem auch so ein bisschen angeschissen. Aber ich habe gedacht, wenn er schon was sagt, dann hat er es richtig gemacht. Und nicht immer hier wie jetzt. Gehen wir weiter. Also... Lukas haben sie mir versaut, den habe ich... Ich habe eigentlich echt gefreut, mich den hier wieder zu sehen, aber... Äh... Unsympathisch ist der geworden. Hier war noch eine Explosion. Und jetzt ist er halt weg. Das war bestimmt sie. Elia. Sie entkam aus der Kapelle. Sie hat alles zerstört? Sie wollte Basilius zurückholen und hat sich den Weg freigekämpft. Wir sind... Und hier das ständig nur mit dem Kämpfen, Fighten, Kämpfen, Fighten... Nichts! Nein, also wirklich nur dieses eine... Dieses eine Fest, wo die Leute echt freundlich gewesen sind. Und es war auch hoffentlich wunderschön. An sich kein Thema. Aber das hätten sie auch nicht so lang machen müssen. Auch hier ein Viertel oder ein Drittel weniger wäre wunderbar gewesen. Details waren genug da. Die Leute waren nett. Aber auf einmal muss ja dann unbedingt was Böses sein. Weißt du? Hauptsache lang gestreckt und Hauptsache immer wieder Gegner Stress. Gegner Stress. Gegner Stress. Gegner Stress. Und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, warum? Wieso? Ich habe gedacht, so ein Neuentwickler wie Asobo würde seinem Prinzip hier mal treu bleiben und nicht auf irgendwelche Idioten hören. Aber scheinbar nicht. Scheinbar macht jeder denselben Fehler. Aber komischerweise ist mir das bei allem aufgefallen. Vorbidden West bin ich bei den Let's Plays genauso am jammern. Weil es einfach, das Klettern fühlt sich so... Du kannst jetzt überall, also du kannst jetzt wesentlich mehr Wände erklimmen. Und du hast jetzt einen Enterhaken und allem drum und dran. Aber das Klettern fühlt sich so steif an. Manchmal funktioniert es nicht. Und es fühlt sich einfach so... Es fühlt sich einfach an, als wollten sie einfach mehr reinbringen, anstelle von es qualitativ gut machen. Während es bei Zero Dawn einfach wunderbar war. Also bei Vorbidden West hatte ich das Problem, dass ich gemerkt habe, dass sie da auf Quantität setzen. Hier haben wir jetzt auch das Beispiel. Hauptsache länger, härter, stärker. Und Hauptsache mehr Tode. Und sofort sterben. Genauso wie mit dieser einen Höhle. Warum mussten da gefühlt 20 Gegner halt rumeiern? So ein paar hätten ausgereicht. Aber es wäre ja dann zu einfach gewesen. Dann dachte ich mir so... Nein, einfach, einfach nein. Also hier als Beispiel. Bei Vorbidden West halt auch. Irgendwie... Die haben jetzt eine neue Sache eingeführt, die Säurepfeile. Und schon sind die Hälfte der Gegner halt säureanfährlich. Ich spiele es auf normal. Und... Kriegen die Maschinen so einen One-Hit-Kill. Und da denke ich mir auch einfach, es ist einfach alles viel zu dumm. Durch eine Verstärkung der Bolz kann Amicia sie aus... Oh, das nehme ich auf jeden Fall. Ich glaube, das wird mein Leben so erleichtern. Oder ich habe so das Gefühl, dass du wirklich alles abgrasen musst. Und dass du erst mit vollem Skill-Baum, ja... Hier mit dem ganzen Aufwerten... Dass dir das dann zu... Dass dir das dann leicht gemacht wird. Wo ich mir denke... Wieder mehr Croften. Und dafür den Anfang schwerer machen. Das hatte ich aber... Also dieses Phänomen des... Mehr, härter, Croften... Hatte ich aber auch bei... Na, wie heißt es? Bei der Tomb Raider-Version. Also hier zum Beispiel Tomb Raider von 2013. Das war... Gut. Das war jetzt halt sehr... Sehr linear. So nach dem Motto. Also es ist jetzt nicht wirklich viel passiert. Du hattest jetzt nicht so viel... Hattest bis auf eine Szene kaum Backseating oder so. War alles soweit okay. Ähm... Dann hattest du Rise of the Tomb Raider. Davon gibt's leider keine Sicherungskopie auf YouTube. Aber es war... Okay. Hier sind Vögel? Ja. Höhlenvögel. Das heißt, wir sind hier nicht allein. Und er ist auch nicht allein. Genau. Gehen wir weiter und vielleicht sehen wir ihn ja. Und... Das war schon fast zu viel mit diesem ganzen Croften und Materialien sammeln und Sachen bauen. Und so weiter. Aber bei Shadow of the Tomb Raider, das haben sie echt... Das hat mir echt keinen Spaß mehr gemacht. Also Grafik war okay, Kill System, alles war okay. Du kamst auch... Du kamst auch sehr gut voran. Aber aus irgendeinem Grund war ich echt nicht so begeistert. Was für eine Tür. Hier gibt's keine Tür. Ähm... Aber dieses Skilling System und dieses riesige Stadtgehabe und alles, das passt einfach nicht zu Tomb Raider. Und da muss ich halt sagen, das haben sie dann auch echt wieder ein bisschen... Ja, und das ist immer so bei den Nachfolgern. Die denken immer, sie müssen mehr, 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 mehr machen. Da denk ich mir so, nee. Wir wollen einfach nur das gleiche Gameplay in einer neuen Storyfläche, in einer neuen Umgebung. Das sollte... vollkommen ausreichen. Und ich verstehe halt nicht, warum die das nicht checken. Ich verstehe es halt wirklich nicht. Warte mal, von hier kamen wir, ne? Genau. Die Tür kriegen wir nicht gesprengt. Und natürlich, die Räts müssen immer kniffliger sein, ne? Muss immer, immer, immer kniffliger sein. Oder ich werde einfach dümmer, was ich aber nicht unbedingt glaube. Vielleicht für Games. Ugo hat gesagt, sprengen wir diese Tür auch auf. Was für eine Tür. Hier gibt's keine Tür. Aber okay. Ist auch gut, dass ich hier nicht hoch kann. Und wofür bin ich jetzt hergegangen? Wofür bin ich jetzt hierher gegangen? Wofür bin ich jetzt hierher gegangen? Wofür habe ich den Scheiß hier denn aufgesprengt? Wenn es... Warte mal. Von hier bin ich gekommen. Ne, ich bin von hier gekommen. Das ist doch so, oder? Oh, noch ein Tank? Hä? Ich hab da hinten einen Tank gesehen. Damit sollten wir durchkommen. Verdammt! Geht's euch gut? Schätze schon. Der Weg ist frei. Gehen wir. Ja. Also, ich versteh's halt nicht bei den Entwicklern. Indem wir das Tor aufmachen und das Ding den Weg freimacht. Ja, super. Yeah. Warte mal. Und was ich halt auch auf jeden Fall hatte, ist dieses... Du brauchst für zwei Sachen ein Ding. Genau wie dieser Dolch. Am Anfang hab ich den gebraucht, um einfach... Um einfach vor einer Horde von Gegnern irgendwie gerade so durchzukommen. Und dann steht da halt... Und dann steht da halt ein Schrank, der sagt... Ja, kannst mich knacken. Aber du hast keinen Schlüssel. Weil ich hier vorher 500 Milliarden Gegner gegen den... Gegen dich gestellt hab. Weil du keine Munition mehr hast. Fick dich. Wie ist das möglich? Was ist das hier? Okay, das sieht... Das ist beeindruckend. Wir sollten nicht hier sein. Tja, sind wir aber. Das ist echt beeindruckend. Das sieht schon geil aus. Also grafisch, das ist super. Was? Nein, nein! Wir brauchen Feuer! Amicia, schnell! Ich wusste es. Dieser Ort ist böse. Moment. Diese Feuer, die Schienen. Sie bauten das alles, um sie ins Schach zu halten. Was? Ja. Machen wir den Weg frei. Wenn du meinst. Womit fangen wir an? Diese Feuerbecken hier können bewegt werden. Auf Schienen und mit griechischem Feuer. Geschickt. Der Orden kennt sich mit Ratten aus. Gut. Mal sehen. So. Und nun? Zum Glück frisst das keine Bolzen. Das wär's. Hast du das also schon mal gesehen? Am anderen Ende des Landes? Kein Zufall nehme ich an. Nein. Die Makula verbindet alles. Alles klar. Fertig. Anstelle, dass sie es so macht, weißt du, wenn sie das Ding nicht mehr braucht, dass sie einfach den Wiederhaken mal mitnimmt und das Seil lässt es einfach lieber da liegen. Was? Was? Okay. Was? Frage ist, wohin? Aber nur bis zu einem gewissen Grad. Okay. Okay. Ich schiebe Rätsel. So lange wir die Feuer haben. Ja. Jetzt gibt es griechische Feuer See. Die Brücke ist genau dahinter. Aber der Karren ist im Weg. Wie werden wir ihn los? Weiß ich nicht. Ich brauche eine bessere Sicht. Sehen wir hinten nach. Das kriegen wir hin. Das Rätsel ist nicht schlecht. Damit kann man arbeiten. Aber wie komme ich da hin? Oh, nee. Ernsthaft. Die teasen uns damit. Nur damit wir da weiterhin kommen. Ich wette mit dir ganz hinten. Der kann ganz durchgehen. Und da kommen wir dann dahin. Ah, hängt fest. Mist, die Schiene ist verschädigt. Sophia, bahne uns den Weg. Bleibt bei mir. Mach uns den Weg frei, Sophia. Du kannst aufhören. Na gut. Was haben wir denn bekommen? Genau so wie mit dem Kram. Genau so wie mit dem Kram. Hey, Ugo, weißt du eigentlich, wie oft die Ratten versucht haben, uns zu kriegen? Ja. Oh, und wir haben sie immer übermistet. Weil sie sich nämlich nicht umeinander können. Wir aber. Ganz genau. So, weiter geht es nicht. Das andere Gleis dort führt zur Brücke. Also, was machen wir mit dem verdammten Wrack? Ich seh mal nach. Hm, was machen wir mit dem verdammten Wrack wohl? So, kein Karren mehr. Jetzt müssen wir nur aufs andere Gleis. Ich will endlich sehen, was hinter der Brücke ist. Bist du sicher, dass der Träger die Antwort ist, die du suchst? Wie könnte er es nicht sein? Elia hat uns hergeführt. Alles führt hierher. Mir gibt's bloß einen Haufen Leichen. Sie sind unsere einzige Spur zur Wahrheit. Ich will die Wahrheit nicht wissen, Amicia. Ach, ihr zwei. Wie geht's dir, Ugo? Ich fühl mich komisch. Komisch? Los, Ugo. Wir sind fast da. Bist du dir sicher? Dieser Ort ist einfach... Ja, ich bin mir sicher. Dieser Träger ist der Grund für Ugos Traum von der Insel. Außerdem haben wir keine andere Wahl. Na gut, das war... Vergiss es. Es tut mir wirklich leid. Aber wir müssen das tun. Ja. Werd nicht wütend. Bin ich nicht. Nur... Traurig. Bitte nicht. Ich will aber noch in die große Schatztruhe. Kann ich da hin von dort aus? Oder nicht? Nee, kann ich nicht. Ich will da hin, Leute. Die Zeit nehmen wir uns jetzt. Ich will gucken, ob wir da hin können. Ohne jetzt großen Muni oder so zu verschwenden. Das Spiel gibt dir so wenig. Ich will ja, dass das eine gute Idee ist. Ich will ja, dass der Bolz eine Weile brennen. Das ist eine Karte von diesem Ort. Die Gleise und Feuerbecken. Keine Karte. Ein Entwurf. Die ganzen Mechanismen. Da sind noch andere. Da! Sieht aus wie das Chateau d'Ombrache, Amicia. Stimmt. Das ist der Innenhof mit den ganzen Feuerbecken. Und was ist das? Mehr davon. Zeichnungen und Karten von Dänemark, Konstantinopel? What? Wie hier ist aus Asien? Afrika? Ich wusste nicht, dass der Orden so weit reicht. Weil es überall passieren kann. Was? Eine Seuche. Los, gehen wir. Aha. Ab nach oben. Sicher. So, den Bolz konnte ich mitnehmen. Das ist cool. Lass es. Gebombt. Das ist super. Wer ist denn noch alles da? Dann haben ein paar Leute abgeschaltet. Wahrscheinlich haben sie keine Lust auf diese Nörgelei. Aber ich bin einfach... Ich bin halt einfach nur mein Teuch. Ich hätte... Ich hätte ein bisschen Integri... Integ... Oh, wie heißt denn das? Integrität erwartet. Ich bin definitiv nicht hier. Kannst mich nicht sehen. Ich bin doch genauso spannend, wie es weitergeht. Wir sind bei 58%. Wirklich? Also, wenn das Spiel jetzt nicht langsam... Also, spannend, ja. Gut gemacht. Ja. Gehen wir weiter. Mehr Ordens waren. Unfassbar, dass sie allein mit ihnen fertig wurde. Das Mädel konnte wohl mächtig gut kämpfen. Sie war entschlossen. Er bedeutete ihr alles. Etwas Schlechtes geschah mit ihm. Sie wusste es. Weißt du, was es war? Ich fühle mich düster. Wie in meinem Traum. Als ich gestorben bin. Ich hoffe, sie hat es geschafft. Bitte. Gib uns irgendwas. Also. Aber wollen wir mal. Just dust in the wind. Nothing more. Oh, ich krieg schon wieder Hunger. Ich hab noch Kartoffelsalat und Würstchen im Kühlschrank. beschütze einen, beschütze alle. Die Inschrift aus der Festungskapelle. Das ist sie. Elia. Die Beschützerin des Trägers. Sie hat sich tapfer gewehrt. Eine Alba. Mähplatt gemacht. Aber sie starb allein. Was hast du, Hugo? Ich will nicht, dass du stirbst. Ich bin am Leben. Ich werde leben. Na komm. Mein Großer. Sehen wir uns mal das Tor an. Hm? Lass mich raten. Die kreisen müssen alle in die Mitte. Ich weiß, wie es ist. Allein zu kämpfen. Ey, Tui. Bist du noch da? Wenn ja, schreib mal kurz. Ich hoffe, du hast für immer Frieden gefunden. Kennst du eigentlich den Bug aus Resident? Beziehungsweise mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder nicht. Den Glitch aus Resident Evil 4 aus dem Dorf. Wo du in der Gamecube-Version einfach aus der Map gehen kannst. Dann kannst du sogar zielsuchende Minen suchen. Ein paar Schätze. Und noch ein bisschen Munition. Sogar eine TMP-Munition. Bevor du überhaupt eine TMP hast. Das Problem ist, in der HD-Version von Resident Evil 4 haben sie das halt rausgenommen. Wir sind alle erschöpft. Ich kenne gar nichts aus Resident Evil 4. Wäre das komplett blind spielen. Boah. Ich habe das so auseinandergenommen, das Spiel. Ich kenne fast alles. Ich kenne jede fucking Bärenfalle. Ich kenne jedes Rätsel. Ich kannte sogar jeden Glitch, welches auf der Gamecube... Das war der einzige Shooter, den ich auf der Gamecube hatte. Alles klar. Immerhin. Der bewegt die mittleren Regeln. Das Ding... Oh, es hält nicht. Natürlich. Ich hoffe, dass hier wieder in Resident Evil 4... Hier wäre das komplett blind. Oh, ja. Also. Zui. Resident Evil 5. Wenn du das Remake ohne mich spielst, besuche ich dich. Und hau dir mit meiner linken Hand die rechte Arschbacke. Um die Riegel zu fixieren. Kann ich helfen? Der hier öffnet die oberen und unteren Riegel. Sophia, kannst du das übernehmen? Alles klar. Alles klar. Aha. Ich meinte, ernst. Ja, wir sind nur drei. Ich will zwar nichts sagen, aber... Was? Hä? Und wie soll es funktionieren? Wie viele Leute waren wohl nötig, um dieses Tor zu bedienen? Ich muss wieder dorthin. Elia. Lass mich nicht wieder allein. Warte mal, warte mal. Wir brauchen noch Hilfe, um diese Tür zu öffnen. Lass es sein. Wird erledigt. Naja, ich sag's immer so. Ich bin ja auch ein bisschen... Ich brauche deine Hilfe. Gut, gut. Ein Viermann-Rätsel sollte mit drei Leuten lösen. Du kannst aufhören. Aha. Ich mag es nicht, wenn du weg bist. Oh, komm schon. Wirklich. Sophia, kannst du das übernehmen? Gerne doch. Das überlasse ich dir, Ugo. Ja. Halt! So gut wie erledigt. Ich brauche Hilfe, Sophia. Wird erledigt. Nee, war schon richtig. Sophia muss das machen. Hilf mir bitte, Sophia. Alles klar. Nee, kannst du vergessen. Du kannst aufhören. Gut, gut. Kümmer dich drum, Ugo. Lass es bleiben. So gut wie erledigt. Halt! Alles klar. Ich gucke mich erst mal um. Lass mich nicht wieder allein. Wie dumm ist das denn? Natürlich. Oh, schon wieder so ein... Hey, da hinten ist ein Wagen. Der könnte hilfreich sein. Ein Wagen? Inwiefern? Ich wette, mit dir da passiert doch. Das sieht doch irgendwie nach Arena aus. Wo ist ein Wagen? Wagen, Wagen, Wagen. Was macht der denn hier? Sophia ist auf dich verlass? Gerne doch. Da ist eine Stange angebracht. Die muss einen Nutzen haben. Ah. Du kannst aufhören. Alles klar. Hm. Reicht das? Okay. Kannst du dem... Gib... So. Alles klappt. Ein Riegel erledigt. Jetzt die anderen. Lass es bleiben. So gut wie erledigt. Sophia, kannst du das übernehmen? Alles klar. So, das muss dann Ugo übernehmen. Und man kann nicht mit Sophia die Tür aufmachen. Los, Ugo. Ja. So müsste es gehen. Halt. Wird erledigt. Ja. 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 Es funktioniert. Ja. Wer hätte das gedacht? Was riecht hier so? Das ist nicht gut. Noch können wir es zumachen. Nein. Wir suchen Basilius. Du meine Güte. Mir gefällt nicht, was ich hier sehe. Das geht. Noch tiefer runter. Wir können noch zurück, Amicia. Das gefällt mir nicht, dass der die ganze Zeit zurück will. Deswegen kann ich aber nicht bewegen, ne? Nee, okay. Willkommen zurück, Hinulein. Ein Rattennest. Aber die Luft ist viel stickiger. Das ist schon sehr lange hier. Seit Basilius? Ja. Oh, ich fühle mich komisch. Dein Kopf? Ein Geräusch. Seit ab was ist das? Nicht gerade einladend. Sehen wir weiter. Hat das was bewirkt? Definitiv. Macht euch bereit. Für alle Fälle. Eine Brücke. Dieser Ort ist eine verdammte unterirdische Festung. Gehen wir weiter. Scheint bis zum Ende zu führen. Aber da fehlt ein Stück. Oh, ja. Seht hier. Da geht es runter. Ein bisschen steil, aber... Stimmt. Das könnte klappen. Ich gehe vor. Sehr vorsichtig. Amicia, nein! Ist da keine Ratten Sinn? Ja. Warum muss ich auch Small aufmachen? Diese Action-Passagen passen nicht. Alles in Ordnung? Nichts gebrochen? Nein! Ich bin nur ein bisschen mitgenommen. Das war wohl keine so gute Idee. Wie kommst du wieder zurück? Ich muss mich hier erstmal umsehen. Wartet auf mich! Sei vorsichtig! Ja! Es muss klappen. Hey! Ich weiß nicht, was du getan hast, aber es hat geklappt. Die Ketten! Sie halten die Brücke! Komm schon! Sie wird sich wehtun, Sophia! Sie schafft das. Sie ist das schlauste Mädchen, das ich kenne. Ernsthaft? Aber sie ist allein und die sind so viele. Du kennst sie. Sie hat das schon mal gemacht. Sie ist stur. Viel sturer als die. Ja. Ich weiß, das ist alles beängstigend. Ich habe auch Angst. Aber wir sind doch trotzdem stark, oder? Du hast wirklich Angst? Hm. Aber sag's nicht weiter. Danke, Sophia. Okay, das war schon richtig. Hm. Aber... Wie geht's weiter? Hm? Oh, nee. Hat natürlich den Stock fallen lassen, ne? Ernsthaft? So ne Scheiße. Schon wieder so ein Mist. Das sind einfach zu viele. Und es reicht nicht. Oh, wie ich sowas hasse. Ich habe jetzt auch keine Töpfe mehr. Ich muss einmalig da hinten hin. Sollten die Stöcke nicht hier sein? Ich bin mir nicht. Oh, nee. Ich bin mir nicht. Ich bin mir nicht. Ich bin mir, bis jetzt. Ich bin mir nicht. Ich bin mir nicht. Das war's für heute. Die hören sofort auf. Die hören sofort auf. Leck mich. Alter, nee, ey. Ernsthaft. Wie dumm ist das? Das ist... sehr komisch. Was du getan hast, aber es hat geklappt. Die Ketten. Sie halten die Brücke. Da fehlt noch ein Stück. Komm schon. Sie wird sich wehtun, Sophia. Sie schafft das. Sie ist das schlauste Mädchen, das ich kenne. Ernsthaft? Aber sie ist allein und die sind so viele. Du kennst sie. Sie hat das schon mal gemacht. Sie ist stur. Viel sturer als du. Ja. Ich weiß, dass du alles beängstigt. Ich hab auch Angst. Aber wir sind doch trotzdem stark. Aber du hast wirklich Angst? Ja. Aber sag's nicht weiter. Danke, Sophia. War total vergessen. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war knapp. Du bist in Sicherheit. Fürs Erste. Na, hab ich's nicht gesagt. Na. Was? Ach so, ja. Okay. Dachte schon. Aufwerten. Hm. Äh, warte mal. Kann ich das überhaupt schon? Nee, ne? Ich brauch dafür ne Werkbank. Oder Material. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Nicht zu schwer. Die Sache hängt am seidenen Faden. Ach, ich darf nicht falsch. Ach, Amicia. Schön der Name. Ich hab nicht genug Werkzeug. Das wird es alles wert sein, Hugo. Oh, haffentlich hast du recht. Das werde ich. Ganz sicher. Sie ist überzeugt, Junge. Vertrau ihr. Na los, Basilius. Gib uns irgendwas. Er ist es wert versprochen. Ich flehe dich an. Oh, verdammtes Ding. Hey, du steckst fest, oder? Ja, ich komm mit dem Wagen nicht weiter. Geh um das Wrack herum. Wir haben was für dich. Komme. Hey, ich bin hier. Alles in Ordnung? Mehr griechisches Feuer. Ich schick dir einen Tank, um das aus dem Weg zu räumen. Mit einem Seil, damit du ihn fangen kannst. Perfekt. Bleib zurück, Hugo. Ab geht die Post. Ich seh ihn. Okay. Ich würde sagen, es macht gleich Bums. Das hat die Ratten... Dass es die Ratten nicht getötet hat. Und weiter. Konzentrier dich. Finde, Basilius. Schnapp dir, was du finden kannst. Und dann raus. Nimm dir was zu Kriegerns und gib es nicht wieder zurück. Nee, da gibt's nix. Ich bin schon groß. Ja, ich hatte keine Angst. Das kann ich bestätigen. No, ist doch doof. Komme ich denn da jetzt an diese beschissene... Truhe. Gar nicht mehr. Och, Mann. Sowas hasse ich. Sowas hasse ich wirklich. Ich konnte den Wagen halt auch nicht bewegen. Ich bin jetzt hier. Los. Ich habe Angst. Und bin traurig, Amicia. Ich weiß. Wir haben viel durchgemacht. Es ist, als wären es nicht meine Gedanken. Ist es Basilius' Stimme? Kann sein. Sie klingt tief. Ich habe Angst. Das heißt wohl, wir kommen näher. Das Ende der Brücke. Finden wir heraus, wo sie hinführt. Achso, ja. Oh, dieser Geruch. Ich kann kaum atmen. Oh, es ist falsch. So falsch. Was ist los? Sie ist hier, Amicia. Ich will nicht. Aber wir müssen. Wir müssen. Oh, sieht böse aus. Gott. Es wirkt wie eine Kathedrale. Das wurde für ihn gebaut. Also, ist er hier unten? Ja. Irgendwo im Herzen dieses Ortes. So stelle ich mir die letzte Schwelle vor. Elia konnte ihn nicht retten. Und das ist das Ergebnis. Aber was ist passiert? Was ist mit ihm geschehen? Ich will es nicht wissen. Musst du aber. Er hat dich hergeführt. Das ist dein Erbe. Ich will kein Erbe. Ich will normal sein. Vielleicht hat er ihn ja extra hergelockt. Vielleicht war es ja nicht er, sondern die Makula. Schon mal daran gedacht. Dass die Makula ihm im Traum gibt. So zweideutiges Spiel. Ey, komm her. Du bist befreit. Bevor alles normal werden kann, musst du erst überleben. Das sagst du so. Aber ich vernichte alles. Um in eine Todesfalle zu locken. Aber nicht mit Absicht. Du bist ein Kind. Alter, was? Der Rat ist, das gab es auch, Kinder. Es ist schwer, Ugo. Wir kennen uns nicht gut, aber ich weiß, dass du eine Zeit für Angst verdienst. Selbst wenn wir... Die Neste allein reichen schon, aber... Ja. Diese pochenden... Krokos an der Wand. Ich will ihn aus meinem Kopf. Wir sind gleich da. Da unten kann man eine Rettung sein, Ugo. Wozu? Dass der Träger da nicht hin darf. Wenn ich immer alles ruiniere. Hör auf. Du musst mir vertrauen. Igitt. Mh, lecker. Das sind einfach riesige Pickel. Kommt einfach so Schwelle von Eiter raus. Eigentlich sind wir winzig kleine Bakterien, die auf so einem riesigen... Tide. Ich kann nicht. Amicia. Sophia. Schätzchen. Bitte. Ich weiß. Nein. Weißt du nicht. Warum tust du das? Amicia. Komm. Ich trage dich. Wir machen das zusammen. Das ist zu viel. Tut mir leid, dass du das durchmachen musst. Ich helfe dir. Ich will Ruhe. Die bekommst du. Aber erstmal musst du leben. Ich brauche dich. Ich fürchte mich für mir selbst. Du wirst leben. Wir kämpfen. Wir halten durch. Irgend so ein entfetter Boss-Gegner kommt doch auch noch. Bei dem Priester hat es gepasst. Hier bin ich mal gespannt. Ist das? Der Träger. Er wurde eingesperrt. Aber wieso? Sie hatten Angst vor ihm. Vor seiner Macht. Und deswegen haben sie all das gebaut. Einfach nur aus Furcht. Sie haben ein Kind getötet. Er entfesselte die Ratten. Sie brachen durch ihre Mauern. Keiner konnte sie aufhalten. Hier begann sie. Was? Die justinianische Pest. Er war traurig. So traurig und wütend. Deshalb hat uns die Makula hergebracht. Es muss hier etwas geben. Eine Schriftrolle. Eine Fiole. Irgendetwas. Hier ist gar nichts. Elia. Sie versagte. Amicia. Sie hat versagt, Sophia. Ich weiß. Ohne Gericht. Denn wenn ich sterbe... Du stirbst nicht. Werde ich sie auch alle töten? Nein, Ugo. Ihm war nicht bestimmt zu sterben. Aber sie nahm ihm die geliebte Beschützerin. Er verlor die Hoffnung. Also gab er der Makula nach. Und verdammte sie alle. Ja, und zwar zu Recht. Nein, wenn... Wenn ein Wort von ihr ihn erreicht hätte. Wie wenige allein er doch gewesen wäre. Er hätte weitergelebt. Und Millionen verschont. Verstehst du? Du wirst nicht sterben. Und ich bin für dich da. Ich sorge für dein gutes Leben. Ein Leben ohne Kämpfen. Möchtest du das? Finden wir ein Zuhause. Die sind da wohl anderer Meinung. Was ist los? Los, weg jetzt. Schnell, schnell. Lauft. Nach rechts. Dann einfach überreifend. Ich will nicht, dass ich gehe. Das können Sie vergessen. Spart euren Atem. Bleibt bei mir. Hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch. Eieiei. Geht's los, Ugo. Es wird alles einstürzen. Sie sind so wütend. Einfach ignorieren. Oh Gott, sie lassen nichts nach. Alles. Alles stürzt ein. Wir können es schaffen. Ja, wir versuchen es. Los, hoch, schnell. Ich versuche es. Los, los, los. Geht's weg. Las, los. Veracht die Lichtübo. Atme und lauf. Wo ist Sophia? Sophia! Ich bin hier. Ist ein Ausgang? Noch nicht. Weiter. Nein. Nein. Was? Sieg aus, es sind so viele. Kommt, kommt. Meine Beine. Ja. Nicht stillbleiben. Bei Tumprider passt's. Aber hier, eh. Ich helf dir hoch, na los. Diese Mistwecher gibt's nach rechts. Ich seh Licht. Hier. Da geht's aus. Hä? Nein. Geht alles über uns. Wir sind fast draußen. Zur Hölle mit diesen Scheißwegern. Wir verschwinden. Hm. Hm. Hoffentlich stecken wir da drin fest. Hier sind wir sicher. Sicher? Ist jemand verletzt? Ugo? Das war grauenvoll. Ja. Die Makula hat dich hineingelockt. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Die Makula hat ja wirklich ein Händchen für Kinder. Sie haben ihn angekettet. Ja. Aber das Wichtigste ist, dass du überleben wirst. Nein, das ist aber nicht das Wichtigste. Es macht mir Angst, dass die Menschen so böse sind. Und dass sie mich zu diesen Dingen zwingen. Du hast recht. Hör zu. Es wird immer Menschen geben, die Furchtbares tun. So ist die Welt leider. Aber vertraue in das Gute in dir. Und in das Gute in anderen. Hab Vertrauen in jene, die wollen, dass du glücklich bist. Freunde. Wie mich? Freunde geben dir ein gutes Gefühl, oder? Ich habe sogar Hunger. Ich verstehe, dass du zweifelst. Aber vertraue mir. Vertraue uns. Nö. Nö. Ich vertraue euch. Nö. Ein Bock. Wir finden für uns ein Zuhause. Also super. Verlassen wir diese Insel. Unser Boot wartet. Und auf dem Weg dorthin ein Rattenmeer. Kein Problem für uns. Alles wird anders werden. Also hat nix gebracht. Ein besseres Leben. Kapitel 12. Boah, ich brauche jetzt was zu essen. Ich hole mir kurz ein, zwei Würzchen. Und ein paar Zucker, Kartoffelsalat. Bis gleich. 、 natürlich. Voll. cuid. Ich war, ich prevale mich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wochenende an Playstation 10 Stunden laufen lassen und einfach die halbe Küche mit zum PC Platz bringen, ohne dass irgendeine Freundin oder was weiß ich schmecke. Warum steht da Ketchup in deiner Tastatur? Warum steht da Würstchen neben der Playstation? Warum steht da ein ganzen Batzen Kartoffelsalat? Neben der Switch? Kannst du das nicht in die Küche räumen? Sag ich mir so, nee, kann ich nicht, weil ich Bock drauf hab. Ja, so sieht's aus. So, gutes deutsches Essen. War das zu blöd? War das zu blöd? Tja, nicht alle sind so. Ja gut, Hino, du bist ja wahrscheinlich auch eine Gamerin. dementsprechend... Kannst du das so ein bisschen nachvollziehen? Es ist bestimmt genauso, die Hino macht auch immer so einen Rieseneintopf fürs Wochenende und dann lässt du den einfach neben den Konsolen stehen. Dann einfach mal rausgelöffelt. Na, das ist das Leben, so sieht's aus. So. Ach, weißt du was, Würstchen und Gabel, ha, jetzt bin ich ne Muschi. Hm, hm. So. Musst man dann am... Sonntag wieder mein Zimmer aufräumen damit es am Montag einigermaßen entspannt aussieht aber an einem Samstag mindestens einen Kaffee ja, Nino weiß was läuft bei mir ist es zwar die Cola, aber ja ganz genau die zwei Minuten nehmen wir uns jetzt wie lange sind wir dran? 8,5 weiß gar nicht wann der Router Cup kam gestern war es ja auch so dass es ja dann auf einmal offline war aber es fängt sich wieder also bleibt einfach im Stream oder aktualisiert nach ein, zwei Minuten bleibt da ganz entspannt 64% okay ja, wenn die Würstchen warm wären, wäre es geil aber unsere Mikrowelle ist kaputt wenn mein Mitbewohner es nicht checkt seinen Besuch zu sagen das Metall plus Mikrowelle gleich blöd dann checkt der nicht, warum er eine neue holen soll verdankt er aber von mir damit die die wieder kaputt machen ein warmes Wasser war ich habe hier auch keinen Bock mhm, mhm jetzt war auch fertig und schnell gemachtes Essen Wiener, Ciabatta, Kartoffelsalat aber ich hätte mir sonst einen Döner oder so geholt das habe ich aber ziemlich häufig war Mittwoch so Mittwochmorgen so stolz dass ich wieder abgenommen habe ich bin auf 79 runter ich habe gleich alles wieder angefressen morgens gab es Pizzabrötchen mittags gab es Hirschgulasch oder sowas ne, gebackene Hühner mit Käse überbackene Hühnerbrust irgendwas, irgendwas in der Kantine okay und abends gab es dann Wiener Schnitzel mit Pilzrahmsoße und waren wir mit dem mit unserem Manager essen es war ganz entspannt Wilbsterfoss für Pilzen und Döner Pizzen und Döner, ja Dienstag habe ich Hirschgulasch gegessen eigentlich wollte ich mein Dienstag ist ja Schnitzeltag da wollte ich eigentlich Schnitzel und Pommes essen aber ich war mit einer charmanten Dame unterwegs die saß mir so so bildlich also nicht bildlich oder wortwörtlich sondern eher so im übertragenen Sinne so ein bisschen auf dem Schoß weil ich die neuen Sachen sozusagen eingerichtet habe und musste ihr dann erklären wie was funktioniert hier Bildschirm, Bluetooth Webcams so kleine Probleme die immer mal wieder auftauchen und sie schreibt halt User Guides und bindet die in die App und in die Webseite ein dementsprechend hatten wir gerade hatten wir zu der Zeit haben wir halt ziemlich eng zusammengearbeitet nur Zimmer hat sich natürlich angeboten das war noch mittags in die Kantine gehen und ich hätte sie halt fünf oder zehn Minuten warten lassen müssen wenn ich halt den Schnitzel genommen hätte und hab gesagt weißt du was komm drauf geschissen wir haben uns beide mal das teurere Hirschgulasch war nicht schlecht war nicht schlecht Perfekt morgen wird es regnen ich habe meinen Teller noch nicht leer gegessen aber ich schaffe es auch nicht aber das ist halt gut so ein bisschen ach schön jetzt bin ich auch wieder gestärkt jetzt kann man auch viel dem Rest geben so ja es war jetzt nicht professionell aber was ich hoffe man hat nicht wieder noch so ein brutalen Endboss er ist tot es muss sein tut mir leid ja verzeihung kommt gehen wir so im Arsch na dann sag uns wenn du dich komisch fühlst mach ich ich will hier endlich weg also gut zum Hafen kommt hey Madame was ist das jetzt ihr seid doch die Gäste der Gräfin seid ihr verletzt nein uns wurde befohlen euch zu eskortieren und zwar zum Palast eigentlich wollten wir so eben ihr habt Besuch Besuch? wen eure Mutter und ein Junge natürlich denkst du dass sie böse auf uns ist? keine Ahnung ich wir sollten sie sehen es ist schon lange her ja weglaufen bringt hier wohl nichts denke ich wow seht euch nur mal an nur eine Mutter kann dazu in der Lage sein also gut wisst ihr was? ich gehe zum Hafen und bereite das Boot vor ihr kommt nach so schnell ihr könnt für dich was auch passiert du musst die Flamme am Leben halten ja? ja sei vorsichtig keine Sorge ich habe von euch beiden gelernt zeigt uns den Weg was sagen wir ihr? die Wahrheit wir haben gefunden wonach wir gesucht haben und ich bin schuld ich verteidige dich mein Held schnell bevor sie zurückkommen wird der Palast standhalten mein Herr? vorerst der Graf hat den Leuten die Tore geöffnet aber es gibt zu viele Tote und Verletzte haben wir gesehen haben wir gesehen Vorsicht zurück oh wieder kaputte Wagen den wir gesehen haben pssch ja wo haben sie das her? ihr seid sicher solange ihr in diesem Bereich bleibt aber draußen ohne Licht ja das wissen wir wie auch immer jetzt seid ihr sicher jetzt wird es interessant ist keine Evakuierung geplant? noch nicht erst wenn sich alle versammelt haben zur Brücke Stellung halten macht mehr Feuer auf der Hauptstraße genau ein Bogenschütze wird gegen die Ratten passen sieht aus wie im Krieg helft mir bitte hiermit die Ratten rücken an der Ostflanke vor wir brauchen nur Fackeln sie müssen hier weg ja niemand kann sie besiegen brauchen ihn für die Verletzten rein wir können sie reinbringen alles klar verstanden viel Glück leg Krämen an und füllt sie mit Teeren lasst sie ununterbrochen brennen eine Lücke unter Palast könnte fallen und wenn die Ratten in den Palast gelangen dann seid ihr tot ich will Feuer sehen wurde der Karren repariert wir brauchen ihn schleunigst am Wall noch einer ach hör doch auf das Ding ist so alt dass es jederzeit hochgehen könnte hier oben sind Verletzte ist kein schöner Anblick das Kind sollte lieber wegsehen ich kenne Blut trotzdem sieh nicht hin da sind noch mehr mein Arm es brennt das sind die die gebissen wurden ja bald breitet es sich aus es ist vorbei lass ihn zurück nein nein sei vernünftig es kommen noch mehr Verletzte ist das die Ankunft des Sohnes der Sohn sollte uns in helle Tage führen nicht in dieses Gemetzel Ruhe keine Zeit für Diskussionen Kinder da hab ich ihm auch schon geschrieben ja ist ok ist nicht viel aber wir müssen die Vorräte einteilen beten wir dass dieser Alptraum bald vorbei ist das ist meine Schuld pssch bitte der Sohn stellt uns auf die Probe verliert nicht den Glauben Königin die Ratten wirklich sein Kommand hier durch warum bringt er es um euch auch besinftigt eure Herzen und betet betet zu ihm das Problem ist ich kann halt ich muss halt erstmal umziehen weil die Küche ist aktuell mit meinen Nachbarn mit meinem WG-Genossen echt unbenutzbar kann ich mal ordentlich kochen bitte komm her weil ständig alles dreckig und benutzt ist oder fünf Leute in einer Ein-Mann-Küche hausen mussten nur eure Spur folgen aber sagt schon ist sie das die Insel die aus deinem Traum da war noch ein Träger er war wie ich noch ein Träger ja im sechsten Jahrhundert der Junge hieß Basilius wir fanden ihn angekettet in einem Gefängnis vom Orden für ihn erbaut was sie gerieten in Panik weil er die letzte Schwelle erreicht hatte und sie entrissen ihn seiner Beschützerin und sperrten ihn ein um einzudämmen was dann passierte eine neue Pest im sechsten Jahrhundert war die Justinianische Pest wir wussten von ihrer Verbindung zur Makula aber es begann also hier mit diesem Basilius aber es war nicht seine Schuld er war nur ganz allein und hatte Angst ja Mutter Magister Vaudan sagte Hugo sei verdammt aber das ist nur das was der Orden glauben will wegen der Erfahrung die sie mit Basilius gemacht haben ihm fehlte die Beschützerin mit ihr an seiner Seite wäre sicher nichts davon passiert überlegt doch in den letzten Monaten unterwegs um uns herum war alles ruhig wir waren zusammen und alles war gut es ging ihm gut das ist wahr etwas sagt mir dass wenn wir uns an einem Ort sesshaft machen werden und als Familie zusammen sind vielleicht hört die Pest auf mit der Zeit sie sie würde nicht schlimmer werden die Angst trübt unseren Verstand oder doch niemals deinen Beschützerin ja wir haben doch dieses Haus in den Bergen wisst ihr noch wir wären dort sicher wir wären mächtig und groß verzeiht die Störung der Graf will euch sehen mich jetzt aber wir wollten gerade gehen er ist der Graf der Provence Madame ja wir warten auf dich und hier wird es ohnehin sicherer als draußen sein das glaube ich nicht gut das glaube ich kein Stück bei aller Liebe da wird irgendwas passieren folgt mir ich will wissen was der Graf von mir will nein ich dachte er wäre mit dringenderen Angelegenheiten beschäftigt euch zu sehen muss dringend sein benehmt euch in seiner Gegenwart würdig es herrschen dunkle Zeiten er ist genauso betroffen wie wir alles klar werde ich das Haupttor ist vorerst sicher genug aber der westliche Wall ist immer noch schwach wenn die Ratten dort eindringen können wir die Verwundeten nicht mehr evakuieren ich will wissen wo die Ratten herkommen schickt Speer aus wenn wir einen Weg finden sie zu hemmen aufzuhalten oder direkt in die Hölle zu befördern ist es das Risiko wert mein Herr sie ist hier gut dieser Krieg ist wie kein anderer aber es bleibt ein Krieg wegtreten und glaubt daran es ist noch nicht vorbei jawohl komm ich brauche dich verstanden Graf ihr habt diese Biester überlebt gerade so tut mir leid um euer Land ein Herrscher sollte wissen dass kein Frieden ewig anhält aber ich muss zugeben dass ich nach Jahren des Krieges gehofft hatte dem wäre so verstehe die Narben sind noch frisch sie beherrschen den Geist obwohl man bloß Ruhe will Verzeihung ich nein bitte es stimmt genau das ist menschlich denke ich stimmt aber das hält dich nicht davon ab zu kämpfen wenn es sein muss ja kommt der Sohn wirklich die Anzeichen sind klar ihr meint die Ratten nicht nur die Ratten komm sieh es dir selbst an ja es war mir so klar Emily will den Jungen Amicia es tut mir leid aber ihr Entschluss steht jetzt fest was meint ihr damit dass dein Bruder der Sohn der Glutasche ist sie muss ihn haben also musst du sterben nein nein hört zu ihr lebt mit allem falsch mit eurem Kult mit allem du hast wahrscheinlich recht weil ich das meiste davon erfunden habe und ich hab's für sie getan was Emily ihre Eltern raubten ihr den Verstand so dass sie sich selbst das Leben nehmen wollte sie vergiftete sich selbst ich brachte sie her und erzählte ihr die Geschichte des Sohnes der Glutasche sie hat sie nicht nur geglaubt sondern in Hoffnung für die Menschen verwandelt ihr habt sie was versuchst du da nimm dein Schicksal an Miststück es war so klar komm zurück zurück zu ihnen los ich werde sie nicht verlieren fahr zur Höhle wo willst du hin du bekommst sie nicht weiter nach rechts komm schon schnell du weißt nicht was auf dem Spiel steht ach diese Diese Sachen machen mir überhaupt keinen Spaß. Hauptsache Action. Yo. Hinter der Auge, sehr still. Alle raus hier. Bleib außer Sicht. So. Nur wir zwei. Komm schon. Beenden wir es. Ich weiß, es scheint ungerecht. Aber du hast keine Ahnung, wie man herrscht. Krieg ist einfach. Ich könnte alles zerstören. Doch sie hat mir einen anderen Weg gezeigt. Sie hat diese Aura. Du hast sie gesehen. Ich weiß, was ist hier los? Zurück. Nein, betreten verboten. Aller, da. Wo rennst du hin? Es gibt keinen Kommen. Och. Nee, nicht so eine Scheiße. Och, nee, ey. Wo ist sie? Hinter der Auge. Sei still. Alle raus hier. Bleib außer Sicht. Komm schon. Beenden wir es. Ich weiß, es scheint ungerecht. Aber du hast keine Ahnung, wie man herrscht. Krieg ist einfach. Ich könnte alles zerstören. Doch sie hat mir einen anderen Weg gezeigt. Sie hat diese Aura. Du hast sie gesehen. Ich weiß, was ist hier los. Zurück. Nein, betreten verboten. Wo hättest du hin? Es gibt keinen Kommen. Mutter, Lukas. Wenn er sie angefasst hat. Es ist zu spät. Sie weiß, dass er existiert. Scheißkerl, scheißkerl. Die Leute glauben an sie. Genau wie an den Sohn. Bleib weg von mir. Verstehst du nicht? Das alles ist größer als du. Gib auf. Gib deinen Bruder auf. Es könnte so einfach sein. Der Maul. Ihr werdet alle sterben, wenn ihr ihn uns wegnehmt. Sei nicht so dramatisch. Du wirst verschwinden und niemand wird dich vermissen. Gib einfach auf. Du hast so lange eine Lüge gelesen, dass du die Wahrheit nicht mehr siehst. Die Wahrheit ist, dass alles außer ihr verdorben ist. Nur sie hält diese Welt am Leben. Ja, genau. Der Bruder vor dieser Verdorschein. Spielen wir. Dieses Spiel liegt mir. Weißt du? Fahr zur Hölle. Du Schwein. Ich muss die anderen finden. Schnell. Ich muss irgendwie wieder nach oben. Meine Schulter ist endgültig ruiniert. Es tut so weh. Oh, verdammt. Das ist zu laut. Nein. Auf die harte Tour also. Ich hasse. Nee. Versteckst du dich? Ich muss ihn abschütteln. Wo könntest du sein? Verstecken. Oh, so ein scheiß Versteckspiel. Weiter. Du schaffst das. Ich könnte ihn in den Zellen einsperren. Ich mag sowas überhaupt nicht. Jetzt auch noch. Immer so ein Mist. Versteckst du dich da drüben? Ach, da bist du. Kein Ausgang. Verdammt, wo bist du? Fliehen ist... Komm her. Komm. Du sitzt in der Falle. Tut weh, nicht wahr? Hier durch. Leise. Da. Ich muss ihn einsperren. Halt deine Klappe. Versteckst du dich? Was? Ich bewundere deinen Überlebensinstinkt. Du hast viel durchgemacht, das merke ich. Das macht es noch aufregender. Schneller. Na los, komm schon. Jo. Genug gespielt. Komm her. Och, nee. Och, verdammter Scheiß-Trick da, ey. Na komm, mach weiter. Ugo, Mutter, Lukas. Sie sind alles, was zählt. Verdammt, wo bist du? Ich habe lange nicht mehr gejagt. Seit ich Emilie kenne. Du bist eine würdige Beute. Ich mag's doch nicht. Ich weiße nicht. Sobald ich kann. Verdammtes Geräusch. Emilie mag dich, weißt du? Ich töte dich. Ja, 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 oh. Oh, was? Was? Warum macht du denn sowas? Du hast irgendwie wieder nach oben. Ich verstehe es nicht. So, als würde man irgendeinen scheißnerv... Irgendeinen nervigen Kack reinsetzen. Weil man nicht weit... Weil man nicht will, dass das Spiel zu Ende ist. Meine Schulter ist endgültig ruiniert. Es tut so weh. Ist doch kacke. Und es war fast unten. Geht das wieder zurück? Oh, verdammt, das ist zu laut. Auf die harte Tour also. Keine Zeit. Schnell weg. Ich höre dich. Du wirst nachlässig. Ich muss ihn abschütteln. Keine Ausgaben. Wo bist du hin? Komm her. Komm. Du sitzt in der Pfanne. Verstecken. Hört euch. Leise. Da. Ich muss ihn einsperren. Oh, ne. Oh, man. So eine Scheiße am Ende. Und dann auch noch langziehen. Weil alles so schwer ist. Ey, haben doch echt... Ey, der hat doch... Der hat doch... Der ist doch unglaublich mit dieser Scheiße. Es ist doch einfach nur dumm. Ah, es sind zwei Hebel. Oha, schön, ne? Jetzt nimmst du den falschen Hebel und kommst nicht mehr weiter. Wetten? Alter, die haben doch so wann einen von der Klatsche. Verdammt, das ist zu laut. Die harte Tür also. Keine Zeit. Schnell weg. Ich höre dich. Du wirst nachlässig. Ich muss ihn abschütteln. Ich halte doch mal das Maul. Du musst dich nicht ewig verstecken. Ist mir schon klar. Kein Ausgang. Ja, ist doch gut. Du bist so laut. So kannst du mir nicht entkommen. Verstecken. Komm her. Komm. Du sitzt in der Pfade. Hier durch. Leise. Da. Ich muss ihn einsperren. Bin ich denn weg. Da bist du ja. Weiter. Du schaffst das. Ja. Ja. Natürlich. Falsche. Ja. Und bleib an jeder Ecke hängen. Och ne. Ich hasse sowas wirklich. Warum muss das doch immer so lang sein? Nicht mal bei Resident Evil haben sie es so lang gemacht. Ich kann den Schmerz lindern. Vertrau mir. Halt deine Klappe. Verstecken ist sinnlos. Es gibt keinen Kommen. Ich bewundere deinen Überlegungsinstinkt. Du hast viel durchgemacht. Das merke ich. Das macht es noch aufregender. Wo ist der? Natürlich. Los, los. Wo ist der Ausgang? Wo ist ein verdoppter Ausgang? Läufst du schon wieder weg? Du bist unermüdlich. Hätten meine Männer bloß deine Entschlossenheit. Och ne. Du kommst hier sowieso nicht raus. Warum? Du kommst hier nicht raus. Was? Meine Schulter ist endgültig ruiniert. Da hast du sch... Ich muss erst mal gucken, ob es da überhaupt raus geht. Ein Tor. Ich muss das irgendwie öffnen. Ja, ich will erst mal gucken, ob es das Richtige ist. Oh, das ist doch... Oh, das ist doch... So ein Dreck. Und dann noch vom verschlossenen Tor. Ich muss ihn abschütteln. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Amicia, komm zu mir. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas von vornherein. Und dann noch so lang gezogen. Es ist einfach... Da ist keine Liebe mehr. Falsch. Ich wette mit dir, egal welchen Hebel du betätigst, es ist genau der Hebel, den du zuletzt betätigst. Es müssen beide aktiv sein. Wetten? Ja, der macht jetzt langsam alles kaputt. Oh ja, Zui. Sieht aus, als hätte ich mega Spaß. Ich finde es total geil. So ein ewiges Todesding, was du tausend Millionen mal machen musst, weil die Entwickler einfach einen Haufen Scheiße geworden sind. So eitle Drecksäcke, die einfach nur noch sich selbst ins Maul kacken. Achso, da kann ich ja nicht mehr zumachen. Ah, okay. Bin ich gut. Ich habe lange nicht mehr gejagt, seit ich Emily kenne. Und du bist eine würdige Beute. Ich bring dich um, sobald ich kann. Wo könntest du sein? So ist so, klingt jemand für dich. Ich habe dich so lausend. So ein Laden? Er führt mich direkt zu dir. Lass mich raten, ist der Falsche. Ja, das ist schon der Richtige. Ja, weil, weil die Spieler einfach nicht mehr... Ich habe die Hoffnung in den Glauben der Spielerschaft verloren. Wo ist der Ausgang? Wo ist ein verdammter Ausgang? Läufst du schon wieder weg? Du bist unermüdlich. Halt, seine Klappe! Du hast es geschafft. Du erinnerst mich an alte Zeiten. An mich? Jetzt weiß ich, wo dein Blut fließt. Bitte, hör auf, das ist ein Wahnsinn. Ich kann nicht... Alter, Leck! ...unmächtig werden. Hugo, sie holen ihn. Mutter, Lukas, sie müssen hier weg. Auch wenn es weh tut. Sieben, 80% der Bewertungen auf Sie sind positiv. Ja. Weil die einfach nicht mehr... Weil die einfach nur... Oh, Plagtail! Sieht grafisch cool aus. Fertig. Wunderbar. Nutze es gegen sie! Die Masse hat kein Feingefühl. Die ist einfach nur abgespeist mit jedem Scheiß. Guck dir, allein Cyberpunk hat auch eigentlich gute Bewertungen, obwohl es echt grausam veröffentlicht wurde. Dieses Kind gehörte nie wirklich euch. Ich bin so erfüllt von ihm. Hugo heilt nicht die Wunden der Vergangenheit. Er wird eure Leere nicht füllen können. Ihr werdet sterben. Alle werden sterben. Nein. Er wird geliebt. Er wird strahlen. Noch mehr als die Sonne. Und die Dunkelheit abwehren. Und ich... Ich bin die Mutter, welche ehrenvoll einen Gott großzieht. Seid still! Ihr habt kein Anrecht auf diese Familie! Amicia! Wie kann das sein? Du lebst! Wo ist Hugo? Da drin! Los! Lauf weg! Amicia, nein! Endlich! Verzeih, Liebes, aber sie lässt dich nicht bezwingen. Nun gut. Dementsprechend werden schlechte Spiele trotzdem positiv bewertet. Weil die Spiele einfach nur FPS, Grafik und Story sehen. Aber denen fehlt das Feingefühl. Eine Aufforderung. Ich nehme an. Du hast mich überrascht. Ich bin beeindruckt. Du bist bemerkenswert. Du stellst dich mir. Und du bist vollkommen überzeugt davon, dass du mich besiegst. Das bin ich. Vergesst mein Bruder! Oh, so enthusiastisch. Nee, aber ich... ...denke an einige, ähm... ...meine Meinung ist nicht besser als die anderen. Und das soll auch nicht abgehoben klingen, Sui. Aber... Ich lasse mich davon... Ich lasse mich von vielen einfach nicht blenden. Du kämpfst, weil du keine andere Wahl hast. Viele Passagen sind einfach viel zu lange. Die ziehen das Game unendlich in die Länge. Und es macht überhaupt keinen Spaß, wirklich. Nicht so wie beim ersten Teil. Und diese One-Hit-Kills dauerhaft... ...isten halt auch blöd. Du musst das Schwert besser halten. Ach, was für eine Schande. Kämpfe nie, um dich nur zu verteidigen. Kämpfe, um zu töten. Mir geht die Länge einfach auf den Sack. Was du sagst, du bleibst ein Feindling. Wer bist du, mich herauszufordern? Ich bin Amicia, der Run. Ach, hör auf. Und ich knie vor niemandem. Nein! Nein! Amicia! Siehst du? Und jetzt kniehst du doch. Nein! Hört auf! Bitte, hört auf! Zopf abgeschnitten. Von einer Mutter zur anderen. Genug gespielt, Viktor. Deswegen sind wir nicht hier, oder? Verzeihung. Der Krieg hinterließ Spuren bei uns. Er kann es mitunter übertreiben. Ich bewundere euch. Eure Kinder sind stark. Eure Bande sind stark. Nun, in ihrem Alter konnte ich von so einer Liebe nur träumen. Doch es geht nicht nur um uns. Wisst ihr, Liebe muss geteilt werden. Muss sich in Licht verwandeln. Dann strahlt sie auf die ganze Welt. Dies ist die Bestimmung des Sohnes der Glutasche. Liebe kann töten, Emily. Wenn ihr das eines Tages erkennt, wird es zu spät sein. Für euch wird es zu spät sein. Ich bin so stolz auf dich. Nein! Amicia? Mama? Ich fühle mich so... sind jetzt beide tot? Amicia? Mama? Amicia? Ich denke, du hast valide Kritikpunkte, aber das macht das Spiel nicht schlecht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, viele Passagen sind einfach zu lang. Und die machen das Spiel schlecht. Und irgendwie von jedem Element irgendwas reingesetzt haben, das ist... Nee. Wenige hätte auch ausgereicht. Wenn es wenigstens so vollgepackt wäre, wie beim Anfang, okay. Dann gerne mehr Länge, aber so merkst du es einfach. Das ist... Ich finde es halt echt enttäuschend. Deswegen ist meine Kritik auch so scharf. Weil es... Äh... Alter, was ein Lag. Einfach... Weil es erst einfach so genial gewesen ist. Ist das ein Traum? Nein. Das ist... echt. Oh. Da ist jemand. Also Story und Grafik ist schon bei dem Spiel genial. egal. Durchaus, aber... Was tut ihr da? Irgendwie fühlt sich das Spiel nicht gut an. Emily? Oh, mein liebster Junge. Du solltest zurück ins Bett gehen. Hörger, ist sie tot? Nein. Nein. Geh wieder ins Bett. Victor, bring ihn zurück. Bitte. Mein Herr, wir müssen hier weg. Wir holen sie von innen. Oh ja? Er ist es. Ich wusste es. Emily, ich hole dich. Nein. Aber was machst du? Bitte nicht. Bitte. Ich bin die bessere Mutter. Ich bin die bessere Mutter. Du brauchst mehr. Du brauchst mehr Ratten. Bitte. Sie steht fest. Erledige sie. Ruf mehr. Sie wollen Blut. Ich muss nicht werden, wenn du leben reich. Hier ist dein Blut. Es ist für die Ratten. Was macht ihr da? Wir zahlen es dir ein. Mach weiter, Hugo. Was? Was ist das? Halt! Sie tun dir nichts, mein Sohn. Sie wollen nur nie. Still! Ihr werdet ein... Ich hab doch R2 gedrückt. Ruf! Ruf! Hier ist dein Blut. Rest für die Ratten. Was macht ihr da? Wir zahlen es dir ein. Mach weiter, Hugo. Was? Was ist das? Halt! Sie tun ja vor uns. Nein! Still! Ihr werdet alle stärken. Nein, Hugo. Das ist ein Fehler. 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 Ja, kommt. Kommt zu mir. Gebt uns euer Blut. Zu nah. Die sind viel zu nah. Das ist ein Fehler. Sie sehen. Ich will es nicht sagen. Weiter! Es funktioniert. Es kommt noch mehr Ratten. Sie werden nicht falsch, Hugo. Nein! Ich halte mich auf. Er hält dich durch, Amicia. Gut. Lass ihn. Weiter so, Hugo. Ja! So ist es schön! Geschafft! Jetzt bist du dran, Emily! Jetzt vergießen wir dein Blut! Emily, nein! Nein! Nein, wir müssen verschwinden, Herr! Es ist zu spät! Lass mich los! Lass mich los! Nein, die Menschen brauchen euch doch! Wir... ...werdet diese Insel nie verlassen! Ich beende das! Jetzt kann er sie wieder von ihr fernhalten! Von ihnen! Ja! Weird, ne? Amicia, wo bist du? Ich... ich bin hier! Mist, meine Cola ist alle! Oh nein! Hugo! Hugo! Nein! Hugo! Nein! Hugo! Sag doch was! Hugo! Nein! Oh, danke! Danke! Es geht uns gut! Dir geht es gut! Alles ist gut! Ahem! Nichts bleibt! Ich bin mal gespannt, ob es wieder ein offenes Ende gibt! Ah, ich glaube die Mama ist wirklich diesmal über den Jordan gegangen! Sag doch was! Sieh mich an! Bitte! Ich brauche dich! Amicia, wir müssen hier weg! Er antwortet mir nicht! Wir müssen hier weg! Hugo! Antworte mir! Amicia, wir müssen jetzt gehen! Und wohin? Zum Hafen! Wir verschwinden von der Insel! Also wenn ich gleich weg bin, dann einfach in... ...ein, zwei Minuten wieder aktualisieren. Ich will... ...und wenn ich merke, dass die Verbindung weg ist wegen dem Router Cup, dann... ...mache ich auf Pause. Wir werden niemals sicher sein, Lukas! Niemals! Es gibt keinen Frieden für uns! Sieh ihn an! Sieh nur! Ich gehe voran! Denkt nicht nach! Einfach nur folgen! Ich werde euch führen! Ich führe euch beide, ja? Ich trage euch, wenn es sein muss! Aber ich bringe euch hier raus! Jetzt holt tief Luft! Und steh auf! Das mit den beiden, die jetzt auf einmal böse sind oder so... ...das fühlt sich auch irgendwie an, als könnte man... ...als hätte man irgendwie keine Lust mehr... ...das Spiel zu Ende bringen. Ich würde euch hier rausbringen! Boah, den könnte man gehört haben. Was ist denn... Was? 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 Ich werd sie einrenken. Tu es! Nicht bewegen. Das wird wehtun. Alles gut? Dann komm. Ich glaube der Hugo hat die Ratten da ein bisschen übertrieben. Ich glaube das war das Erdbeben. Atme. Pass auf ihn auf. Ich beeile mich. Ja. Also auf jeden Fall gibt es hier einige Kritikpunkte. Wo ich mir denke nein. Wenn sie das Ende offen lassen. Bin ich mir echt am überlegen ob ich mir den dritten Teil hole. Warte. Oh wirklich. Warte, 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 warte. Ich glaub ich hab was. Warte. Warte. Kann man sich aufziehen. Aber das funktioniert. Okay. Das hinterfrage ich nicht. Na los. Alles wird helfen. Du brauchst es. Das sollte die Sache erleichtern. möglich. Ist mir auch egal. Mittlerweile. Das zieht sich einfach jetzt noch. Das Ende ging einigermaßen fix beim ersten. Das hat alle so zeittechnisch längenmäßig ja super gepasst. Aber hier, ich weiß nicht. Da oben. Eine Öffnung. Da kommen wir raus. Und wie? Im Stockwerk drüber. Da finden wir vielleicht was nützliches. Ich seh nach. Bleib du bei ihm. Amicia, du bist verletzt. Versuch ihn zurück zu holen. Egal wie. Bitte. Na gut. Aber geh nicht zu weit. Also Hugo. Ich glaube du hörst mich. Tut mir leid. Ich muss wissen ob es dir gut geht. Blasse Haut. Aber das Zeichen der Makula. Da oben. Sieht größer aus. So sieht es wohl auch in deinem Kopf aus. Darf ich mir deine Augen ansehen? Hm. Irgendwie. Von wo kamen wir eigentlich? Wie kamen wir von dort? Im Stockwerk darüber. Ja. Ja. Eine Stange mit einem Seil. Ja. Ich weiß. Da komm ich aber nicht ran. Weil hier ein fucking Wagen im Weg ist. Versperrt. Ich kann es von hier nicht bewegen. Und hier komm ich auch nicht ran. Nein. Es muss einen Weg geben diese Tür zu öffnen. Da kannst du doch durch. Ja. Okay. Verstehe. Ja. Irgendwie fuckt mich das Game gerade einfach nur noch ab. Irgendwie haben sie es mit einigen Sachen zu stark übertrieben wo ich mir denke. Ja. Das ist wenigstens end. Dann habe ich es durchgezogen. Also ich bin durchaus enttäuscht. FPS. Na los. Grafike super. Story ist auch schön. Aber. Ich habe mich gefreut wie ein junger Spatz. Ich war so happy. Und als ich gemerkt habe. Es ist ein bisschen länger als der erste. Geil. Aber ich sage es mal so. Wir machen es dreimal länger dafür. Halt durch. Du musst durchhalten. Dafür. Ähm. Gegenstandslos. Wes. Hätte ich gesagt. Ja. Nee. Die 60 Euro kann ich wesentlich besser investieren. So ein Chaos. Ich kann nicht. Das ist normal. Es ist nicht mehr so. Es kann auch sein, dass ich mir das Spiel verbaut habe. Weil ich auf dich am Anfang gehört habe. Und erst später auf normal gestellt habe. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Bin ich so gut im Ziehen. Ich sage das die ganze Zeit. Und ich weiß nicht warum immer die ganzen Zuschauer wollen. Ich will es trotzdem immer haben. Junge. Guck dir im. BDSM. Oder im Internet. Einfach nur drauf stehst. Aber ich meine. Boy. Halt. Halt. Steh auf. Steh auf. Und geh weiter. Ja. Da wird es auch mal ein bisschen im Eimer sein. Aber die ganze Zeit. Es gibt einfach viele Passagen, die ich überhaupt nicht leiden kann. Weil die einfach viel zu lange sind. Einfach so inhaltslos in die Länge gezogen. Wenn du mich hörst. Bewege einen Finger. Allein der Anfang. Ich dachte so geil. Die kriegt jetzt eine Armbrust. Not. Not bad. Da kann man vielleicht mal was gegen die ganzen. massiven Gegner machen. Die ständig mit. Die so gerüstet sind. Dass du nichts machen kannst. Irgendwie. Kriegst du halt fast viel zu wenig Bolzen. Wohl von der Makula. Dann. Kommt er nicht zurück. Noch nicht. Versuchen wir es hiermit. Komm mit, Hugo. Wo? Er steckt fest. Das ist zu hoch. Aber es gibt keinen anderen Weg. Amesia. Schieben wir. Da ist was dahinter. Also im Vergleich zum ersten Teil bin ich enttäuscht. So als eigenständiges Spiel wäre der zweite Teil vielleicht okay gewesen. Aber im Vergleich zum ersten. Er wird die Sonne töten. Was? Der Sonnentöter. Der Lichtverschlinger. Der Nebel aus den alten Texten. Es gibt ihn wirklich. Ich bin zu Hause. Nein. Nein. Das ist nicht zu Hause. Hugo, sie mich an. Das ist nicht er, Amesia. Die Makula. Sie versucht die Leere zu füllen, die durch den Tod eurer Mutter entstanden ist. Ich... Ich hätte sie retten müssen. Aber wir können es beenden, ja? Hörst du mich, Hugo? Wir finden diesen Mistkerl, den Grafen. Und töten ihn. Nein. Genug. Wir verschwinden von diesem verdammten Ort. Lass uns ihn von hier wegbringen. Er ertrinkt. Amesia, verstehst du? Halt ihn über Wasser. Rede mit ihm. Halte dagegen. Er braucht dich. Ich weiß nicht. Der Lukas, der wirkt irgendwie so ein bisschen komisch. Schon gut. Im ersten Teil hat er mir aber auch wesentlich besser gefallen. Also mir fehlt es einfach an allem. Ich merke ganz wenig Tiefe der Charaktere. Die Charaktere, auf die ich mich vom ersten gefreut habe, sind irgendwie... Und da siehst du hin. Ja. Äh. Ja. Ja. Ja... Ich... 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 Dieter... Ich... Dann... Ich... Ich... Lukas ein bisschen. Aber ja, genau das ist halt. Hier hast du einfach... Also, dass wir später dann mit diesem Anon, die Priester, die die Pilger hier uns am Anfang beschützt haben. Die waren ja noch sympathisch. Der Grab und die Gräfin am Anfang auch, dass sie die als Arschel, äh, jetzt so, so, Assi so gemacht haben. Das hätte nicht sein gemusst. Ein etwas schöneres Ende wäre mal schön gewesen. Aber es muss ja immer alles übertrieben total Assi-Arschloch sein. Ich glaube, der... Wir müssen vom Nebel wegbleiben. Der macht die Fackel aus. Ähm. Lukas, da... Da vorne ist es. Lukas, da... Da vorne ist es. Lukas, da... Rein abgelehnt. Ja. Ja. Das kann nicht sein. Wie viele sind da drin? Ja. Ich bin hier. Hey. Ich warte. Gehen wir Lukas, los. Ja. Komm, Ugo. Nein. Ich warte. Hier gibt es aber nichts für dich. Das ist zu Hause. Hier ist, wo ich... Hör auf! Du kommst mit mir, ob du nun willst oder nicht. Hörst du mich? Er bleibt bei mir! Oh. Du hast es mitgemacht. Sie kommen. Lauft! Ah! Bleib dicht an der Wand! Schnell! Hier schützt noch alles ein! Oh, schnell! Auf jeden Fall irgendwie... Ja, es ist einfach... Es fehlt den Charakteren an Tiefe. Nicht zurückschauen! Rent! Ja, das Spiel sagt... Na... Von diesen Passagen haben sie auch zu viel reingemacht. Muss nicht jedem Kapitel so eine Scheiße sein. Ich bin hier! Ihr bekommt ihn nicht! Hört ihr! Es ist vorbei! Ich merke so leichte Elden Ring-Vibes. Ugo! Ugo! Sag ich jetzt mal so ein bisschen. Das hat am Anfang auch Spaß gemacht. Der erste Boss war ein mega Ficker-Arsch, aber... Man kam durch... Bis zur zweiten Hälfte. Siehst du? Dann wurde es einfach nur noch retarded. Hart. Da ist noch Licht. Und stärker. Und einfach nur... Hauptsache mehr Damage, One-Hit-Kill und so weiter und so fort. Und hier hast du es dauerhaft. Am Anfang, das war noch okay. Als Tutorial habe ich es noch abgesehen bei diesen Bienenköpfen oder Imkern oder was weiß ich. Aber... Dass das dauerhaft ist... Ja. Das ist unser Blut. Das bist du. Dass sich das so durchs gesamte Spiel gezogen hat. Nee. Die Hafenszene zum Beispiel, die war echt... Die war unnötig. Ein Drittel davon, von der Länge her... Ein Drittel von den Gegnern hätte locker ausgereicht. 50% von den Rennweg-Szenen hätten auch nicht sein gemusst. Das hätte man anders machen können. Was passt denn mit dem Tomb Raider, wenn ich hierher... Das ist interessant. Aber ich verabschiede mich. Euch einen schönen Stream noch. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Gute Nacht, Yuna. Ich weiß halt auch nicht, wie lang das noch geht. 70%... Nein! Weiß ich auch was durchziehen. Immer in meinem Kopf. Ugo? Lass ihn, Amicia. Ich gehorche euch nicht. Ich gebe euch Befehle. Ihr gehorcht mir. Klar? Ihr gehorcht mir. Jo. Alles klar. Die haben dich gehört. Ich seh zum ersten Mal, wie du... Weil es weh tut. Es tut mir leid. Warum nicht gleich so? Gibt dem einfach ein fettes Schmerzmittel und der Kies ist gegessen. Und dann lassen die uns durch so eine Scheiße gehen. Das Beben hat die Ölkrüge zerschmettert. Soldaten. Warum wollen wir den so noch? Er wird unser Ende sein. Er hat alles ruiniert. Das ist nur passiert. Oh. Ich mach es davon. Ich bin Sicherheit. Sie sind hier. Ich seh sie. Ja. 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 Ich meine, da kann ich nichts machen. Ich meine, so atmosphärisch hier, so wie es jetzt aussieht, ist schon geil. Klar. Aber war es auch schon. Ich meine, da kann ich nichts machen. Sie wollen dich immer noch tot sehen. Selbst bei all dem Chaos. Sie töten lieber andere als eins. Wir, hier, die sind erledigt. Sie haben uns. Oh, diesen Schildpenner, ey. Oh, nee, ey. Ey, die nervigsten Gegner, ey, die holen sie auch noch her. Aber natürlich. Das finde ich Quatsch. So viele verschiedene Gegner. Und dann fokussiert er dich, du kannst ihn von vorne theoretisch nicht angreifen. Das gleiche Problem, die gleiche Scheiße wie... Das ist aber das Einzige, was gut ist. Lass uns einfach gehen. Also die Amicia hier savent, rettet so ein bisschen den Tag. Aber ein komplett gefühltes Gameplay, was sich mehr wie Kaugummi zieht, kann es auch nicht retten. Ja, warum denn nicht? Komm, hoch mit dir. Alles klar. Oh, komm! Oh, okay! Untertitelung des ZDF, 2020 Los, hoch da! Wie viele sind hier bitte stationiert? Er wird sich erholen. Er kennt den Tod. Der Mann war im Krieg und hat sich den Rom in hunderten verheirrt. Die Tür ist in der Mitte. Ich glaube, das ist der Dorfeingang. Was davon übrig ist? Was ist denn so? Die waren eben noch hier, ich schwör's! Weißt du, das war im ersten Teil ein Gegner. Das war im ersten Teil ein Gegner und jetzt haben sie es überall reingesetzt. Das finde ich halt ein bisschen schade. So, als Boss hat der echt Spaß gemacht. Aber jetzt so ein Voll... Ja gut, ich schläge die einmal auf den Kopf. Also so ein Steinschlag kann schon töten. Wenn der ordentlich Wucht hat. Das hatte ich in der Grundschule mal erlebt. Den Klassenkameraden haben wir in der dritten Klasse halt Menschen geärgert. Und der hat halt aus Spaß, um sich zu wehren, so einen kleinen Stein auch oben geworfen. Hat den hier an der Wange getroffen. Es gab einen Platz, wo die hat geblutet. Wie Sau. Also dementsprechend, ähm... Wenn ich mal bedenke, dass es nur mit einem normalen Wurf war. Oder jemand, der vielleicht 13, 14 gewesen ist. Kann ich mal bei so einer Schleuder... schon vorstellen im Gesicht, ne? Ja, doch. Alter, was ein Leck. Jetzt! Verstanden. Drin. Da drüben ist dein Boot. Zum Glück ist die Hexe tot. Ich hab gehört, der Graf von Arl hat endlich seine Eier zurück und die Hinrichtung befohlen. Sie haben am Hafen einen Geigen aufgestellt. Wir hängen die Riesen? Heilige Scheiße, das muss ich sehen. Ja, ich auch. Er ist nicht tot. Er braucht uns. Uns fehlt die Zeit. Wir müssen hin. Wirklich. Nach dem, was er getan hat. Die Gräfin ist tot. Na endlich. Ich hab gehört, der Graf hat seine Eier zurück. Hat schon Geigen bauen lassen. Er hat seine Eier zurück. Oh, die machen, ey. Herrlich. Vorsicht, es geht runter. Ja. Der Turm. Ja, ich find solche Sprüche lustig. Ich werd sie immer lustig finden. Die Gräfin. Die Gräfin ist tot. Der Graf hat seine Eier zurück. Schön. Yay. Die war wohl die... Ich hab's erlebt noch. Ich würde gern mal jemanden kennenlernen. Später. Ja, ich kann sie vergessen. Was verständlich? Die... ... ... ... LOL Es ging schnell. So Sekunde. Entschuldigung. Sie sehen uns. Was macht ihr da? So. Ich finde es jetzt immer noch doof, dass wir immer noch, dass die Ratten immer noch für uns eine Gefahr sind. Obwohl ich mir denke, ja, nee. Eigentlich. Ähm. Ähm. Ich wusste doch, dass die wiederkommen. Scheiße. Nein. Feindlinge. Ich finde euch noch. Sie sind hier lang. Ganz sicher. Er kommt her. Dann mal weiter. Aus dem Weg. Aufgepasst. Es geht runter. Schon dabei. Ich hoffe nicht zu nahe kommen, sonst machen die bumm. Das war aber schnell. Also bei meinem Letzten. Gute. Ich hab's. Gute. Ich hab's. Ja. Ein bisschen. Ach... Los, los! 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 Yay, ich hab wieder ein Bolzen! Das hängt ganz von Ugo ab, aha. Nein. Will woanders lagen, kein Bock auf Ratten. Das Traurige ist, wenn du ein Spiel wirklich spielen willst, und ihm eine faire Chance lässt, oder lassen willst, da musst du das halt wirklich echt ein paar Wochen draußen lassen, bevor du es richtig zockst. Aber wie gesagt, die Anfangs-Bugs, Glitches und allem drum und dran. Das ist halt die Mentalität, Spiele irgendwie rauszubringen, und dann reißt gar nicht nach, welchen wir erstmal Kohle sehen. Ja. Wir haben auch Tote. Und die meisten bekommen kein anständiges Grab. Von wegen helle Tage. Das wird dir ganz sicher. Ach nee. Ein Dritten! Ich mag die nicht, weil die einfach total dumm sind. den Haar! Pfeilfels! Steh auf! Natürlich treffe ich ihn von hier aus nicht. Wir müssen springen, geht gut. Ja, ne, jetzt wird's kritisch. Ich hab so gut wie nix mehr. Wollte ich das Spiel heute noch zu Ende machen, oder? Ich wollte es eigentlich zu Ende spielen heute. Also am Wochenende. Weil nächstes Wochenende kommt Bayonetta raus und unter der Woche, ne. Nie wieder unter der Woche streamen. Zieh durch. Boah. Da müsste ich mich aber echt bei Laune halten, du. Wenn jetzt der Justin sich verabschiedet, du dich mittendrin verabschiedest. 70%? Ernsthaft? Der Glaubenturm scheint der einzige Weg in die andere Dorfhälfte zu sein. Hängt nur knapp über dem Wasser, aber... Keine Wahl, nehm ich an. Es muss sein. Ja, aber 70% will ich das nicht unbedingt. Also fühlt sich schon echt langsam Finale an. Aber das hab ich eben, als wir unten in die Höhle gegangen sind, auch gedacht. Ich hab doch eh nicht genug Werkzeug. Ja. Na doch, aber... Nicht genug Material. Okay, wir kriegen ein Messer. Sieht doch schon bald nach irgendwie wieder so einem Boss oder so aus. Gibt's eigentlich das DLC von Resident Evil schon oder braucht dat noch Busy? Ich glaub beim letzten Mal hab ich sogar noch... Ich hab im alten Rechner sogar noch gespielt. Oder? Äh... 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 Wo muss der hin? Der stand doch da richtig, oder? Irgendwo muss der doch hin. Hier nur nicht wohin. Irgendwo muss der da auch einfach nur weg. Der ist irgendwie da hoch, glaub ich. Aber wo will ich denn da hin? Oder muss ich da hoch? Ja, da kann ich nicht... Noch. Ach schade, er hat neu gezählt. Aber ich dachte... Hm. Komm, hoch mit dir. Und heb. Gut, gut. Ich weiß nicht, zu wem die gehört, aber möchtest du sie haben? Warum? Weil du sie magst. Hier, nimm sie. Ja, es wird alles gut. Bald. Bald. Äh. Das mit den Blumen war schöner. Diese kleinen Momente. Das mit den Federn fühlt sich einfach für mich gerade so ein bisschen an. Als wollten sie einfach das beibehalten. Und haben es einfach mit Federn gemacht. Aber nicht so liebevoll wie beim ersten Teil. Also beim ersten Teil, die Federn, die haben einfach gepasst. Äh, die Blumen, die waren einfach schön und alles. Aber hier, die Federn irgendwie... Fühlen sich nicht richtig... Fühlen sich irgendwie ein bisschen... Ein bisschen so an, als hätte man es nur gemacht, damit man es halt wieder drin hat. Diese kleinen Special Momente. Von da kam ich doch. Ah. Hab's gesehen. Also ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Aber die Blumen-Momente mit Hugo und Amicia waren am Anfang wesentlich schicker. Und atmosf... Atmosphärischer. Ja. Sieht eher aus wie ein Haufen Scheiße. Leise. Alles vor die Hunde. So, Hunde mit dem Henker. Scheiße, ja. Gehen wir näher. Ziemlich. Viel los. Ja, macht euch bereit. Da stehen Krüge mit her, direkt neben ihnen. Jetzt, Demisia. Tu was. Mach ich. Ich kann's nicht sein, wie wir den Rest geben. Sei still. Wir bringen dich hier weg. Ha. Da, die Schinderme. Sie hat den Sohn. Nehmt ihr den Sohn weg. Nein. Bleib bei mir. Vertraue ihm. Das ist nicht nur für uns. Ihr Sohn gehört der Welt. Er ist unsere Zukunft. Kämpft für sie. Du bist der Fluch dieser Inseln. Da. Sei still. Ignorier sie, Hugo. Ich habe noch ein Stinguis. Ich helfe euch. Ja. 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 Nee. 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 Ich helfe deine Dienerin des Lichts. Und du hast sie ermordet. Sie ist gestorben, weil sie die Wahrheit nicht hinnehmen wollte. Genau wie. Da. Der gehört dir. Ach ja. Immer so eine Scheiße. Immer. Jetzt spammen sie alle Gegner. Der mit den ekelhaften Rüstungen. Der mit den Schilden. Also alles, was nervig ist, wird jetzt gespammt. Warum habe ich das? Warum habe ich auch was anderes erwartet? Jetzt. Es bringt doch nichts. Es interessiert ihn nicht mal. Vom Spiel vorgesehene Blendungen interessieren ihn nicht mal. Ja, guck mal, wie schnell der ist. Selbst wenn ich renne, bringt's ja nix. Alter, was ein Leck. Und noch mehr. Dann holt euch den Sohn um jeden Platz. Halt durch, Amicia. Du schaffst es. Ja. Sie kriegen Verstärkung. Bitte schön. Volltreffer. Oh. Nee. Das Problem ist, die Animationen sind für solche Kämpfe nicht ausgelegt. Wenn drei, vier Viecher voll auf dich auftreten. Warum habt ihr das nicht gesehen? Warum haben die Entwickler das nicht gecheckt? Zwei von dünn. Haha. Wir kriegen Verstärkung. Hm. Hm. Volltreffer. Ich blende ihn! Jetzt durch, Mister! Stopp! Für einen Boss war das okay, aber doch nicht für... Ich brauche Bolzen. Ja! Natürlich! Unendlich! Klar! Immer! Ja, kannst du vergessen. Den kriege ich nicht. Ich habe halt keinen... Ja, das kannst du halt vergessen, weil jetzt kommen halt nur noch diese... Oh ja, wir machen... Wir geben den Helm auf, aber ey, du bist sowieso im Arsch. Weil du keine Pfeile mehr hast. Ach, Mann! Damit versauen die das gesamte Spiel. Weißt du, der erste Gegner so war ja okay, aber dauerhaft... Die wissen einfach nicht, wann genug ist. Wann ist denn... Wann ist denn... Tschüss, Hino! Halt durch, Amicia! Du schaffst es! Ja! Sie kriegen Verstärkung! Bitteschön! Oh! Volltreffer! Oh! Dann nur noch zwei und drei von den Gegnern. Weißt du, das ist so... Gleiche Problem wie From Software. Sie wissen nicht, wann ist der Punkt erreicht, wo es noch Liebe ist und Herausforderung und wo es einfach nur noch retarded Leute... Player ärgern ist. Halt durch, Amicia! Du schaffst es! Ja! Sie kriegen Verstärkung! Vor allem immer diese Helme! Na los! Mach die Hand lange fertig! Was mach ich hier denn gerade? Gute Frage! Gute Frage! Mehr und mehr! Fühlt ihr sie für mich? Ha! Genau! Zeig ihnen, wie nutzt du sie sind! Ich blende ihn! Jetzt du, Amicia! Sehr schön! Mach Hackfleisch aus den Typen! Dann bring ich dich um! Nein! Die kriegen dich nicht, Ygro! Versprochen! Es reicht! Gut! Nimmst du mir jetzt bitte das verdammte Seil ab? Ach, ja! Stimmt! Ja, jetzt lass dich erstmal hier alles looten. Wer weiß, was da noch abgeht. Oh! Was ein Rotz! Diese ständige Munitionsknappheit! Immer alles knapp! Immer alles! Zweimal rumdrehen! Step reinlegen! Wie viel geht noch? Ja! Aber nicht, weil ich besser wurde, sondern... Weil wenn du tausendmal stirbst, bleibt halt... Hab ich auch schon gemerkt, dass dann irgendwann einfach mal ein Gegner da bleibt! Also, hatte ich auch schon, dass ich bei einem Gegner, glaub ich, tausendmal gestorben bin und der war dann einfach nach zwei Hits... Toten. Da denk ich mir so, äh... Allein diese Funktion zeigt dem Spieler doch, mir als Entwickler, dass es eine dumme Idee ist. Vorsicht! Hertha kommt die schwere Truppe! Genug Schaden angerechnet! Oh nein! Ugo, bleib hier! Niemals! Wir werden dich retten, so! Falsch! Haaaahhh! Haaaaaah! Komm, nicht gleich so. Also bei dieser Granini-Limo ist der letzte Schluck der geilste. Weil er voll auf Fruchtfleisch steckt. Ja, Ugo mag den ja. Er misst ja nicht. Er hat uns das Brandmal auf der Stirn besorgt. Ugo meinte, es wäre seiner. Hält sich in Grenzen. Mittlerweile meine Begeisterung für das Spiel. Wollt ihr ja in die Wäsche? Haha, mit ihr doch nicht. Ja, ganz genau. Oh. Du machst ne Pause. Wartet. Eure Mutter. Sie kommt nicht mehr. Wir müssen los. Jetzt. Verstehe. Ich werde dann mal. Du, komm. Sie kommt niemals mehr. Ich weiß. Ich wollte ihr doch noch so viel erzählen. Ich auch. Aber sie wusste. Sie wusste alles. Glaub mir. Du warst ihr größtes Geschenk, weißt du. Sie liebte dich so, wie du bist. Wie sie dich geboren hat. Wir werden leben. Und wir werden heilen. Die Narben werden bleiben. Durch sie vergessen wir nicht. Und sie helfen zu akzeptieren. Bis sie weniger schmerzen. So. Controller genug aufgeladen. Wie lang hält eigentlich so ein Controller? Ich meine so nach ein paar Stunden müsste gut sein. Ich wundere, dass die Kopfhörer, die ich trage, dass die noch so halten. So. Wen haben wir dann eigentlich noch im Chat? Den Justine? Den Sui? Wir werden heimkehren. Und zwei Nicht alle von uns. Nicht identifizierte. Hühlt euch erstmal willkommen. Aber es wird ihm besser gehen. Uns allen. Wir können gern reden. Na gut. Frische Luft. Völlig weggetreten? Bleib so. Du willst jetzt nicht aufwachen. Glaub nicht. Äh. Was? War das? Eine Welle an Bord. Wie ist der Ausblick? Er ist schön. Woran denkst du? Glaubst du, ich bin anders? Naja, ich weiß es nicht. Hast du... Ja. Ich dachte schon, das hätte ich mir eingebildet. Ja. Dann bist du ganz der Alte. Ich fühle mich anders. Alles ist anders. Das nennt sich Großwerden, Ugo. Manche Dinge beschleunigen es. Ja? Ja. Ja. Ich mach nicht mehr von so ner Scheiße verschonen, wenn ich mal ein bisschen tiefer in die Tasche greife. Wir gehen nach Hause, Ugo. Unser Zuhause. Ja. Und mir so nen weisen Riesen... Wie ins Zimmer stelle, aber... Was? Die Raskas? Äh, okay. Ja komm, du musst mir jetzt nicht quatschen. Ich hatte der Controller mal richtig übel abgefuckt. Ich hatte dieses leuchtende Ding hier unten gedrückt. Meine Mutter... Und bei Forbidden West kannst du hier den... Ein altes Haus in den Bergen. Lautsprecher extra anmachen. Ich versprache, dass er glücklich sein wird. Und wenn du abschießt, dann kommt hier ein Sound drauf. Klingt schön. Das hab ich halt nicht gecheckt. Auf einmal war das Ding an. Du wirst dort immer willkommen sein. Okay, das liegt hoch. Hey. Menschen ändern sich. Und da hab ich so gedacht... Ist der Controller kaputt oder was? Warum macht der solche Geräusche? Dachte erst, irgendwie so ein Vibrationsmotor wär irgendwie so losgelöst oder so. Und wenn der abgeht, würde er den Controller innen drin auseinander nehmen. Aber dem war nicht so. Aber das hat sich genauso angehört. Das war leicht befremdlich. Naja. Bin ich so der Playstation-Typ? Oder war es nicht? Mittlerweile... Doch. Warum müssen wir als Protagonisten mit jedem Trottel sprechen? Wenn da unten nicht alles verschimmelt ist, darfst du mal ran. Weil du groß genug bist. Entschuldigung. Aber ich konnte nicht aufwachen, bis er zu Ende war. Verändert. Wie... Wiedergeboren. Auf uns wartet ein neues Zuhause, Lukas. Kommst du mit uns? Du und Hugo. Ihr zwei seid mein Zuhause. Also... Ja. Wir sind froh, dass du bei uns bist. Ich könnte ewig schlafen. Ja, der macht doch. Ich brauche ein Bad. Ja, auf jeden Fall. Hey, was ist denn los? Geht's ihm gut? Wer weiß. Wir könnten ihn ja fragen. Na gut. Lebst du, Arno? Was glaubst du denn? Tote Menschen reden nicht. Kluge Junge. Hey. Es tut mir leid wegen der... Naja. Wegen allem. Du wolltest, dass ich gerettet werde. Ich vermagel. Und eigentlich ist die ganze Kacke da auf einmal im Tisch drunter. Sieh an. Da wird ja endlich noch jemand nett. Hoffentlich bereue ich's nicht. Man kann das Ding eigentlich so lassen. Wir verdienen alle Ruhe. Die hier täte sie auch gut. Hey! Ich bin jetzt wieder vollgestellt mit irgendwelchen... Geschirrsachen. Und Essen. Oh. Es ist ziemlich schnell. Seht ihr? So ist das mit dem Krieg. Wir können nicht entscheiden, wann er vorbei ist. Nein, nein, nein. Das darf nicht wahr sein. Geh rein, Ugo. Das Hauptgegeln. Dort ist es sicher. Ei, 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 ei. Heilende Wunden. Sprich mit Ugo. Ja, hier können uns die Ratten nicht helfen. Ich hab schon wieder... Keine Lust. Kann man an Menschen mal Ruhe haben? Eine Exzene ist nicht genug. Mach noch mehr rein. Einfach Spam. Ja, wir haben seine... ...Frau gekillt. Oh, nein, nein, nein. Was jetzt? Wir brauchen einen besseren Winkel. Wie? Besseren Winkel. Ach so, ja. Sie kommen. Werft Ladung über Bord. Schaut aber nach. Hilf mir hier, Amicia. Komme. Bogenschützen. Alle Köpfe runter. Ich werde da oben, Amicia. Los. Ich übernehme die Fracht. Los. Geht klar. Sekunde, ich komme. Dachtet ihr wirklich, ihr könntet mit meinem Kind fliehen? Er ist nicht dein Kind, du irre. Vergiss doch. Oh, was ist los, Victor? Den Sohn, du vor sehr gut hattet, die anderen. Ihr habt den Kratten gehört. Nein. Vorst du Hölle, wir alle. Nein, jetzt nicht. Die wollen uns rammen. Oh, nein, nein, nein. Oh, was ist los? Geier. Einmal hört sie einfach auf, die Zielen. Oh, nein. Amicia, Amicia, was ist los? Oh, nein. Sie sind über Bord gegangen. Steh auf, Amicia. Achso, es war gescriptet. Bäh. Der hat Ugo mitgenommen. Aufm... Kommt her, ich werde euch alles zerflaschen. Es sind zu viele, Arno. Nein, nicht für uns zwei. Ich komme. Nicht für uns zwei. Warte. Ich bin der Tag für den Gras der Probe. Und komme, Victor. Sei kein Feindling. Du verwechselst Feindlich mit Sprach. Das ist nur eine Rundlichting. Halt die Fessel. Ich habe noch mehr für dich. So, dann leitet diesen Mann. Bogenschützen. Das nehmen sie nach Ehrenbeite. Ich überlasse dir die Bogenschützen. Ich mache das. Siehst du deine ganze Chance, die verschwinden darf. Du bist wahr. Ich will erst ruhen, wenn der Dichs Kerl froh warst. Nein, du hast uns unseren Putzer genommen. Und deine Frau hat dafür bezahlt. Na los. Geht anz auf eure Leichen. Das Tod ist zerstört, Arno. Wir nehmen ihres. Noo. Ich werde erst ruhen, wenn der Dichs Kerl tot ist. Dann schweig den Atem, Walter. Oh, wieder so ein verpickter Scheiß. Oh man, jetzt müssen die doch mal langsam gecheckt haben, dass das Spiel beim Gegnerhorden, dass es dafür nicht geeignet ist. Die ganze Zeit. Es ist ein Stealth-Game, es ist ein Stealth-Game. Ja, schön. Deswegen einfach hier so Kriegsachen, weißt du? Nein, nein, Konzentration! Fäge weg vom Jungen, kapiert. Sie sind fertig. Unsere Zukunft steht auf dem Spiel. Es gibt keine Zukunft für niemanden. Versteck dich. Nein! Nein! Wir... Wir schaffen das! Nein! Nein! Konsumentation! Ach nein! Alter, diese hurenfickenden Bastarde. Welcher... Welcher Entwickler von den Arschbobos meinte, das wäre eine coole Idee? Nein! 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 Konzentration! Ja! Fänger weg vom Jungen, kapiert! Mache! Hört nichts! Ey! Es ist doch so eine Last! Das Boot ist zerstört, Lano! Wir nehmen Ihres! Ja! Fänger weg vom Jungen, kapiert! Nein! Fänger weg vom Jungen, kapiert! Fänger weg vom Jungen, kapiert! Unsere Zukunft steht auf dem Spiel! Nein! Es gibt keine Zukunft für niemanden! Oh, Mann! Wir... Wir schaffen das! Die Konsumentation! Komm durch! Ich bin der Bestand! Oh, Mann! Warum auf einmal? Ne! Ne! Nein! Es ist einfach behindert! Es... Es ist... Es ist doch im gesamten Spiel müsste es einem, wenigstens einem... ...ohrgepickten Bastard doch mal... ...gecheckt haben, dass diese Kämpfe einfach überhaupt nicht ins Movement Set passen! Zu viele Gegner schafft sie nicht, weil ihr einfach... ...weil ihr einfach eine Programmierung da eingebaut habt, also... ...eine Bewegung einprogrammiert habt, die einfach zu langsam dafür ist! Beim Tutorial war das schon schlimm! Und es zieht sich die ganze Zeit! Eine Scheißsache! Als hätte es keiner gewusst oder einfach... Ja, da müssen wir nochmal drin... Ach ne, kein Bock! Wir machen einfach weiter! Spieler werden es schon fressen! Und sie fressen es einfach! Es gibt so wenig Spiele, die sagen... Weißt du was? Kein Bock drauf! Fickt euch! Aber es bringt einfach nichts! Ich überlasse dir die Bucht! Ich werde erst ruhen, wenn der Dreckskerl tot ist! Mit deinen Atem! Alles klar! Legt aus! Kommt! Ich tanze auf euren Leichen! Das Boot ist zerstört, Arnor! Wir nehmen ihres! Legge weg vom Jungen! Kapiert! Macht sie fertig! Unsere Zukunft steht auf dem Spiel! Es gibt keine Zukunft für niemanden! Nein! Wir schaffen das! Kommt nur! Ich bin missvoll! Ihr sterbt wie die Fliegen! Ihr verdient den Sohn nicht! Warum auf einmal so viele? Oh ne! Nee! Nein! 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 Also... Inkompetent Bobo! Einfach... Einfach nein! Du verwönt! Hauptsache, ich bin mir auch der Leichen... Nein! Inkompetent Bobo! Nein! 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 Ich tanze auf euren Leichen. Das Boot ist zerstörbar. Finge weg vom Joggen. Kapiert. Macht sie fertig. Mein Leid, Konzentration. Steht auf dem Spiel. Es gibt keine Zufall. Für die Hände. Wo? Wo, bitte? Alter, nee. Ey, ey, das ist doch so eine Last. Ich werde erst ruhen, wenn der Dreckskerl tot ist. Dann spart ihr deinen Atem. Das Boot ist zerstört, Arno. Wir nehmen es. Finge weg vom Jungen. Macht sie fertig. Zukunft steht aus dem Spiel. Es gibt keine Zufall. Für niemanden. Nein, wir schaffen das. Kommt nur, ich will wissen. Ihr sterbt wie die Fliegen. Ihr verliebt den Fisch. Nein, nein, Konzentration. Ich schlitt euch auf, bis sich das Meer umfährt. Oh, nee. Was ist Narrativ? Die haben doch echt einen Arsch offen, dass sowas noch dauerhaft reinzusetzen. Es ist einfach so eine Last. Unfair ist eine Sache. Ich bin nur ein Arsch, bis sie zu sein. Ich mache dich auf, bis sie zu sein. Wir Wereld, die Menschen um mich zu sehen. Was ist erster von? Ich denke, wir können sie unterhalten. Ich werde dich sehen. Jungs nicht um dich noch. Ich werde dich um, bis der Bede in deinem eigenen returns. Es ist tot. Du hückel, Kindler, Kindler. Schöne. Kommt her. Ich bin bei deinen Sägen. Finde ich gut. Leicht macht es auf Englisch. Okay. Leicht ist Englisch. Okay. Narrativ ist gleich. Ich tanze auf euren Leichen. Wir nehmen Ihres. Finger weg vom Jungen. Kapiert. Macht sie. Unsere Zukunft steht auf dem Spiel. Es gibt keine Zukunft. Für niemanden. Nein. Wir schaffen das. Kommt nur. Ich bin bis vor. Ihr sterbt wie die Fliegen. Er verliegt dem Sohn nicht. Er dient einem Böhrenzweck. Ich schlitzel auf, bis ich das Spiel umfass. Das geht wieder. Wie viele sind das? Es wird weniger. Nur das zählt jetzt. Es wird weniger. Ja. Feuer. Nein. Amicia, nein. Amicia. Amicia. Sie ist tot. Ugo, komm mit mir. Schade, mein Kind. Die Ratten helfen dir nicht. Nein. 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 Nein, nein. Das ist... Ein zerbrechliches, kleines Ding. Alles klar. Du gewinnst. Tu ihm nichts. Nichts tun? Er ist Emilies Sohn. Mein Sohn. Er ist ein Gott. Es ist einfach... Er ist unser Ende, Victor. Es zieht sich einfach zu lange. Du lässt ihn lieber gehen. Zu seiner Schwester. Nein. Es ist einfach... Ich weiß es nicht. So mittlerweile bin ich es auch nicht mehr schön. Das schuldig, Emilie. Durch sie glaubte ich, diese Welt bestünde nicht nur aus Blut und Krieg, dass ich sie einfach ersticken könnte, diese Flammen. Aber die Wahrheit ist, Menschen wie wir wurden geboren, das Feuer... Ja, was heißt hier so, so, was soll ich machen? Soll ich morgen noch dran... Soll ich Montag noch dran sitzen oder was? Irgendwo muss man doch auch sagen, muss man dem Entwickler auch einfach sagen, hier ist, sorry, aber... Echt? So ein Spielprinzip, also so Schlachten passen nicht in das Spielkonzept rein. Weder in die... Weder in dieses Ganze... Der Dialog rettet's auch nicht mehr. Es ist nicht vorbei, du Feigling. Du schuldest mir Blut. Dafür habe ich bereits bezahlt. Und mein Sohn braucht jetzt Ruhe. Erledigt sie. Lass ich auch nicht. So langsam reicht's, weil's immer derselbe Scheiß ist, der sich komplett durchzieht, der einfach nicht reinpasst. Der einfach irgendwie das Konzept dann so ein bisschen rausnimmt. So langsam... Nee. Nee. Hier wird jetzt... Hier wird jetzt langsam einfach auch nur noch geriert. Und... Äh. Äh. Hugo. Ähm. Es tut mir leid. Ich musste wählen. Hätte ich uns nicht rausgeholt, wären wir tot. Wir müssen ihn retten, bitte. Der Grab weiß, wozu Hugo fähig ist. Wir müssen sie erreichen, bevor... immer so ein... Das Problem ist, ich mag die Geschichte schon lange nicht mehr, weil sie einfach länger gezogen wird. Das ist mein Problem. Ich will den Druck total erwähnt, ich will nicht holen. Ich werde den Brief mit einer Kopie von meiner Arschbacke hingeben und sagen, Geld kriegt ihr von mir nicht mehr. Sorry, aber der dritte Teil wird wahrscheinlich noch länger gezogen. Ist mir egal, ja, dann teils mir. Du teils mir und ich spiel es hier. Zeig, dass du Eier hast, Zui. Wenn du schon schreibst, keine Eier. Zeig, dass du Eier hast. Komm, reiß die Wunde nicht wieder auf. Ja. Kauf mir, ich spiel's dir. Dein Trank wirkt langsam. Ich hätte diese Male von Graf töten können. Du konntest nicht gewinnen, Arno. Es ist zerstört. Meine Eier sind zu wertvoll für die... für so einen Scheiß. Achso, das meinst du mit keiner Eier bezogen auf den Brief. Wurde kommen und gehen. Aber es ist das Meer, das Sophia trägt. Nee, das ist das 1 zu 1. Ihr wart Arschloch auf... Ihr wart Arschloch in dem Spiel. Ich schicke euch Arschloch für Post. Denn wenn es weg ist... Danke. Wir holen ihn zurück. Wahrlich ritterliche Worte, Arno. Nein. So etwas wie euch habe ich noch nie gesehen. Wo ist mein Bruder, du Mistkerl? Sicher in meinem Besitz. Solange bis er mir dient. Er sieht aus. Bis er deinen Kopf in den Rollen sieht und weiß, dass die alte Welt verbrennen muss. Scheiß, Kerl! Der Kopf rollt viel besser, Bowling-Krugel. Hör doch nur einmal auf mich. Wieso? Damit du Rache üben kannst? Damit du deinen Bruder retten kannst. Er wird mir schon sagen, wo Igor ist. Gib mir Deckung und pass auf. Der gehört mir hier. Tötet das Mädchen. Ich bin bei euch, mein Herr. Die Verstärkung rückt an. Sie sind hier. Lukas, bist du verletzt? Nein, aber wir stecken hier fest. Bleib am Leben. Wir holen euch da raus. Ihr geht nur vorhin. So, schade, der Trottel, hat hast du mit dem jubeln überrascht. Der ist mein Sohn. Meine heilige Waffe. Das Kind gehört jetzt zu uns. Dein böses Werk wird nicht geliebt. Scheiße. Oh, doch. Aber erst seid ihr dran. Oh, ich hasse diese Schildträger. Wo habt ihr mein Bruder hingebracht? Warum ist ihr so schnell? Ich bin dauerhaft weggerannt. Nee, diese Schlachten einfach. Nein. Ich bin bei euch, mein Herr. Die Verstärkung rückt an. Passt auf, sie sind hier. Lukas, bist du verletzt? Nein, aber wir stecken hier fest. Bleib am Leben. Wir holen euch da raus. Ihr geht nur vorhin. So verdammter Trottel. Was hast du mit dem Jungen gewascht? Wer ist das? Meine heilige Waffe. Oh, das ist doch behindert. Ich habe keine Munition mehr von dem Kampf vorher. Warum ist der überhaupt schon... Warum gibt es denn jetzt schon wieder... Warum gibt es jetzt schon wieder so einen Kampf? Bleib am Leben. Wir holen euch da raus. Ihr geht nur hin. Du verdammter Trottel. Hast du den Jungen gewascht? Nein. Lass uns vorbei. Der Heilige Waffe. Das klingt da. 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 Oh, doch. Aber wer seid ihr dran? Macht sie fertig. Was das? Zu befehlen. Super. Erledige sie, Mädchen. Du bist Herrherr. Ja, Schild kann einfach alles blocken. Kein Problem. Schild kann einfach alles blocken. Wo ist der Junge? Die Zeit der Kompromisse ist mit Emilys Tod vorbei. Jetzt. Schild. Oh, nee. Nicht so ein Penner schon wieder, ey. Und ich habe keine Töpfe mehr. Ich hasse es wirklich. Wir müssen den Gurt finden, bevor er... Hör auf mit dem Scheiß, Victor. Wo ist er? Er ist dir doch egal. Du willst doch nur meinen Tod. Vergiss. Er denkt, ich bin tot und gibt sich dir Makula hin. Was, ey. Nach allem, was passiert ist, hast du ihn dorthin gebracht? Halt's Maul! Ich kümmere mich darum. Öffnet die Augen! Es ist zu spät. Alle werden sterben. Und er... Wir müssen sofort los! Ihr geht nirgendwo hin! Verflucht, was ist das? Hetzerei! Sie hat uns verzaubert! Ja, genau. Ja! Ihr Idioten! Seht es doch endlich ein! Das ist meine letzte Chance! Warum kämpfst du Seite an Seite mit dieser Hexearmung? Willst du denn uns so ersetzen? Lass ihn da raus! Sein Blut klebt an deinen Händen! Es war Krieg! Du hast es im Stich gelassen! Aber du kannst es wieder gut machen! Oh, Mann! Einfach nur, weil ich keine Waffen hab! Und die nehmen die nervigsten Gegner und einfach rein! Woher sehen die das überhaupt? Warum sind die so schnell? Sie war die einzige Chance, die unsere Welt hatte! Jetzt kniet vor mir nieder! Oder sterbt! Es war keine Waffen! Weil ich jetzt einfach keine Dinger mehr... Jetzt kommen wir einfach... Das ist doch nicht mehr normal! Ich verstehe es einfach nicht! Ja, jetzt bringen auf einmal Konter nichts mehr! Ja! Schöner Bug! Machen wir den Bug da noch richtig fair! Was ist das? Hexerei! Sie hat uns verzaubert! Tötet sie schnell! Ihr Idioten! Seht es doch endlich ein! Das ist eure letzte Chance! Warum setzt du scheitere Anseite mit dieser Hexie an? Doch! Nein! Lass ihn da raus! Es ist doch... Es passt doch einfach nicht! Es hat noch nie gepasst! Im gesamten Spiel war das keine gute Idee! Warum zieht ihr das bis zum Ende durch? Alter! Es ist doch... Asboro... Nur weil da... Nur weil die Eltern eurer Programmierer Inzuchtkinder waren, heißt es nicht, dass ihr euch auch mit euren Schwestern vögeln solltet! Ihr habt doch schon drei Arme und... Krankhaftes Gehirn! Hexerei! Sie hat uns verzaubert! Tötet sie schnell! Ihr Idioten! Seht es doch endlich ein! Das ist eure letzte Chance! Warum kämpfst du Seite an Seite mit dieser Hexe, Arno? Wirst du deinen Sohn ersetzen? Hörst du den Arsch! Sein Blut klebt an deinen Händen! Es war doch nicht... Und selbst auf Leicht bringt es nichts, weil ich einfach keine... keine Muni mehr habe! Du hast den Mund gelassen! Aber du kannst es wieder gut machen! Verweise Großmut! Mach diesem Fazit ein Ende und lass den Jungen gehen! Wahnsinn regiert die Welt! Aber ich... Und in Ordnung! Sie könnten dich so gerne töten! Aber ich lasse noch genug von dir übrig, damit du mir sagen kannst, wo Igor ist! So selbstbewusst! Wir müssen fort! Jetzt! Nein! Wir bringen es zu Ende! Das ist sie! Euer Tod! Sie versucht euch zu retten, ihr Arschwächer! Möge der Glaube meinen Arm führen! Für die hellen Tage! Emilie ist tot! Sie war die einzige Chance! Jetzt kniet vor mir nieder! Oder sterbt! Ihr Idioten! Ihr seid der Beweis, dass wir das Leben nicht verdienen! Alles was ich hatte! Du hast dich ruiniert mit deinen Lügen! Amicia, das ist übel! Ihr müsst nicht mehr Züge! Ich weiß, wir versuchen es ja! Schreibt sie nicht! Bleib am Leben, Amicia! Was ist los? Bitte dein Schwert! Ach nee! Keine Sorge! Ich komm schon zu Recht! Sieh dich doch an! Gib schon auf! Arno, haltet euch! Er gehört mir! Mach sie fertig! Er blöckt einfach alles ab! Ich hasse das! Ich hasse es so sehr! Diese Schildgegner einfach! Und dann noch... Ja, auch Armbrustbolzen! Aber... Aber... Was ist das? Hexerei! Sie hat uns verzaubert! Ah! Verrückt es sich schnell! Ihr Idioten! Seht es doch endlich ein! Das ist eure letzte Chance! Warum kennst du Seite an Seite mit dieser Hexe, Arno? Willst du denn so ersetzen? Herr Fieberast! Selbst auf leicht! Das muss man doch mal checken! Selbst auf Narrativ ist es einfach behindert! Einfach weil es nicht passt! Es ist unglaublich! Sorry, aber wenn ich jeweils programmieren sollte und so eine Scheiße zusammenprogrammiere, dann... Hält mich! Tötet mich! Bevor ich meine Seele in die Hände Satans gebe und dann einfach nur noch gefickt werde... Ich seh halt auch nichts, ne? Noch! Es wird ein Schmerz! Euer Tod ist so sinnlos! Aber ihr musstet alles ruinieren! Alles, was ich hatte! Du hast dich ruiniert mit deinen Lügen! Mh... Deine Technik ist... Ah! Du hast zu viel mit Abschaum trainiert! Sie war besser, als du es design wirst! Ah! Ihr Idioten! Ihr seid der Beweis, dass wir das Leben nicht verdienen! Ah! Amicia, das ist übel! Wir müssen schnell zu Hugo! Ich weiß, wir versuchen es ja! Fett sie nicht! Bleib am Leben, Amicia! 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 Was ist los, Herr? Bitte denn schwer! Bleib langsam zu schwer! Ah, no! Ah! Ah! Ach, ne! Es passt doch einfach nicht! Es bringt einfach nichts! Hier gibt es gar nichts, letzte Chance! Mit dieser Hexe, Arno! Willst du deinen Zogen ersetzen? Lass ihn raus! Sein Blut klebt an deinen Händen! Ich kann nicht mal kontern! Diese Schildgegner, damit haben sie sich echt keinen Gefallen getan! Damit du mir sagst, Katz wo Hugo ist! So selbstbewusst! Wir müssen fort! Jetzt! Nein! Ich bring euch alle um, wenn ich muss! Ich hab... Ich hab... Sie versucht euch zu rennen! Ich hab drauf geschissen! Ich versuche einfach nur wegzurennen! Aufgeschissen! Also ich... Geht nicht! Das ist gut! Sie war die einzige Chance, die unsere Welt hatte! Jetzt kniet vor mir nieder! Oder sterbt! Es war Zeit für Frieden! Aber ihr musstet alles ruinieren! Alles, was ich hatte! Du hast dich ruiniert mit deinen Lügen! Deine Technik wird nachlässig! Du hast zu viel mit Abschaum trainiert! Sie war besser als du es nie sein wirst! Euer Tod ist so sinnlos! Ihr Idioten, ihr seid der Beweis, dass wir das Leben nicht verdienen! Amicia, das ist übel! Wir müssen schnell zu Hugo! Ich weiß! Wir versuchen es ja! Hält sie nicht! Bleib am Leben, Amicia! Ich weiß nicht, was ich gegen die machen soll! Sieh dich doch an! Gib schon auf! Sorry, aber ich weiß echt nicht, was ich mit denen wirklich machen soll! Mit diesen Schildern und ich kann alles blocken! Ich verstehe es nicht! Schön, dass Flüssigkeit am Schild auch abprallt! Finde ich gut! So muss das sein! Das haben sie vergessen! Es interessiert ihn einfach nicht! Dieser Instant-Fokus, ne? Oh, es ist so eine Last! Diese Schildgegner, die sind einfach so nervig! Also, wirklich! Er war klar, dass er stirbt! Das war's! Du bist alt! Zu alt für den Kampf! Und ihr seid so unglaublich dumm! Amicia! Wir gehören dir! Es ist vorbei! Wirklich! Alter, nee, ey! Diese Massenkämpfe passen einfach nicht zum Management! Hör auf zu schreien! Adventure-Action-Mystery-Stealth! Aber dann, aber dann so, 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 so ein Armeen-Krieg! Also, inkompetent Bobo, nein! Nein! Ich müsste jetzt eigentlich wie Gronkh machen, die CD nach dem Spielen rausnehmen und durchbrechen! Du hast mir ein gutes Ende beschert! Nein, ich werde nicht einfach so 60 Euro verbrennen! Das bleibt in der Sammlung als Schandfleck! Schreibe ich mit Endling drauf? Gay! Gay-Bobo! Er wird die Sonne töten! Der Nebel! Hast es geschafft, du Idiot! Wir sind dir was schuldig! Er ist überall! Die Ratten werden sich ausbreiten! Sein Urteil ist gefallen! Und werden wir noch Zeit haben? Ändert das was? Gehen wir einfach! Moment, Kleiner! Ich nehme die Zügel! Ich muss irgendwas tun! So ein Rotz! Mit diesen Massengegnern! Vor allem eine Schlacht nach der anderen! Wie weit noch bis was, hey? Nicht weit, schätze ich! Das... Nee, nein, nein! Man kann sich sein... Man kann sein eigenes Spiel auch vergewaltigen, also... Keine Ahnung, wie du überhaupt noch stehen kannst! Bei solchen Programmierern sollte man mal die Polizei in die Wohnung schicken! Vielleicht haben die irgendwelche nackten Kinder vor der Kamera im Keller! Und eine echte Bestimmung! Er hat sich für uns geopfert! Er soll nicht umsonst gestorben sein! Jetzt müssen wir Ugo finden! Das wird ein Problem! Marseille ist so verdammt groß! Dieser Nebelausbruch hat bestimmt Spuren hinterlassen! Er hat ja Fortnite als Free-to-Play-Spiel ein besseres Gameplay als... Verplugtail! Verkackt war ihm! Äh, Verkacktail! Oha, die Art von Zeichen? Ja, das ist er! Aber das dürfte kein gutes Zeichen sein! Was ist das für ein Lärm? Kommt er aus der Stadt? Er kommt aus dem Boden! Hm. Interessant! Jetzt wird nicht mehr der Fortschritt gezeigt! Was? Fortschritt? 29%? Wut? Wut? Was? Was ist passiert? Was haben sie gehört? Das Game zurücksetzt! Nein! Zum Meer! Suchen wir ein kleines Boot! Was ist das für ein Groll? Das Tor zur Heimann wurde geöffnet! Marseille ist verloren! Der... Dann zeigen sie es uns nicht mehr an! Uff! Der Makula! Mama! Wir müssen zurück und Mama suchen! Steh auf! Bitte steh auf! Ich kann es! Mein Weib! Du musst! Wir brauchen mehr Helfer! Ich lasse dich nicht wieder! Hält das Ding auch? Marseille! Sie verbarrikadieren das Tor! Warum? Weil das Grollen von der anderen Seite kommt! Und die Leute, die noch da drin sind! Die sind schon tot! Mach weiter! Und jetzt! Es gibt noch ein anderes Tor! Aber das Heu liegt im Weg! Warte, wir haben die Kanone! Kannst du sie bedienen? Keine Ahnung! Warte! Du schiebst hier! So müsste es gehen! Ich hab's raus, glaub ich! Dann los! Oh! Oh! Griechisches Feuer! Ja! Der Graf hat sich ein paar Wagen vom Orden besorgt! Wir gehen also hinter diese Mauern! Denk jetzt nicht drüber nach! Und weiter geht's! Er hat doch noch so ne Kacke! Och ne! Ich will schon seit mindestens 6 Stunden, dass es aufhört! Weil es einfach nur zu lang gezogen ist! Kommt von den Stadtmauern! Das ist wie ein Herzschlag! Sein Herz! Das sie fühlt! Was meinst du? Wie viele? So fängt es also an! Was? Unsere Straf! Straf! Geil! Schneller! Wir sind schneller! Ja! 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 Kann ich sie so abhalten? Ja! Das hält sie vielleicht aus! Bitte! Bitte! Langsamer! Halte! Bitte! Halte! Es hängt! Verfolgen sie uns nicht mehr! Sieht so aus! Was? Achtung! Los, Sophia! Los! Ich sehe das Tor! Zu spät! Fahr so weit, du! Oh nein! Nein! War ja so klar! Wir hätten ja schön durchreiten können, aber nein! Nein! Öko! Sophia! Hier drüben! Wer ist verletzt? Wer nicht? Wir sind da. Ich war noch niemals in Marseille. Tja, du kommst zur besten Jahreszeit. Suchen wir meinen Bruder. Hey, Periur, ich weiß nicht. Soll es nur noch eine Cutscene sein. Ich will nichts mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich kann doch nichts aufhalten. Stimmt. Ich vergesse es nur manchmal. Lukas. Ich muss schon sagen. Es ist eine Ehre, denn du bist an meiner Seite. Du bist viel zuverlässiger, ruhiger und freundlicher als sonst wer. Das ist ja noch so. Ich weiß nicht. So ein Geschnulzer. Du bist meine Familie. Warum musste man ihr den Zopf abschneiden? Ist das, weil ihr denkt, dass ihr sterben werdet? Ihr werdet noch sehr lange leben. Ihr schafft es. Und das ist ein Befehl. Ich hätte jetzt Zeit, ihr werdet doch alt genug werden, um miteinander zu prügeln. Aber... Ja. Er muss leben. Er verdient etwas viel Besseres als das. Das Spruch konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Pass bitte auf. Was ist eigentlich, wenn man einen Ugo tötet? Da müsste die Makula doch auch... Ach nee. Natürlich gar nichts. Warum denn auch? Man merkt so ein bisschen die Enttäuschung, ne? Weil sich das Spiel echt nicht mehr leiden kann. Einmal so eine übertriebene Passage. Hätte ich ja noch verkraften können, aber dauerhaft. Ständig. Jetzt fühle ich mich alt. Was zur Hölle? War er das? Er ist nun eins mit der Makula. Wir gehen da also wirklich rein? Es tut mir leid. Schon gut. Ich hatte meinen Spaß, denke ich. Und mein Boot ist sowieso ein Wrack. Doch sag mir, können wir es aufhalten? Wenn wir zu ihm gelangen, vielleicht. Aber... Das wird da unten bestimmt schwierig. So lange dann muss ich Buch filmen, welche... Welche Spiele filmen. Wir brauchen das, was sie nicht selber verbindet. Und welche Titelreihe mir jetzt am Arsch vorbeigehen kann. Und wir alle stehen ihm nahe. Also... Gehen wir rein. Gehen wir rein. Ich bin am Leben. Ich bin... Das Problem, was es in das Spiel hat, dass es viele Sachen hat, wo man einfach denkt, okay, die ist einfach überschreitet. Die überstrapazieren ist. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, Zui. Es gab jetzt schon drei Momente, wo ich gedacht habe, ja, das Spiel könnte jetzt vorbei sein. Ist es gebrochen? Wenn es einmal passiert, hat man so einen WTF-Moment. Okay, aber du hast sie ja jetzt dauerhaft. Geht es euch gut? Was ist die da... Du hast ja jetzt mindestens drei oder vier Stück von den Dingern gehabt. Wo ich mir denke, ja... Jetzt wirken die auch nicht mehr. Das ist einfach nur noch langweilig. Immer wenn ich dann... Ja, das wird doch eh nicht vorbei sein. So eine Rattenflucht war mal ganz cool. Aber bei so vielen, die wir jetzt in dem Spiel hatten, ist es auch nichts Besonderes mehr. Man wird einfach übersättigt mit allem. Das Zutrollen mit den Gegnerhorden war schon ärgerlich genug. Aber... Aber hier hast du ja auch gefühlt... Du hast einfach alles zu viel. Das ist traurig. Geh. Und komm mit ihm zurück. Wir sehen uns unter der Sonne. Geh weiter. Ugo ist ganz nah. Ich muss erst Lukas finden. Bist das wirklich... Du? Amicia, hier bin ich! Hey! Und Sophia? Sie kann nicht laufen. Bleiben nur wir beide. Wir können es noch schaffen. Siehst du das Mauerstück da unten? Die Ratten umgehen es. Treffen wir uns dort! Ja! Aber warte, Moment! Ein Fehler und... Ich weiß. Aber ich hab mitgezählt und sie halten einen immer gleichen Rhythmus. Wir können es zwischen zwei Wellen schaffen. Oh Gott! Na gut, na gut! Bereit, wenn du es bist! Keine Sorge, ich folge dir! Jetzt! Das ist doch noch so ein Rhythmus-Scheiß. Zwischen zwei Wellen. Eins! Ja! Ah! Schneller! Los geht's! Eins! Nein, 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 nein. Warte, jetzt das zweite? Das war jetzt ziemlich lange. Also, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Ich will das Tor aufbrechen. Ja, bitte! Jetzt! Nein, nein, nein! Hölle noch mal! Bitte halte! Nein, nein, weg da! Los, los! Bin bei dir! Das ist Wahnsinn! Wow! Kann übertreiben! Lukas, das Dach! Ich seh's! Mein Herz! Das hält schon! Atme! Und los! Und los! Na schön! Da! Lauf! Bitte lauf! Die Mauer müssen halten! Komm zu Lukas! Ich bin bei dir! Nein! Die Brücke, schnell! Das schaffen wir nicht! Doch, lauf! Ja! 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 Wir sind da! Wir sind in Sicherheit! Nur wie lange? Er ist da, Lukas! In Reichweite! Zieh dich an! Unter einer Decke versteckt! Als wärst du traurig! Der Nebel verdichtet sich immer mehr! Da drin muss einiges los sein! Was wird uns wohl dort erwarten? Hoffentlich das Ende! Schwer zu sagen! Es ist wirklich einfach... Der Nebel, in dem die... Die Makula Hugo und der Nebel verschmelzen! Die Vision des getäuschten Kindes... ...lösen sich in der Atmosphäre auf... ...verändern die Welt! Es ist die letzte Schwelle! Keine Naturgesetze mehr! Und wir müssen auch da hinein! Um deinen Bruder zu erreichen! Na schön! Hol tief Luft! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Noch dazu. Hätte nicht gedacht, dass sich das Spiel feiert. Also, dass du das Spiel feierst. Was ist das? Nein. Unmöglich. Ein Phönix. Hier. Noch einer. Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist das für ein Ort? Irgendein Hallo? Wie gesagt, das erste habe ich nicht gesehen. Habe einfach dann reingeschaut, wo du es angefangen hast. Und jetzt... Ja, dann war es doch nicht so schlecht. Jetzt muss ich auch fertig schauen. Okay. Immer wenn du Zeit hast. Den ersten Teil, den gibt es als Vollstream auf YouTube. Nähe dich nicht! Weil du noch zurückblickst. Hier sind nur diese Vögel. Sie zeigen mir den Weg, stimmt's? Wir haben es versucht, Amicia. Aber es war eine Lüge. Nicht alles. Nicht, nicht alles war gelogen. Es war eine Lüge, die den Tod brachte. Die Menschen haben ihn gebracht. Hugo, ich muss dich hier rausholen. Beschreite neue Wege. Die Dinge haben sich verändert. Aber nicht deine Gedanken. Ich versuch's ja! Denk nach, Amicia. Er ist hier irgendwo. Tu doch was! Tu endlich was! Neue Wege. Ich lauf einfach mal in die Gegensatz Richtung. Warum folgst du immer noch den Vögeln? Ich bin verloren, Hugo. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Dieser Ort gehört der Vergangenheit an. Ja, so ist es richtig. Finde deinen Weg. Was ist mit mir? Ich fühle mich... War das der richtige Weg? Du bist verloren und verängstigt. Aber ich bin bei dir. Ich tue, was auch immer nötig ist. Ich will... Dich sehen. Lol. What the fuck? Was ist das? Hugo, wo bin ich? Nein. Die auch noch? Nein. Steh auf. Steh auf. Nein. Hugo! Bitte. Was ist das jetzt? Was zur Hölle? Zurück! Ihr seid bloß ein Haufen Ratten! Ich verbrenne euch alle! Ihr wollt, dass ich weglaufe? Ich hole ihn zurück! Hört ihr! Ich hab dich so oft kämpfen sehen. Keine Sorge! Ich mach sie fertig! Du gibst immer noch nicht nach, oder? Ich will auf mir oder auf sie! Ich hab keine Wahl! Du hast eine Wahl. Doch die macht dir Angst. Es sind so viele Amis hier. Ist mir egal! Mir aber nicht. Es ist fehl, dich so kämpfen zu sehen. Was meinst du? Wie früher. Als jeder Kampf zählte. Was tut sie so? Jeder Einzelne! Bleibt weg! War das jetzt ein Ende, oder? War das jetzt so gedacht, so dass man jetzt... Was? Was? Was ist passiert? Nein. Ich bin... Ich bin wieder zurück. Hugo! Was? Du hängst in deinem Kopf fest. Ich weiß, es ist schwierig voranzukommen, wenn man Angst hat. Ist schon in Ordnung. Was? Du schaffst das. Nicht noch so ein Mindfuck, ey. Ich mach's nochmal und werde dazulernen. Vielleicht... ...hab ich diese Fehlentscheidung einfach... Das muss nochmal funktionieren. Ich muss wieder zurück. Ein Weg raus. Ich muss hier raus. Weg von den Vögeln. Na bitte. Es geht doch. Du lernst dazu. Halte durch. Halte durch. Ich muss nochmal ganz kurz Bibi machen. Ich muss nochmal ganz kurz Bibi machen. Ich muss wieder zurück. Ich muss alles ... Vielen Dank. Boah, leck mich am Eimer, ey. So fix und fettig. Ganz aber wirklich nass. Inkompetent Hobo. Blacktail-Verkacki. Was? Das Feuerwerk hält die Licht auf. Lass dir was einfallen. Warum kämpfst du noch? Da kommen immer mehr. Ja, weil du sie brauchst. Du brauchst einen Grund zu kämpfen. Was meinst du damit? Kämpfen bedeutet, dass man gewinnen kann. Aber in Wahrheit ist dieser Kampf vorbei, Amicia. Du musst das akzeptieren. Was? Das liegt doch nicht an mir. Du hoffst, dass du die Probleme, die du ja lösen kannst. Genau wie mit dieser Flamme. Wenn dieser Kampf umsonst ist, wie halte ich ihn auf? Zeig ihm, dass du verstehst. Wie? Sie kriegen mich! Oh nein, verdammt! Oh nein, die verdammten Phönix ist schon wieder. Denk nach, verdammt! Was machst du hier? Sei nicht so hart zu dir selbst. Es ist nicht einfach. Aber du siehst jetzt klarer. Du hast dazugelernt. Ja, ich beende es. Ich weiß. Komm schon. Ich muss zurück. Na los! Was? Darf man gar nicht kämpfen? Von vornherein einfach... Och nee. Weil Hellblades... Also das erinnert mich so ein bisschen an Hellblades, nur Sacrifice. Aber da war das... Da war die Aufopferin. Aber da war der Name Programm. Also da wusste man, dass man halt sich opfern muss. Bin auf dem Weg! Und wenn man verloren hat, war der Endkampf fertig. Aber hier... Es ist einfach nur das Element genommen. Aufwandlich gut, machen wir nochmal. Du musst vorankommen. Diesen Kampf beenden. Du machst es wieder. Ich versuch's ja, aber ich brauche mehr Zeit. Die Antwort, nach der du suchst, ist nah. Ein trügerischer Schutz. Das Feuerbecken. Ja, ein längst vergangenes Symbol. Alter Überzeugungen. Ich... Ich muss es löschen. Nein, verdammt! Ach. Nein! Hör verflucht! Du hast es fast. Ich versuch's ja. Es ist nur... Ein Teil von mir will einfach nichts. So ist es immer. Veränderungen brauchen Zeit. Ja, Veränderungen brauchen Zeit. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass das Spiel mir keine Zeit lässt. Ich wollte es gerade löschen, aber... Ich muss zurück! Ich muss es aufhalten! Sei tapfer! Was? Ich laufe doch in die Entgegensätze-Richtung. Aber es sind jetzt drei Vögel, die ich sehe, ne? Ich bin auf dem Weg! Oh! Schnell! Boah, die Ratten! Ich bin müde! Ich habe Angst! Angst, dass der Kampf zu Ende geht! Gut! Ich hab's verstanden! Es ist nutzlos! Ich gebe auf! Ich bin es leid! Ich bin es leid, zu kämpfen! Bitte, ich muss dich sehen! Ich bin stolz auf dich! Wo... Wo bist du? Ich bin hier! Komm! Komm! Ich fühl's nicht mehr! Ich auch! Ich fühl's nicht mehr! Sie haben es einfach mit der Action so übertrieben, dass es... Ich hatte so nichts! ...dass es das Gefühl fehlt! Aber du hast es geschafft! Im ersten Stream hab ich viermal geweint, weil ich es einfach so schön fand! Weißt du, wie wir hier rauskommen? Und jetzt hat's die ganze... Äh, wir machen eine Action! Äh! Scheiße! Äh, wir geben euch Action! Äh! Einfach... Ist einfach komplett versaut! Das, was das Spiel ausgemacht hat! Einfach übersättigt, übertrieben, zu lang! Einfach nein! Verlassen wir diese Hölle! Egal wie! Misia! Ich dachte, du wärst tot! Wirklich! Ich weiß! Ich fühlte mich völlig allein! Also machte ich einen Fehler! Ugo! Wir haben alles versucht! Aber das alles ist ein großer Fehler! Viele Menschen sterben gerade! Ich spüre es! Und das ist bloß der Anfang! Verlassen wir diesen Ort! Wir können es aufhalten! Wir finden Mutters Haus und leben! Wir werden leben! Aber wir haben es verdient! Dieser Ort kommt mir vertraut vor! Der Ausgang ist ganz am Ende! Guten Tag! Kann ich etwas für euch tun? Hallo! Wir kennen uns schon! Hey! Was geschieht mit dir? Der Junge! Er hat sie getötet! Tut mir leid! Sie getötet? Was zur Hölle? Was geht hier vor? Sie hat recht! Ich bin das! Wie? Ich sehe keine Ratten! Das ist der Fehler! Das ist, was aus mir geworden ist! Wir müssen hier weg! Komm! Wir müssen es in Ordnung bringen! Wir finden schon eine Lösung! Doch erst müssen wir hier raus! Ja! Sieh sie dir an! Das Ende ist scheiße! Du musst es aufhalten! Ich kann nicht! Konzentrier dich! So wie früher! Hast du das schon vergessen? Das ist eine Lüge! Die Makula steckt dahinter! Ich bin jetzt die Makula! Ich! Was? Nein! Du wusstest, es könnte geschehen! Es ist zu spät! Nein! Ich lese zu, dass die Makula mich einnimmt! Das ist das Ergebnis! Ich... Ich weiß! Tun wir etwas! Wir müssen verhindern, dass mehr Leute sterben! Vielleicht hört es auf, wenn wir gehen! Gut! Äh! Nö! Irrum! Kann ich nicht! Ach, komm schon! Ugo, kann es aufhören? Ich presse sie, Amicia! Nicht nur sie, auch alle anderen! Je mehr sich die Ratten ausbreiten, desto schlimmer! Ist das das Ende? Nicht ganz! Wir haben eine Chance! Eine letzte Chance! Sag schon! Ich tue alles! Ich glaube, du weißt es schon! Ich... Halte mich auf! Um die Makula aufzuhalten! Ugo, das kannst du nicht verlangen! Nur du kannst verhindern, dass ich zu einem Monster werde! Du bist kein Monster! Das werde ich aber sein! Wenn ich alles töte, was ich liebe! All die schönen Dinge! Ich verstehe, aber... Bitte, Amicia! Ich... Och ne! Was such's? Äh... Na gut, was jetzt? Hugo, wo bist du? Wo bist du? Tut mir leid, aber du bist jetzt bereit. Bereit, alles zu retten. Bereit? Wie kann ich dafür bereit sein? Ich weiß, aber ich kann mich nicht selbst aufhalten. Du musst mir helfen. Hugo! Ich liebe dich. Ich war glücklich mit dir. Leb wohl, Amicia. Ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr. Das Ende würde mich berühren, wenn sie mit den Fehlern nicht so verkackt hätten. Bleibt mir nichts anderes mehr. Ich werde allein sein. Ganz allein. Ich kann dich. Ich kann dich. Ich kann dich auch selbst erschießen danach. Ich meine, komm schon. Das ist eine Armebrust. Hilfst ihn und an dich. So einfach ist das. Also stimmt, der war ja auch noch da. Lukas. Ich bin hier. 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 Ja. Da ist er. Ja. Weißt du, was du machen musst? Ja. Also mir ist egal, was sie die Szene gesetzt haben. Bei mir sind sie jetzt auf Abstoß gestoßen. Und das rettet jetzt so ein grafisch geiles Ende auch nicht mehr. Obwohl schon ziemlich geil ist. Also, ne, geil in den Szene gesetzt, ja, aber... Grafik ist Bombe, das habe ich von vornherein gesagt. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Vielleicht überraschen sie uns noch mit dem Ende. Studio-Leitung. Sebastian V. Loch. Scheiße gebaut. Sorry, aber... Leitung, Spiele-Design. Ne. Nein. Nein. Kevin. Chateau. Nein. Kein Chateau. Bullshit. Geschichte ist... Okay. Narratives Level-Design, was? Ja. Programmierung. Wer hat denn die Gegner und so gemacht? Nicht Level-Design. Aber, ja, wird wahrscheinlich auch das letzte Teil gewesen sein. Ne. Die will ich mir nicht alle antun. Ähm... Ja. Was soll ich dazu sagen? Weniger wäre mehr gewesen. Es hat sich alles einfach... ...so komisch angefühlt. So langgezogen und lang... Also nicht langweilig, aber einfach zu überstrapaziert. Überstrapaziert. Ach, nee, ist die hässlich. Sorry, aber die kurzen Haare stehen der gar nicht. Ist das wieder so ein Modetrick? Dass sie allen Freunden jetzt irgendwie kurze Haare geben müssen? Weil sie gemeinsam von der Gesellschaft gezwungen zu werden? Also, nee. Wie Frisur steht der Amis ja gar nicht. Es hat sich sehr gezwungen angefühlt, das Ende schreibst du zu ihm. Ja. Ja. Ich fühl's. Alter, es ist halb vier. Leck mich am Arsch. Dann sollten wir keine Zeit verschwenden. Oh, warte. Was? Schon gut. Gehen wir. Wie du meinst. Ich habe die Pferde oben gelassen. Also. Was hast du die letzten Monate so gemacht? Spaziergänge, Arbeit am Haus. Ich wollte mich müde machen. Hat's funktioniert? Mir geht's besser. Ja. Gut. Ich habe mir ganz schön Sorgen gemacht. Alles gut, Sophia. Es ist jetzt ein Jahr her. Schon. Und wie läuft das Geschäft? Gut. Ich handle inzwischen mit legalen Dingen. Oh, wie kommt's? Ah, ich will einfach nur länger leben. Wirklich? Mir ist eine ruhige See lieber als ein Sturm. Apropos, wir legen morgen ab. Gut. Sehr gut. Kommt unser Alchemist mit? Lukas. Oh nein, der ist noch unterwegs. Studiert. Ganz allein. Sie werden so schnell erwachsen. Er brauchte das. Es wird kalt. Wir sollten uns ein bisschen beeilen. Was? Was soll das? Was? Weißt du schon, wo wir dich absetzen sollen? Noch nicht. Aber ich glaube, ich weiß es, wenn ich die Zeichen sehe. Demakula? Ja. Sie hinterlässt Spuren. Auf Dingen und Menschen. Ich glaube, ich kann herausfinden, wo der nächste Träger und die nächste Beschützerin entstehen. Die nächste Plage. Ich will ihnen helfen. So wie Elia uns geholfen hat. Also keine Chance, dass du dich mal ausruhst? Keine. Na gut. Kann es nicht einfach jetzt vorbei sein? Das riecht so gut. Und die Stille. Ja. Ich werde es vermissen. Bald geschafft. Jungs, das ist Amesia. Seid nett zu ihr. Es ist ein besonderer Tag. Hey. Gibst du mir noch etwas Zeit? Ich muss noch was erledigen. Lass dir alle Zeit der Welt. Mein Rücken freut sich über diese Pause. Zieht ein Sturm auf? Ich denke, der Sturm ist schon da. Wird nicht lange dauern. Man muss sich erst einmal in den Wald kacken. Weil vieles einfach... Es wird schon alles gut. Weil vieles einfach... Bäh. Ist halt schade. Es hätte nicht so lang sein müssen. Es hat mir den Spaß geraubt. Und jetzt ist es halt immer noch irgendwie nicht wirklich vorbei. Aber bitte keinen dritten Teil mehr. Wir haben es hier mit echt übertrieben. Ich erkenne das nicht so ganz, aber... Sind es wirklich 60 FPS? Komm schon. Du schaffst es. Das Problem ist halt, was das Spiel mir halt wirkt. Was das Spiel nicht so ganz hingekriegt hat. Ich komme rein. Was? Ach so. Das ist gerade vom Ugo. Ja, ist okay. Nee, keine Ahnung. Dadurch, dass sich viele Leute irgendwie ein bisschen mehr Action gewünscht haben, habe ich das Gefühl gehabt, haben sie einfach ein paar Passagen einfach länger gezogen. Was ich schade finde. Wirklich, das ist zu lang. Ein bisschen Action im Vergleich zum ersten wäre okay gewesen. Aber hier, das war too much. Ich weiß, du hast immer schnell Freunde gefunden. Ich wusste nicht, ob ich bereit bin, aber Sophia ist hier. Verzeih mir. Wieso ist das so schwer? Wir haben nie aufgegeben, was? Wir hielten Stand. Möge diese Erde nie vergessen, wie sehr du sie geliebt hast. Was du aufgeben musstest, alles um sie zu beschützen. Ich erinnere mich. Und ich werde nicht vergessen lassen. Und ich werde nicht vergessen, wie sehr du sie geliebt hast. Ich werde nicht vergessen, wie sehr du sie geliebt hast. Spieler, spiel mal selbst. Erst den ersten Teil, dann den zweiten Teil. Und sag mir wirklich, ob das wirklich so ein würdiger Nachfolger ist. Nein. Ich kann es mir jetzt fast mehr als vorstellen. Neu Spiel plus. So kann es mal sagen. Speziellen Schwierigkeitsgrad. Deswegen haben sie den Kleinen noch getötet, damit sie einen dritten machen können. Ich weiß nicht, ob ich den dritten nach diesem Teil spielen will. Der Schneid hat gefehlt. Sie haben es einfach alles viel zu lang gemacht. Der erste war... War... War perfekt. Der war einfach perfekt. Die Länge war okay. Die Charaktere hatten Tiefe. Sie sind ja ans Herz gewachsen. Und wenn du sie verloren hast, hast du geschmerzt. Das haben wir hier nicht gehabt. Sorry, aber... Nee. Nein. Sorry, YouTube. Macht's gut. Und das war... Plug-Tail Requirem. Tut mir leid, dass ich am Ende dann doch sehr negativ und kritisch geworden bin des Spiels. Aber... Ich hab so das Gefühl, wenn man es einmal zu lange zieht... Und den Spielspaß raubt, dann ist es einfach zu viel. Die zweite Action-Szene auf dem... Nach dem Kampf des... Die zweite Action-Szene mit diesen massiven Soldaten... Angriff hätte nicht sein gemusst. Man hätte den Grafen auch irgendwie auf dem Meer killen können. Oder man hätte den Seekampf gelassen. Eins von beiden. Aber nicht so zwei Dinger hintereinander. Ähm... Die Passage am Fluss... Die war auch einfach viel zu lang. Und ich hab so das Gefühl, das ist einfach scheiße, wenn man irgendwie... Ja, du hast jetzt einen Bolten zu viel abgeschossen. Ja, blöd gelaufen. Jetzt müsst ihr erst mal 50 Mal sterben. Ist mir egal. Und da muss ich einfach sagen... Nein, sorry Leute, aber... Das ist kein gutes Game-Design. Nein, das ist einfach nur dämlich. Wir wollen vielleicht noch ein paar Leute von Dark Souls reinsetzen. Also, egal... Egal, was los ist, aber ich find's nicht geil. Hey, YouTube, macht's gut. Tschüss.